Das Zorn, den Zorn Gottes nicht spüren wollte, aber nichtsdestotrotz, weil es keine andere Möglichkeit gab, hat er sich dennoch untergeordnet, damit wir Menschen gerettet werden. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, du hast gesagt, Krankheit, woher kommt Krankheit? Krankheit ist ein Resultat von Sünde. Gott hat die Welt geschaffen, es gab keine Krankheit, alles war perfekt. Aber als wir gesündigt haben, der Moment, wo die Menschen gesündigt haben, wurde eine Tür geöffnet, wodurch Krankheiten, Tod, Leid, Not etc. in die Welt hineingetreten ist. Das heißt, der Ursprung von Krankheit ist unsere Sünde. Ja, die Sünde ist der Lohn des Todes, steht ja auch in der Bibel, aber jetzt nochmal. Bakterien und Viren sind auch Wimelwesen. Also Bakterien und Viren sind auch Wimelwesen. Bakterien und Viren und was? Bakterien und Viren sind auch Lebewesen, das sind ja Einzeller. Bruder Menzer, darf ich ganz kurz darauf antworten? Ja, mach mal. Okay, schau mal, Christian. So wie Bruder Menzer gerade gesagt hat, Krankheit ist eine Folge von Sünde gewesen. Und wenn du in Jesaja, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Kapitel es steht, liest, dass der Messias für unsere Krankheiten gestorben ist, dann ist damit nicht gemeint, dass er gestorben ist und jeder Christ wird auf einmal körperlich gesund werden. Definitiv nicht. Meine Verlobte zum Beispiel ist krank und das ist keine Krippe, wo man sagt, die ist innerhalb von einem Tag oder fünf Tagen oder zwei Tagen oder in drei Wochen wieder weg, sondern das ist eine Krankheit, die länger andauert. Ja, so. Ist jetzt deswegen keine Christin? Natürlich doch. Klar, weil wenn er sagt, er ist für unsere Krankheiten gestorben, dann meint er die Krankheit der Sünde. Ja, das ist das, aber dass du trotzdem körperlich noch krank werden kannst, natürlich logisch. Geh mal raus in die Welt und erzähl mal Geschwistern, die ganz, ganz hart an Krebs erkrankt sind, dass die nicht wiedergeboren sind. Erzähl es mal denen. Das kriegst du nicht hin. Das kriegst du mit der Bibel nicht belegt. Das kriegst du nirgends belegt. Und deswegen ist das die Aussage, dass er für unsere Krankheiten gestorben ist. Damit sind nicht die körperlichen Krankheiten gemeint, sondern die geistige Krankheit der Sünde. Die geistige Krankheit, genau. Genau, die geistige Krankheit der Sünde. Genau, richtig. So, ich bin... Jesus hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, wo das so mal steht in der Bibel, er hat gesagt, auch wenn er nicht da ist, wenn er in den Ballstand kommt zum Beispiel, ich gehe jetzt ein bisschen weiter vor, hat er ja auch gesagt zu den Jüngern, weil er nicht mehr da ist, werden Knorpen und Herzen zerbrechen. Das hat er ja auch gesagt. Also nochmal, dass wir den dreimal mit dem Kelch drüber gehen lassen. Mit dem ganzen Kelch war die ganze Sünde und der ganze Tod, alles war da mit drin. Und deswegen war auch diese, dass sich dann Gott von Jesus getrennt hat. Und danach hat er ja auch am Kreuz gesagt, Appa, lieber Vater, es ist vollbracht. Das ist auch ziemlich interessant. Und Jesus ist ja auch aus Fleisch gekommen. Er hatte ja auch gewisse Vorlieben und er hat ja auch das alles selber erfahren, was Leid bedeutet, was Freude ist. Er hat ja auch getrauert, wo der eine gestorben ist, wo einer gekommen ist zu ihm und hat gesagt, warum bist du zu spät gekommen? Dann hat er erlebt, wie die geweint haben und voller Trauer war. Und damit wurde er auch mit Trauer erfüllt. Geht auch in der Bibel drin. Ja, also ich zum Beispiel, ich habe meine Vorherkrankungen. Ich bin keine einfache Person. Ich bin auch Asperger mit, gehen wir mal in den Settel, bitte. Weil es ja mir, wurde ja auch alles viel zu spät festgestellt. Ich habe das Zeit Kindheit an. Meine Eltern haben sich leider nicht so damit beschäftigt, weil die ja geglaubt haben, sowas gibt es nicht und solche Sachen. Und es hat für mich schwerwiegende Folgen gehabt, bis jetzt. Also auch für den ganzen Alltag. Und ich kann nur mit Begleitung rausgehen. Und ich kann nur gewisse Wege halt gehen, weil ich mich sonst verirre und solche Sachen halt. Ja, ich will mal kurz was dazu sagen. Also auch an alle hier drinnen, Gott ist in der Lage, auch jetzt jede Krankheit zu heilen, wenn er das denn will. Gott kann jede Krankheit heilen, wenn es denn seiner Wille entspricht. Nichtsdestotrotz muss er das nicht tun. Wir leben in einer Welt, die von Sünde geprägt ist. Aber wir sind nicht hoffnungslos, sondern der Sohn Gottes kam zu uns, hat sich geopfert, wodurch wir ewiges Leben haben. Und er hat versprochen, dass all das wird ein Ende haben. Wir sehen in Offenbarung, dass Gott eine neue Erde, neuer Himmel, neue Erde machen wird. Und wir sehen auch, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass wir, wenn wir denn gestorben sind oder die Toten, die an ihn geglaubt haben, die werden einen verherrlichten Körper bekommen. Was ist das? Ein verherrlichter Körper ist ein Körper, das niemals verwischt, das sich nie wieder ändert, das niemals krank wird. Und die Bibel sagt, er wird unsere Tränen wegwischen. Wir werden kein Leid mehr haben, wir werden keinen Mangel mehr haben, wir werden keinen Tod mehr haben, sondern alles wird genau so wie vorher. Alles wird perfekt, genau wie Gottes Intention von vornherein war. Aber jetzt, solange es noch nicht so weit ist, werden wir immer noch Krankheiten erleben, wir werden immer noch Tod erleben, wir werden immer noch Leid erleben. Und trotzdem wird Gott sich trotzdem zeigen, in diesem Leid wird er uns begegnen. Verstehst du, in unserem Mangel wird er uns begegnen. Und so weiter und so weiter. Das steht ja auch drin, da wo ich schwach bin, bin ich stark, da ich ja die Gnade Jesu spüre. Aber er hat auch gesagt, alle Tränen, alle Leid und alle Schmerzen wird eines Tages vergehen in sein Reich. Das ist ja auch eine Art wie eine Prohezeiung. Das heißt auch, zum Beispiel Hiob, es gibt viele Bibelstellen und auch im Neuen Testament. Er hat sich zum Beispiel immer Leute ausgesucht, die irgendein Handicap hatten. Depression, zwischengeistig, körperliche Beeinträchtigungen. Wenn du mal die ganzen Geschichten in der Bibel liest, wirst du immer erkennen, da waren Leute, die hatten immer auch irgendwelche Krankheiten gehabt oder irgendwelche Handicaps. Oder warum ist denn meine Seele betrübt? Oder wo der eine in dem Berg war und auf einmal kam ein Schmerz und da hat sich die Schmerz vergehen. Wer hat denn so einen Schmerz gehabt oder so eine Trauer, dass er sich am liebsten umführen wollte? Es steht auch ein Rauch in der Bibel drin. Das muss man auch erkennen. Richtig, richtig, ja. Aber auf jeden Fall danke für deine Punkte. Ja, mein Bester. Ich nehme dich wieder runter. Also ich sage euch nochmal, ich sage euch mal Diagnose. Also ich habe den Asperger-Syndrom, emotionale Instabilität, Persönlichkeitschirung, Inklusivität. Das kommt mit einer Trauma, den ich früher erlebt habe. Ich habe gewisse Erlebnisse erfahren. Dann habe ich eine Abhängigkeitschirung, multiple Substanzen, seit vier Jahren, ich habe bald Blütenkantin. Und ich habe eine kaputte Lunge und auch gewisse andere körperliche Leiden. So, körperlich kann ich zum Beispiel sagen, einiges kommt auch von dem Drogenkonsum und anderes kommt nicht von dem Drogenkonsum. So, und trotzdem weiß ich, durch seine Gnade, auch wenn ich schwach bin, bin ich stark durch ihn. Und das ist halt krass. Richtig, richtig. Ja, Mann, danke für dein Zeugnis, mein Bester. Gott segne dich und ich werde auf jeden Fall für deine Situation beten, dass... Guck mal, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sollten trotzdem nicht die Hoffnung verlieren und sagen, okay, ich bin jetzt krank, deswegen werde ich krank bleiben. Sondern, klar, du kannst trotz deiner Krankheit zu Gott beten. Du kannst dran glauben, dass Gott dich jetzt auch heilen kann. Verstehst du, was ich meine? Genau, mein Sohn, guck mal, wenn ich hier einfach was dazu sagen kann, gerade, ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn es da um meine Verlobte geht. Wie gesagt, es ist keine Grippe oder sowas, sondern es ist eine nervlich bedingte Krankheit. Und sie wacht trotzdem jeden Morgen auf und das Erste, was sie macht, ist, sie sagt, danke, Herr, dass ich heute wieder leben darf. Danke, dass ich noch einen Tag hier auf dieser Erde habe. Und das ist einfach das Wichtige, was wir machen. Wir müssen unsere Zuversicht auf Christus legen, nicht auf diesen Körper, den wir haben. Ob er gesund ist oder krank ist, spielt keine Rolle. Dein Geist ist gesund geworden, indem du an den Messias glaubst, indem du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Da ist dein Geist wieder gesund geworden. Und alles andere spielt keine Rolle, ob du körperlich krank bist oder nicht. Sondern wir sprechen jetzt hier ganz normal. Und das, obwohl du mich vor eineinhalb Wochen noch auf das Übelste beleidigt hast und mir Dinge vorgebracht hast. Jetzt geht das mal so los. Nein, nein, du hast gesagt, die schlurten worden. Ich sag dir das jetzt einfach nur, wir reden einfach auf einer ganz normalen Basis. Wenn du ganz normal Fragen stellst, dann können wir auch ganz normal miteinander sprechen. Ich bin doch nicht da, um mit dir zu streiten oder irgendwas anderes. Das ist doch gar nicht mein Anliegen. Weißt du, was ich meine? Was ich dir einfach damals schon sagen wollte, war die Krankheit, die du hast. Oder die Krankheiten, die du hast. Lass die nicht in den Vordergrund treten. Lass die nicht Grund dafür sein, um mit anderen in Diskussionen oder in Streit zu geraten. Konzentrier dich voll und ganz auf Jesus Christus und alles andere. Lass lebensächlich sein. Genau das tut auch meine Verlobte auch. Und genau deswegen sag ich euch das jetzt gerade, dass sie eben krank ist und trotzdem jeden Tag Dankesagt und trotzdem jeden Tag in der Bibel liest und trotzdem jeden Tag versucht, Gemeinschaft zu haben. Und genau das ist das, was ich auch dir mitgeben will. Lass deine Krankheiten beiseite und so weiter und so fort. Versuch das nicht in den Vordergrund zu schieben, sondern versuch, Jesus Christus in den Vordergrund zu bringen. Also ich tue meine Krankheiten nicht in den Vordergrund zu schieben. Ich gehe nicht genug offen damit um. Und viele verstehen das einfach nicht, so wie ich bin. Und viele verstehen mich auch einfach falsch. Und das ist auch das im Internet. Viele Leute werden falsch verstanden, weil man nicht ein persönliches Live-Gespräch hat. Das ist ein Unterschied. Es wird sehr viel auf Internetplattformen falsch verstanden. Und das ist einfach, das ist nun mal die Fakt. Zum Beispiel meine Familie ist von Krankheiten geprägt. Mein Vater hat Krebs. Die Niveau ist rausgenommen worden. Er ist fast gestorben an der Operation, weil er zweieinhalb Blätter verloren hat. Meine Tante ist an Gipsch gestorben. Wir haben einen Schlaganfall. Wir haben noch andere Vorerkrankungen. Dann ist meine andere Tante an Gipsch gestorben. Also dann haben wir noch eine geistige Behinderung in der Familie. Meine Tante ist sehr geistig behindert. Wir haben viele Vorerkrankungen. Okay, Leute, Leute, lass uns bitte dieses Gespräch beenden, weil ich möchte mich auf was anderes fokussieren. Sonst werden wir von dem Thema abkommen. Wir sind jetzt schon seit 10 Minuten von dem Thema abkommen. Ich habe deinen Punkt verstanden. Ich denke, die Leute hier haben auch deinen Punkt verstanden. Ich bete für dich auf jeden Fall und ich hoffe, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Aber lass uns jetzt das Evangelium erstmal proklamieren. Okay, weil hier sind viele Muslime, die das Evangelium heilen müssen. Okay. Na gut, danke. Noch mal fürs Zuhören. Danke. So, was geht Wahrheit? Was geht, Bruder? Alles fit? Alles bestens bei dir? Ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber es ist alles kein Problem. Was liegt auf dem Herzen? Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Moment. So, besser? Ja, jetzt. Katastrophe momentan. Nein, wir sollen ja intensiv die Schrift studieren. Und Gott ist ein Gott, der uns über viele Wege, auch über den Heiligen Geist, immer sehr viel Erkenntnis gibt. Und einer der wichtigsten Punkte ist einfach, dass Gott von uns seine Aufmerksamkeit möchte. Er möchte nicht, dass wir uns ablenken. Denn in der Ablenkung vergessen wir eine ganz wichtige Sache. Wir sind nicht Christen geworden, weil wir das wollten, sondern weil er den Zeitpunkt dieser Bekehrung, dieser Erkenntnis festgelegt hatte. Gott sagt selber, er weiß, wer zu ihm kommt. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, deswegen ist die Aufgabe eines Christen, egal bei Krankheit, Anfechtung, auch in der Sünde, dass wir aufmerksam sind, dass wir in Demutshaltung sind, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir in die Stille gehen, in der Anbetung und dass wir warten. Wir müssen auf Gott warten, nicht Gott wartet auf uns. Das ist ganz wichtig, Mensa. Und das ist etwas, was heutzutage auch in vielen Gemeinden nicht thematisiert wird. Genau das Thema, dass viele sagen, ja, viele verstehen meine Meinung und Ansicht nicht. Das interessiert nicht. Das interessiert einfach nicht. Hier geht es nicht darum, ob ein Mensch deine Ansichten oder Meinungen interessiert. Hier geht es darum, wie du schon gesagt hast, lieber Bruder, dass wir die Bibel und ihre Wahrheit proklamieren. Das ist das Wichtige. Weißt du? Und das ist der Punkt auch bei Krankheit. Zum Beispiel, ihr habt das eben wunderschön angesprochen, Mensa. Ich will dazu nur zwei biblische oder drei biblische Fakten ansprechen. Der erste biblische Fakt ist ja auch, dass Satan aus dem Himmel gefallen ist. Dann geht es um unsere eigene Sünde, die wir selber begehen. Und dann davon umzukehren. Gott sagt nicht ohne Grund schon zum Volk Israel, wenn ihr auf meine Satzungen und Gebote hört, dann wird es euch gut gehen. Nein, das sagte er nicht, weil er dann die Menschen nicht so unrecht behandelt hat. Nein, sondern weil Gott immer eine Sache wollte. Gehorsam kannst du in jeder Religion finden. Das ist blind. Aber Liebe passiert nicht aus blindem Gehorsam. Es passiert aus der Anerkennung und Wertschätzung für etwas, was für dich getan wurde. Und das ist Agathe-Liebe, Mensa. Und das ist das, was Gott für uns tat. Und wenn wir sagen, wir sind krank, Bruder, dann sagt Jesus, nein, ihr seid nicht krank, denn ich habe den Tod überwunden. Wenn wir sagen, wir sind schwach, dann sagt Jesus, nein, ihr seid nicht schwach, denn mein Geist lebt auch in euch. Verstehst du, das ist das, was Christus sagt. Ihr Kleingläubigen, wann wollt ihr endlich mal begreifen, dass wenn ihr glaubt wie ein Senfkorn, dass ihr sagen könnt, dieser Berg soll sich ins Meer stürzen und es würde passieren. Wir sind in den letzten Tagen, Mensa. Wann Jesus kommt, weiß keiner. Das weiß der Herr allein. Aber du kannst eine Sache nicht von der Hand weisen, Bruder. Dass 2023, genauso wie die letzten Jahre, immer schlagartiger wird. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht streiten, wie du schon sagst, dass wir das Wort Gottes verbreiten. Und ich möchte ein Bibelferst dazu nur kurz zitieren, Bruder, und dann will ich dann auch dir wieder die Bühne überlassen, Bruder. Der steht beziehungsweise in Sprüche 3, 5 drin. Da steht ein wunderbarer Satz drin. Auf dem Thema Krankheit, Tod, Elend. Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Was uns da gerade die Bibel sagen will, ist, Mensa, der Teufel wird versuchen, über Menschen, über Eindrücke, Gedanken, immer wieder uns von diesem Weg abzubringen. Jesus aber, der der gute Hirte ist, gab ja sein Leben. Alle, die danach vor ihm kamen und nach ihm kommen werden, sind räuberische Wölfe. Er ist König. Und das ist das Mensa. Das will ich nur damit sagen, weißt du, Bruder. Ich bin jetzt lange Zeit nicht in TikTok gewesen, weil ich kriege eben immer diesen Disrespect und so mit, weißt du. Und ich denke mir einfach so, ja, okay, der Muslim glaubt es eben an sein Buch. Aber hier geht es nicht an ein Buch zu glauben. Hier geht es darum, um Christus kennenzulernen. Und das ist das, was die Gemeinden verpassen, die meisten. Verstehst du? Wir reden immer nur über Christus, Christus, Christus. Ja, aber was hat Christus für uns getan? Was ist denn die Identität des Heiligen Geistes? Wer ist denn Jesus laut im Alten Testament, außer der Messie? Das sind all diese Punkte, Bruder, weißt du? Und wir sollen da eifrig sein, der Schrift nach. Und deswegen wollte ich das einfach mal kurz teilen, weil ich höre das immer wieder vermehrt, ja, ich bin krank, ich habe mit Sünden oder mit Süchten zu kämpfen. Ja, wenn du mit Sucht zu kämpfen hast, dann denk an Hiob, denk an Paulus bitte. Paulus hat den Herrn gebeten. Und was sagt der Herr? Du dir an meiner Gnade genüge. Das sagt alles aus. Egal, was wir jetzt gerade hier leiden und was uns auch passieren wird in Zukunft, Mensa. Amen, Amen. Sein Wort ist sein einzige Wahrheit und sein Gesetz. Gott hat auf seinem heiligen Namen geschworen. Nicht damals nur zu Israel, sondern auch am Kreuze hat er es vollbracht. Und das ist das, Mensa. Gott hat damals nur zu einer Person geredet, dann zu einer Personengruppe, dann zu seinem Volk. Heute möchte er mit jedem reden. Dafür müssen wir aber ein verständiges und hörendes Herz haben. und niemals vergessen, kommt in Demut zu Gott. Amen. Bruder, ich wollte mich nur ganz kurz verabschieden, weil ich steige jetzt gleich in den Zug ein, dann wird es extrem laut. Okay, Bruder. Gottes Segen. Ich wünsche euch Gottes Segen, Gottes Frieden. Möge der Friede des Herrn Jesus immer in euren Herzen wohnen. Lasst euch nicht verwirren von irgendwelchen Dingen, sondern liest die Bibel. In dem Sinn, Maranatha. Ciao, ciao. Ich wünsche dir und deiner Familie Gottes Segen. Vielen Dank. Danke, Bruder. Ja, Wahrheit. Danke auf jeden Fall für deine Worte. Ja, wirklich stark gewesen. Daher segne dich. Ja, Bruder, das ich auch auf jeden Fall dich auf jeden Fall auch. Danke, dass du mich reingenommen hast. Ich wünsche euch einen gottgesegneten Tag im Namen Jesu und bitte noch eine Sache, Mensa. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Denkt daran, jeder von uns hat Schuld auf sich geladen und laut der Bibel müssten wir laut der Schuld sterben. Aber vergesst eine Sache nicht. Wenn Christus nicht gekommen wäre, gäbe es Sünden, nachdem wir im Alten Testament hätten sterben müssen, gesteinigt werden müssen. Christus nahm alles auf sich. Warum war die Finsternis da? Weil in dieser Zeit das größte Wunder geschah, was die Menschheit sich vorstellen konnte. Ihr wollt Liebe? Die ist bei Jesus. Ihr wollt Vergebung? Sie ist bei Jesus. Alles, was ihr in dieser Welt sucht und was ihr braucht, ist bei Christus. Es kommt auf euch und auf mich und auf jeden anderen an, ob wir das in Anspruch nehmen. Aber bitte lasst euch nicht immer wieder nur sagen, Ja, wenn du den Fehler machst, kannst du kein Kind Gottes sein. Du bist kein Richter, du bist kein Henker, Gott ist der Richter. Gott hat dich vorhin gesprochen. Und deswegen schau auf Christus. Das kann ich dir immer wieder nur sagen, denn wir Menschen kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen Blut und Fleisch. Und das ist die Wahrheit. Amen. Ja, lieber Bruder, ich küsse dein Herz. Ich danke dir nochmal, dass ich reinkommen durfte und wünsche dir einen Segen im Tag. Schöne Worte, schöne Worte. Gottes Segen. Tochter, Schwester, der Herr Siegner euch. Hallo, Prinzess. Hallo, hallo zusammen. Hi. Danke, dass ich hier rein durfte. Ich möchte einige Fragen stellen. Ja, ich bin selber Muslim und meine Fragen, also vorab, ich möchte keine Kritik oder keine Diskussion sowas. Ich möchte nur verstehen einige Sachen, dass wir mich nicht verständlich sind. Und ich frage nur, weil ich möchte wissen, woran so viele Menschen, so viele Christen glauben und wie das für denen nachvollziehbar ist. Also versuchen möchte ich das zu verstehen. Also hier steht es, Jesus ist Gott. Also ich habe von, also mein Wissen ist sehr beschränkt. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, bitte. Also hier steht, Jesus ist Gott. Und ich habe auch von anderen mitbekommen, dass es irgendwie drei Gott gibt. Nein, drei Einigkeit, Trinität. Also die erste Frage ist, diese Dreieinigkeit, das ist für mich gar nicht verständlich. Wie könnt ihr das erklären, dass ich es auch verstehe? Weil für mich können drei nicht eins sein. Also ja, ich verstehe dich vollkommen. Das Ding ist ja, dass wir nicht über einen Mensch reden, sondern wir reden über Gott. Und Gottes Existenz an sich ist ein Wunder. Was meine ich damit? Gott existiert schon seit der Ewigkeit. Das ist ein Wunder. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Das ist ein Wunder. Gott ist allmächtig. Das ist ein Wunder. Gott ist allgegenwärtig. Es ist ein Wunder. Gott kann alles hören zur gleichen Zeit. Das ist ein Wunder. Und genauso existiert Gott als Geist in drei verschiedenen Personen. Auch das ist ein Wunder. Ja, wir werden nicht alles auf Anhieb verstehen, aber nur weil wir etwas nicht verstehen, heißt es nicht, dass es falsch ist, sondern wir müssen immer wieder wissen, wir reden gerade über Gott. Und deswegen ist unser Verstand nicht in der Lage, alles zu verstehen, wenn es um Gott geht, sondern wir müssen ihn so annehmen, wie er sich präsentiert. Und dieser Gott, der lebendige Gott, hat sich nun mal so präsentiert. Und ob wir das verstehen oder nicht, wir müssen das annehmen. Also, Annahme, das ist die Lösung. Und die Christen glauben auch, dass Jesus dann gestorben ist. Und heißt das auch, dass Gott ist Gestorbene? Nee, also das ist auch im Islam so und auch im Christentum und auch im Jüdentum. Wenn jemand stirbt, der Tod bedeutet nicht, dass du aufhörst zu existieren, sondern der Tod bedeutet lediglich, dass du deinen Ort wechselst. Was meine ich damit? Das heißt, dein Körper stirbt hier und dein Geist geht woanders hin. Okay? Das heißt, wo Jesus gestorben ist, nicht Gott ist gestorben, sein Geist ist ja auch nicht gestorben, sondern sein Leib ist gestorben. Er hat sein Leib geopfert, aber sein Geist hat weiterhin existiert. Genauso wie wenn du stirbst oder wenn ich sterbe, ich werde nicht aufhören zu existieren, sondern mein Geist oder meine Seele geht woanders hin zu Gott. Ja, also in meiner Religion habe ich, also wir respektieren und glauben an Jesus als ein Prophet und die Muslimen, die glauben, dass Jesus ist nicht gestorben, sondern er ist irgendwie im Himmel jetzt, er ist nicht gestorben und er kommt wieder. Es ist im Christentum auch so, dass Jesus zurückkommt. Richtig, richtig, richtig. Also das, was im Koran steht, vieles im Koran ist leider nicht die Wahrheit. Der Jesus ist gestorben. Es gab Augenzeugen, die davon berichtet haben, dass er gestorben ist, die auch davon berichtet haben, dass die ihn wieder lebendig gesehen haben, nachdem er beerdigt wurde. Und dieser Jesus ist halt jetzt im Himmel. Er ist jetzt im Himmel und er wird irgendwann zurückkommen, aber wenn er zurückkommt, dann kommt er, um die Welt zu richten. Das heißt, er wird Menschen richten, die ihn abgelehnt haben als Erlöser. Auch Muslime oder auch Atheisten oder wer auch immer. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass Jesus euch richtet. Jesus selber will nicht, dass ihr gerichtet werdet. Er will, dass ihr gerettet werdet. Und deswegen hat er uns jetzt alle eine Gnadenzeit gegeben und Menschen wie uns, Christen, in die Welt hinaus gesandt, um diese Botschaft zu erzielen, dass er in der Tat für die Sünden der Menschen gestorben ist und dass man durch sein Glaube gerettet wird. Das heißt, wenn er zurückkommt, dann kommt er nicht irgendwie als Moslem, so wie die Muslime glauben oder so. Die Muslime glauben ja, wenn er kommt, wird er irgendwie gegen die Christen und gegen die Juden kämpfen, aber das stimmt nicht. Wenn er kommt, dann kommt er, um die Ungläubigen zu richten. Und er kommt, um die Gemeinde, um die Gläubigen zu retten, zu sich zu holen. Also dann glaubt ihr, dass Jesus hat sich für die Sünden andere geopfert. Also bedeutet das, dass die Menschen, dass jetzt Christen sind und an Jesus glauben, als Gott an Jesus glauben, die haben jetzt keine Sünden mehr? Also wie ist das so? Richtig, also sagt dir Führungszeugnis was? Führungszeugnis, sagt dir was? Ja. Du hast so früher, wenn du dich auf, es gibt bestimmte Arbeitsstellen, wenn du dich bewirbst, du musst dein Führungszeugnis nachweisen und darauf kann, dein Arbeitgeber kann gucken, okay, was hast du schon mal für Scheiße gebaut, sag ich mal so. Und so musst du dir vorstellen, dass wir Menschen, wir haben ein Führungszeugnis, worauf unsere ganzen Sünden notiert werden. Das heißt, wenn wir sterben und wenn Gott uns richtet, wird er uns danach richten. Es sei denn, wir nehmen Jesus Christus an. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann ist dein Führungszeugnis leer. Warum? Weil alles an Sünden, die wir begangen haben, hat ja Jesus schon auf sich genommen. Und das heißt, du als Gläubiger an Jesus Christus hast dann ein weißes Blatt, ein leeres Führungszeugnis. Und damit kannst du vor Gott bestehen und damit kannst du vor Gott treten. Aber wenn du Jesus nicht hast, dann ist dein Führungszeugnis immer noch voll und du musst selber dich vor Gott verantworten und du wirst nicht in der Lage sein, mit Gott ins Gericht zu bestehen. Weil eine Sünde reicht, dass Gott dich verdammt. Und wenn du ehrlich bist, ich glaube, du hast gestern gesündigt. Ich habe auch gestern gesündigt. Wir haben diese Woche, keine Ahnung, wie oft gesündigt. Und wenn du allen mit diesen Sünden vor Gott stehst, dann hast du gar keine Chance. Aber wenn es so ist, also wenn man als Christ ein leeres Blatt hat, was ist denn mit Gerechtigkeit? Also es gibt auch Menschen, die anderen Menschen wehtun. Wo bleibt dann die Gerechtigkeit, wenn die Menschen für schlechte Taten später nicht irgendwie bestraft werden oder so. Was ist da mit Gerechtigkeit? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Gerechtigkeit ist ja, wie du gerade gesagt hast, Gerechtigkeit ist, dass jeder Mensch für seine Sünden bestraft wird. Deswegen werden ja Ungläubige bestraft. Aber das, was wir haben, ist Gott sei Dank nicht Gerechtigkeit. Was meine ich damit? Christen erfahren keine Gerechtigkeit, sondern Christen erfahren Gnade. Die Bibel nennt es Gnade. Das heißt, eigentlich verdienen wir ebenfalls Gottes Strafe, aber aus Gnade sind wir gerettet. Was ist Gnade? Gnade ist, dass Gott uns vergeben hat und Gerechtigkeit ist, dass der Sohn Gottes diese Strafe auf sich genommen hat. Das heißt, Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit wurden in Jesus Christus erfüllt. Wenn du Jesus ablehnst, dann erfährst du nur Gottes Gerechtigkeit und das bedeutet, du gehst safe in die Hülle. Wenn du Jesus aber annimmst, dann erfährst du Gottes Gnade und das heißt, dass du Vergebung Gottes bekommst, weil Jesus schon deine Strafe auf sich genommen hat. Aber das kann ich verstehen mit Gnade, aber diese Gnade, zum Beispiel, wenn jemand, keine Ahnung, jemand kommt und bringt einen Familienmitglied von mir um, das ist eine sehr schreckliche Tat oder sowas und später wenn diese Person begnädigt wird, ist es dann trotzdem nicht ungerecht gegenüber die Person oder das Leid von der Familie oder von diesem toten Person. Gnade und Gerechtigkeit, das müsste vielleicht nochmal etwas besser gehen. Das hast du so oder so. Komm mal, du musst dir vorstellen, ob im Islam oder im Christentum, du hast dieses Problem sowieso. Im Islam ist es sogar noch schlimmer, im Christentum, wie gesagt, hat Jesus ja dafür bezahlt, weil am Ende des Tages, du musst dir vorstellen, jede Sünde, wenn ich jetzt sündige, wenn ich von dir etwas klaue, dann erstens, in erster Linie habe ich gegen Gott gesündigt. Warum? Weil ich Gottes Gesetz gebrochen habe, weil Gott ist ja derjenige, der das Gesetz gegeben hat, das man nicht klauen sollte. Das heißt, wenn ich sündige, dann liege ich in Gottes Schuld. Und dir persönlich auch, also du persönlich kannst mir vergeben, du persönlich kannst Vergebung, über mich aussprechen, aber es kann vorkommen, dass du mir nicht vergeben kannst. Verstehst du? Aber ich bin dann nicht auf deine Vergebung angewiesen, sondern ich bin an Gottes Vergebung angewiesen, weil es ja sein Gesetz ist. Verstehst du? Wenn du mir nicht vergibst, sagt die Bibel, wird Gott auch dir deine Sünde nicht vergeben, weil du bist ja auch nicht perfekt, du hast ja auch schon mal gegen Gott gesündigt, du hast ja auch schon mal gegen andere gesündigt. Verstehst du? Also das heißt, wenn du selber Vergebung von Gott empfangen willst, dann ist es sehr, sehr weise, dass du selber auch andere vergibst. Jesus selber hat ein Beispiel gegeben, er hat eine Geschichte erzählt von einem Mann, der hatte, ich glaube, eine Million Schulden oder so, jetzt ist ja ein Beispiel, also dieses Geld. Du musst dir vorstellen, dieser Mann hatte eine Million Schulden bei einem König. Und er ist zum König gegangen, er meinte, König, ich kann nicht bezahlen, eine Million ist zu viel. Und der König meinte, weißt du was, ich vergeb' dir, kannst du behalten. Aber dieser eine Mann, also dieser Mann, der Vergebung von dem König bekommen hat, jemand anderes hatte ihm Geld geschuldet, ich glaube, zum Vergleich, also im Vergleich, sage ich mal, 10 Euro. Jemand hatte Schulden bei ihm 10 Euro und dieser Mann hat darauf bestanden, dass er sein 10 Euro bekommt. Und diese Person, diese Person, die halt diese Schulden hatte, war nicht in der Lage, diese 10 Euro zu bezahlen. Und der Mann hat ihn Eiskalt ins Gefängnis geschmissen. Weißt du, was der König gemacht hat? Der König meinte, aha, okay, so bist du also, weißt du was, ich will auch meine 1 Million Euro zurück. Und genauso ist es bei Gott. Wenn du willst, dass Gott dir vergibt, dann solltest du auch andere Leute vergeben, die dir Unrecht getan haben. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Und in dem Fall sollten wir Christen halt zu Gott beten, dass er unser Herz verändert, dass er uns hilft, die Person zu vergeben. Deswegen reden wir Christen ja immer wieder von Liebe, Nächstenliebe, 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 etc. Trapipi. Verstehst du? Ja, kann ich, also bis jetzt komme ich klar, also verstehen. Meine nächste Frage, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, oder ich will auf keinen Fall irgendwie jemanden kritisieren, oder so, aber nur als Beispiel möchte ich sagen, jetzt nehmen wir an, Wir wissen ja alles, was im Zweiten Weltkrieg alles so passierte, so viele Menschen gestorben, und es wird ja Hitler als Hauptschuldiger bekannt gegeben für die schrecklichen Taten und so viele Tötungen und so. Also so was, so ein Mensch wie Hitler, wenn er ein Test war, kann er auch vergeben werden, also verdient so eine Person auch Vergebung, bekommt er auch Vergebung von Gott dann? Ja, das ist eine gute Frage, also ganz ehrlich, keiner von uns verdient Vergebung, keiner von uns, und das ist ja genau das Problem, guck mal, wir gucken uns Hitler an und wir sagen, guck mal, Hitler hat so und so viele Millionen Menschen getötet, also sind wir besser als Hitler, so denken wir immer. Wir denken immer, wir sind besser als die anderen. Wir denken immer, wir sind besser als Bin Laden, wir sind besser als Hitler, wir sind besser als diese und diese Person. Aber nee, die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt, alle, jeder Mensch, ob du Hitler bist, ob du jetzt Mensa bist, ob du wer auch immer bist, wir haben alle gesündigt, wir sind alle in Gottes Augen Sünder. Und wir alle verdienen keine Gnade. Gnade ist ja nicht verdient, sondern Gnade ist ja unverdient. Guck mal, wenn du mir Geld schuldest und ich sage, du kannst behalten, dann hast du ja nicht verdient, sondern du hast unverdient Gnade bekommen. Also ich habe dir geschenkt einfach. Und genauso ist Vergebung. Wenn Gott uns vergibt, dann macht er das aus Gnade. Er schenkt uns diese Vergebung. Und wenn du ein Geschenk bekommst, dann kannst du nicht sagen, ah, weißt du was, diese Person, Hitler, verdient dieses Geschenk nicht. Nee, das kannst du nicht sagen. Wer bist du denn, dass du das sagst? Verstehst du? Deswegen, ich verstehe das. Ja, Hitler, was er gemacht hat, ist schlimm, ist abscheulich. Keine Frage. Aber trotzdem, wir sind alle Sünder, wir müssen alle Gott um Vergebung bitten. Und wenn Hitler, sage ich mal, in seiner letzten Sekunde, sage ich mal, zu Gott um Vergebung gebeten hätte, dann würde ihn Gott vergeben. Aber ich glaube nicht, dass er das getan hat. Also im Islam ist es so, dass jemand für jede, auch Kleinigkeit, auch gute Taten und schlechte Taten, die man begeht, zur Rechenschaft gezogen wird. Also im jüngsten Tag, also für jede Tat. Auch gut, vielleicht egal, wie klein oder groß das ist. Aber genau das, dass im Christentum allen Leuten einfach so vergeben wird, dann kann man einfach, also ich bin jetzt zum Beispiel Christ, ich bin beruhigt, es gibt keinen Grund für mich, was Gutes zu tun. Ich kann machen, was ich will, weil ich am Ende sowieso vergeben werde. Das macht für mich also keinen Sinn, sowas. Ja, ich verstehe dich, aber warte mal, bevor ich darauf antworte, das heißt, du bist damit einverstanden, dass du in die Hölle gehen wirst, solange bist du deine Sünde abbezahlt hast und dass du dann erst danach sozusagen gerettet wirst. Glaubst du daran? Also, wenn es Gerechtigkeit geben sollte, dann ja, also ich muss für die schlechten Taten, die ich gemacht habe, dafür muss ich irgendwie bezahlen. Nicht nur jeder. Verstehe, verstehe. Und das ist das Problem, das ist das Traurige daran. Verstehst du das? Gott, guck mal, Gott bietet dir an, dass du nicht in die Hölle gehen willst. Weißt du, wie schlimm die Hölle ist? Die Hölle ist ein Ort, wo du nicht sein willst, glaub mir. Gott will nicht, dass ein Mensch in die Hölle geht. Er will, dass alle Menschen ungestraft gerettet werden. Und genau das bietet Jesus Christus. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der muss nicht, der ist schon ins Leben hineingetreten. Du musst nicht mehr in die Hölle gehen. Du bist frei. Das ist Freiheit. Aber wenn du wirklich dran glaubst, dass du als Moslem die fünf Säulen des Islams praktizierst, dass du für Allah lebst und trotzdem in die Hölle gehst, dann ist es sehr, sehr schade. Das ist traurig. Verstehst du? Und genau deswegen sagt ja die Bibel, dass Islam ein falsches Evangelium ist. Weil Gott hat uns eine frohe Botschaft gegeben, dass wir durch Glauben gerettet werden. Wir müssen nicht in die Hölle gehen. Verstehst du? Wir sind frei. Und jetzt hast du gesagt, okay, wenn es so ist, wenn ich eine Gewissheit habe, dass ich ja sowieso frei bin, dann kann ich ja machen, was ich will. Ist eine gute Frage, aber Christentum sagt komplett was anderes. Nämlich im Johannes 1, Vers 12 bis 13, da heißt es, wenn wir glauben, wir werden Kinder Gottes. Was heißt das? Das heißt, der Geist Gottes lebt in uns. Und dieser Geist Gottes wird uns verändern. Wir werden nicht mehr so sein wie früher, sondern wir werden so leben, wie es Gott gefällt. Wir werden nicht mehr diese Einstellung haben, ah, weißt du was, ich bin eh frei, also werde ich gegen Gott gesündigen. Nein, sondern ein Kind Gottes lebt wie ein Kind Gottes. Du lebst so, wie es Gott gefällt. Und das ist der Unterschied. Aber es gibt nicht viele Christen, die sich an die Regeln zum Beispiel vom Christentum halten. Oder es gibt Christen, die, also das Einzige, was sie vom Christentum haben, ist, sie glauben an Jesus als Gott. Das war es dann auch. Prinzessin, guck mal, wir reden gleich weiter. Du kannst gerne hier oben bleiben, weil du stellst sehr, sehr gute Fragen. Ich will mal kurz mit den anderen reden, kurz, ja? Ja, okay. Jesus, was geht? Ich bin Tito, das ist mein anderer. Tito, ja, Tito, du schon wieder. Wie geht's euch? Gut in dir. Ja, du. Okay, Tito, wie kann ich dir helfen? Bist du jetzt endlich Christ geworden oder nicht? Nee, nee, aber das, was du sagst und was die Lehre von Christentum ist, eigentlich findet man das nicht in der Bibel. Alles widerspricht dem Jesus, widerspricht dem Bibel. Das ist das Problem. Wir bleiben bei dem Punkt 1. Du hast gesagt, was ich gerade gesagt habe, findet sich nicht in der Bibel, ja? Hast du gerade gesagt, ne? Ja, das findet sich, in der Bibel findest du immer Sachen, die doppelt geschrieben sind. Einmal so und einmal so. Dann kannst du dir aussuchen, was dir passt. Tito, Tito, ich habe gerade gesagt, ne, dass wenn man glaubt, man wird ein Kind Gottes. Glaubst du, dass es in der Bibel steht oder nicht? Äh, das steht, das steht. Das heißt, aber dann, also, also, der Heilige Geist weist, führt dich und dann weißt du alles. Du brauchst keine Anwahrt, du brauchst niemanden. Das steht auch in der Bibel. Warte mal, Tito, 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 Tito. Zeig mal in der Bibel, ja, dass es heißt, wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du allwissend. Zeig mir mal bitte die Stelle. Dass wenn man den Heiligen Geist hat, man allwissend ist. Zeig mal bitte. Aber ich denke, du bist geführt von dem Heiligen Geist und du musst doch wissen, wo steht, dass der Heilige Geist durch die Menschen sprechen wird, wenn die irgendwie etwas gefragt werden, die brauchen keine Anwahrt, nichts. Der Heilige Geist wird durch die sprechen, oder nicht? Erstens, das stimmt nicht, wie du das gesagt hast. Ich weiß, dass es in Markus Kapitel 13 festgelegt wird, aber lass uns mal bitte kurz ausreden. Also, erstens, du hast diese Stelle falsch interpretiert. Zweitens, zeig mal bitte aus der Bibel, wo es heißt, dass wenn du den Heiligen Geist hast, dass du allwissend bist. Zeig mal bitte. Nicht alle wissen, aber du kannst doch... Du brauchst keine Anwalt. Du brauchst keine Anwalt. Da steht nicht, du brauchst keinen Anwalt. Ach so, Anwalt, weil da nicht Anwalt erwähnt wird. Da steht, alles was da steht, ist, dass Jesus zu den Jüngern spricht. Dann rede ich jetzt ganz anderes mit dir. Ich habe versucht zu reden, so wie die Prinzessin. Aber jetzt rede ich nur mit Fakten und Worten. direkt aus der Bibel. Und dann kannst du mir erklären, was hatte Gott gemacht zu denjenigen, die die Heiden in die Zelt bei Moses gebracht hat. Was hat Gott gemacht mit denen? Okay, Zitup, warte mal kurz, ich nehme kurz andere Gäste ran, weil bei dir dauert, glaube ich, lange. Ja, okay. Weil du lenkst mich gerade ab eigentlich, aber ich nehme da. Aber guck mal, wenn das jetzt deine Predigt ist, dann, okay, dann kann ich das verlassen. Kein Problem. Genau, komm mal bitte so in zehn Minuten nochmal, ja, bitte. Bruder Mensah, du musst auch seine Mission durchschauen, Bruder. Ja, ja. Deswegen ist du abdenken. Seine Mission ist nicht, Wissen zu sammeln, sondern, ja, genau. Ja, du weißt Bescheid. Genau. Tito, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Danke. Gottes Segen an dich und deine Familie, Tito. Das ist Gott wegen dich. Hallo, Siad. Hallo, hallo. Wie hört ihr mich? Ja, wir hören dich, wir hören dich. Wie geht's euch? Bestens und dir? Gut, gut, gut und dir? Gut, ich wollte eine Sache nur so gerade rücken, die eben falsch verstanden wurde, nämlich um den Islam, das Höllen- und Paradies-System quasi, also wie geurteilt wird. Wenn man beispielsweise, ich bin am jüngsten Tage des Gerichts, beziehungsweise eine Person X ist da und die hat, sagen wir mal, 100 Sünden, die nicht vergeben wurden, diesseits, aber 20.000 gute Taten, im Diesseits, dann ist das nicht so, dass sie diese 100 Sünden erst abbezahlen muss, um ins Paradies zu kommen, sondern sie kommen direkt ins Paradies. Nur das wollte ich klarstellen. Okay, das heißt, du als Muslim, du weißt sicher, dass wenn du jetzt stirbst, du bist im Paradies, ja? Nein. Sondern? Das weiß ich noch nicht. Hä? Aber du hast... Hä? Okay, warte mal, warte mal. Du hast jetzt gesagt, es ist nicht so, dass du für deine Sünden abbezahlen musst. Das heißt, wenn du jetzt Muslim bist, dann müsstest du theoretisch wissen, okay, wenn ich jetzt sterbe, komme ich ins Paradies, oder nicht? Guck mal, wenn ich mehr gute Taten habe, als Sünden, und als Muslim sterbe, dann komme ich ins Paradies. aber weil soll ich wissen, dass ich mehr gute Taten habe, als schlechte Taten. Weißt du, was ich meine? Okay, das heißt, es ist abhängig von deinen Taten. Ja, abhängig von meinen Taten, in diesseits, ob ich die Barmherzigkeit Gottes erreiche, oder nicht. Okay, und wenn du mehr Sünden hast, als gute Taten, was dann? Spielt dann Gottes Barmherzigkeit noch eine Rolle, oder nicht mehr? Dann ist das so, dass ich die Sünden erst abbezahlen muss, sodass meine guten Taten mehr wiegen. Also musst du dann in die Hülle gehen und dann abbezahlen und dann wieder zurückkommen? Ja, so quasi. Okay. Und Bruder Mensah, kann ich kurz was dazu sagen? Ja, machen wir. Okay, Bruder, bist du Sunite? Ja. Okay, dann ist es eigentlich falsch, was du gesagt hast, denn es gibt ein Hadith, wo Aisha berichtet, dass ein Kind gestorben ist, ein kleines Kind, ein Säugling, ja, und sie hat gesagt, Inshallah, in Jannah, ja, also Inshallah, im Himmelreich. Mohammed hat ihr gesagt, nein, sagt das nicht, das muss nicht sein, denn Allah hat schon in den Lenden des Vaters entschieden, ob dieser Same in den Himmel oder in die Hölle kommt. Dieses Säugling, hat es gesündigt, mein Bruder? Oder das Säugling kommt ins Paradies. Wie bitte? Das Säugling kommt ins Paradies. Sehr, du zwingst mich gerade, diesen Hadith aufzumachen. Willst du das wirklich? Bruder, schlag doch auf, aber Bruder, es gibt manche Menschen, bei denen ist es garantiert, dass sie ins Paradies kommen. Wie bei der Säugling? Ich habe dir gerade gesagt, ein Säugling, wo Aisha gesagt hat, so Inshallah, im Paradies, aber Mohammed hat gesagt, sag das nicht, denn es wurde schon entschieden, ob es im Paradies ist oder in der Hölle. Ich glaube, es steht sogar noch schlimmer, und zwar dieses, nur, es muss nicht sein, dass es im Paradies ist, es könnte auch in der Hölle sein. Denn genau, an das kann ich mich erinnern, denn Allah hat schon entschieden, in den Lenden des Vaters, ob der Säugling in den Himmel oder in die Hölle kommt. Ja, aber trotz dessen, weil er als Säugling gestorben ist, kommt er ins Paradies. Sie hat, wenn Aisha sagt, Inshallah, im Paradies, dann sagt doch Mohammed, ja, natürlich ist es im Paradies, wenn diese Aussage, die du getätigt hast, stimmt, aber sie stimmt nicht. Ja, da muss ich kurz einen Hadith raussuchen, einen authentischen Hadith, wo steht, dass Säuglinge bzw. Kinder, die sterben, ins Paradies kommen. Du hast mich jetzt gezwungen, aufzustehen. Aber Mensa, du kannst mal weitermachen. Genau, ich nehme mal kurz Arken hoch und danach mache ich mit Prinzess weiter. Oder Prinzess, willst du was sagen? Ja, ich möchte zu dieser Sache im Hadith raussuchen. Ich bin selber Muslim, aber was ich sehr problematisch finde, ist, dass viele Menschen, auch viele Muslimen, die argumentieren mit dem Hadith, aber es ist ein Problem, es gibt ein Problem, dass viele Hadith, man kann nicht vorher sagen, oder man kann sich nicht, nie sicher sein, dass diese Hadith wirklich von Mohammed, der Prophet, stammen. Das ist ein großes Problem und deswegen glaube ich, dass man muss immer gucken, man muss immer schauen, ob Hadith, dass man irgendwie was zitiert, mit dem Koran, dass das Heilige Schrift von Islam ist, übereinstimmt. Wenn es tut, dann kann es sein, dass es vom Propheten stammt, aber wenn es nicht tut, dann gar nicht vom Propheten, weil Prophet befolgt ja dem Koran und was dem Koran widerspricht, kann nicht vom Propheten kommen. Also, das war das nur. Siyad? Es gibt viele, es gibt sehr viele Bücher, vor allem Hadith, aber man kann sich nie sicher sein, inwieweit welche von denen richtig, wirklich von Propheten sind. Okay, ich wollte dir eigentlich ganz kurz etwas dazu sagen und ich wollte wissen, ob Siyad mir recht gibt, aber der ist gerade nicht da. Und zwar folgendes, es gibt drei, als Sunnite musst du die Hadith annehmen, solange sie authentisch sind. Es gibt drei Klassifizierungen, es gibt Sahih, also wahrheitsgemäß, es gibt Hassan, das heißt, das bedeutet gut und es gibt Daif, das bedeutet schwach. Alle Sahih, also wahrheitsgemäßen, authentischen, musst du als Sunnite, Sunnitin annehmen, musst du. Okay, es gehört nämlich zu Sunna, deshalb kommt Sunnitentum, von Sunna kommt ja Sunnitentum. Du musst dich an die Sunna des Propheten halten, plus die Tafasir, also die Gelehrte, die die Koranverse auslegen. Da gibt es bestimmte sunnitische Gelehrte, an die du dich halten musst. Ich habe den Hadith gefunden, okay, ich weiß nicht, ob Siad jetzt noch erscheint, anscheinend. Sie hat es noch da, Sie hat es noch da, ich glaube, er ist weg, ich nehme ihn raus und dann, das ist aber egal. Bruder, ich werde diesen Hadith trotzdem zeigen. Genau, ja, mach mal. Okay, 2662, also Sahih Muslim, das heißt, das ist ein komplett authentischer Hadith, dadurch, dass er von Sahih Muslim ist. Sahih Muslim ist bekannt. Okay, auf jeden Fall, wenn du erlaubst, Bruderherz, mach mich mal groß. Ah, okay, danke. Okay, so, also. So, nochmal hier, Sahih Muslim, ja. Allahs Gesandter, es gibt Glück, also von Aisha erzählt, Aisha, the mother of the believers, said that Allahs Messenger was called to lead the funeral prayer of a child of the Ansar, von den Helfern, ja. Also, funeral ist, aber mein Freund, das ist der Koran, das ist nicht der Koran. Ganz kurz. Aber nur, dass der Koran sagt viel. Bruder, Mensah, das ist der Typ, der ist Koranit, Bruder, der glaubt, der ist ein Prophet. Okay. Auf jeden Fall, alle kennen den, das ist Mohammed Judi, Leute. Auf jeden Fall, Allahs Gesandter, es gibt Glück für dieses Kind. Das sagt Aisha, dass ein Vogel aus den Vögeln des Paradieses ist, weil es keine Sünde begangen hat, noch hat es das Alter erreicht, in dem man Sünde begehen kann. Er sagte, Aisha, pro Abenteuer, also pro Adventure, ja, also, kann es anders sein, weil Gott für das Paradies diejenigen geschaffen hat, die dafür geeignet sind, während sie noch in den Lenden ihres Vaters waren und für die Hölle diejenigen geschaffen hat, die in die Hölle gehen sollen. Er erschuf sie für die Hölle, während sie noch in den Lenden ihres Vaters waren. Also ganz ehrlich, es tut mir leid, aber das ist eine Frechheit zu lesen, das hier steht. Sie wurden, okay, er sagte, es kann anders sein, weil Gott für das Paradies diejenigen geschaffen hat, die dafür geeignet sind. Dabei handelt es sich hier um ein kleines Kind. Und sie sagt noch, das Kind hat, es ist ein Vogel vom Paradies und es hat noch nicht mal das Alter erreicht, ja. Alles gut. Danke. Aber ich verstehe Siyad. An der Stelle von Siyad wäre ich jetzt auch rausgegangen, ehrlich. Ja, was soll man sonst dazu antworten? Deswegen, Prinzess, also guck mal, komm zu Christus, wirklich Prinzess, weil Jesus Christus ist, du hast durch ihn allein Erlösung, verstehst du? Wir sind nicht hier, um euch zu provozieren, sondern wir sind hier, um euch den Weg zu zeigen, wodurch ihr wirklich Frieden mit Gott bekommt. Islam gibt euch keinen Frieden. Islam lenkt euch von dem wahren Gott ab. Und das ist das Problem. Also ich persönlich, naja, ich denke nicht an Konvertierungen und so. Ich wollte nur, mir ging es um das Verständnis, weil ich lebe ja hier zur Zeit in Deutschland, seit einigen Jahren und mich interessiert es einfach, woran so viele Menschen, die in meiner Nähe, in meiner Nachbarschaft, überall hier wohnen, woran sie glauben. Ich wollte ihr Glauben verstehen und nachvollziehen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Gute Einstellung. Sehr gute Einstellung, wirklich. Warte mal ganz kurz, Arkin, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was liegt dir auf dem Herzen, mein Bester? Sorry, ich bin etwas krank. Erstmal Gottes Segen an alle. Ich wollte Prinzess eigentlich nur was fragen zu ihrem Beispiel, also was sie vorhin gebracht hat. Du hast gesagt, wo liegt die Gerechtigkeit, wenn ein Mörder zum Beispiel jemanden umbringt und ihm wird vergeben. Meine Frage so an dich, wie findest du das, wenn der, der umgebracht ist, er hat Jesus angenommen, er ist im Himmel und der Mörder sieht irgendwann ein nach langer Zeit, er braucht auch Jesus und er nimmt Jesus an und er vergibt ihn und die beide sehen sich wieder im Himmel. Was denkst du darüber, wenn ich dich fragen darf? Jemand wird im Morde? Richtig übel, Bro. Ja, man, die ist richtig übel, Alter. Aber warte mal ganz kurz, ich mach mal kurz einen Aufruf. Also, wenn hier Muslime sind, die gerne hochkommen wollen, ich mach mal bitte eine Anfrage, weil wir wollen, dass es fair ist, weil wie ihr seht, wir sind hier drei Christen, glaub ich, und ich hab jetzt sogar aus Not Tito hochgeholt, damit es zwei Muslime sind, damit es nicht heißt, dass die Christen gegen eine Frau sprechen oder so. Deswegen, Tito, bitte warte kurz, Tito, bitte warte kurz, Tito, bitte warte kurz, sonst muss ich dich wieder runternehmen. Siehst du? Wenn es Muslime gibt, die gerne mit uns reden wollen, eine respektvolle Unterhaltung, kommt einfach hoch und lass uns reden, damit es fair ist. Aber ich halte mich jetzt sowieso raus erstmal und lasse die anderen jetzt reden. Deswegen, ja, ich weiß, wer jetzt reden will, Prinzess oder Tito, du kannst gerne reden. Ich bitte dich nur, jedes Mal, wenn du mir sagst, dass ich mich stumm schalte, ich werde das machen, gerne. Bitte, schmeiß mich nicht raus. Jetzt werde ich... Ich halte mich jetzt raus, aber bitte, Tito, versprich mir, dass du jedem ausreden lässt und du wirst auch ausreden lassen. du sagst mir, oder jemand soll mir sagen, jetzt kannst du reden, jetzt kannst du nicht, mach mich stumm, oder was? Okay, okay, jetzt kannst du nicht, gegen deine Regeln verstoßen. Okay. Wenn das fair auf einer fair Ebene wäre, dann werde ich die Fragen, Sachen, dann müssen die auch antworten und ich auch, dass das auch fair bleibt, okay? Okay, Tito, aber ich hoffe auch, bitte. Okay, ich hoffe auch, dass du auch Fragen beantwortest. Okay, okay. Soll ich mir bitte sagen oder beweisen, ich habe diese komplette Muslim hier und diese Nummer, die er gesagt hat, ist einfach eine Lüge und die gibt es nicht in den Büchern. Okay, ich gebe dir die Nummer, Tito, ich gebe dir die Nummer. Gib mir große Kamera, ich zeige dir alle Bücher. Du hast alle Bücher? Du hast alle Bücher? Ja. Okay, dann nimm Buch 46, bitte. Nicht Buch 46, gibt es nicht, welche Nummer von dem Hadith? Okay, nimm Buch 46, bitte. Das ist Buch 7, ja? Da sind die Hadithe über 2000. Du hast gesagt, nimm bitte Buch 46. 2662. Tito, gib mir bitte die Kamera, ich zeige dir, dass diese Nummer, die letzte Nummer, bitte, bitte, ohne Lüge, Tito, Buch 46, bitte. Gib mir die Kamera, okay. Okay, Mensah, gib mir mal die Kamera, oder achso, da, ja? Letzter Hadith ist 2642. Nein, 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 Tito, das ist die Buch. Tito, Buch 7, Tito, nimm Buch 46, bitte. Ich muss ja was von Internet, behaupte es irgendwelche, Tito, nimm das Buch 46, sage ich dir. Du hast das Buch 7 in der Hand. Ja, welches Buch? Buch 46. Das, hallo, du durst nicht die Leute verwirren, und Lügen betreiben. Mensah, mach mich mal groß, bitte. Guck mal, das sind, äh, er meint, du hast das falsche Buch. Du hast das falsche Buch, mein Lieber. Okay, ich zeige dir jetzt was, okay? Hier. Okay? Das ist jetzt nicht zu 100.com, okay? Hadith Collection, ja, ich gehe sogar noch eine Seite zurück, okay? Wir haben hier alle, Abu Dawood, Sahih al-Bukhari, Sunan ibn Majah, okay, Sahih Muslim. Ich gehe hier auf Sahih Muslim, okay? Jetzt habe ich hier alle Bücher. Du hast welches Buch gezeigt? Du hast dieses Buch gezeigt, okay? Ohne Lügen, wir sind hier voll, voll ehrlich, ja? Welches Buch will ich? Ganz kurz. Junge Mann, ich habe alle Bücher. Buch? Hier. Sag mir welche. Das aus dem Internet, kannst du vergessen. Nimm mal die Nummer von dem Hadith. So, hier, Buch 46, Hadith 47, okay? Hadith 47. Sorry, nein, 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 sorry. Reference, genau. Warte mal kurz, USA, MSA, Web. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob hier diese Quelle oder diese, das prüfen wir jetzt gleich. Welche Nummer? Nummer 6436, ganz kurz, ganz kurz, 6436, ganz kurz. Nummer von dem Hadith, ich brauche es. 436, das mit der Nummer, das wirst du bitte nicht finden, mein Lieber. Okay? Ich brauche die Nummer. Hier sind die zum Beispiel, das hier, das sind Kopf, Kopf zum Beispiel, wie bei Bibel, erste Kapitel, Kapitel, das sind Kapitel, ja? So, hier, das sind die Kultur. Ich habe hier in Book Reference, in Book, hier, ganz kurz, ganz kurz, hier in Book, okay? Jetzt pass auf, mein lieber Tito, okay? Wir gehen hier rüber, wo ist 46, 46, irgendwo ist hier 46, ganz kurz, hier, 46. Wir gehen hier auf Book 46, dann gehen wir auf welchen Hadith, ganz kurz, dann gehen wir auf Hadith 47, wo ist 47? Hier ist 47, okay? Wir gehen jetzt hier drauf, was sehen wir hier? Aisha, the mother of the believers, said that Allah, He was called to meet a funeral, hier, genau das ist der Hadith, okay? Also sei bitte kein Lügner und holt Buch 46 raus. Hallo, ich habe hier, geh mal, guck mal, gib mal Großkamera, gib mal Großkamera. Hol Buch 46 bitte. Ja, gib mal Großkamera, ich zeige dir die Bücher. Okay, mach immer groß. Ja, da sind alle Bücher, hier, ich zeige dir. Das sind nicht alle, sind das 46? Ja. Es sind sogar mehr als 46, meine Liebe. Ja, acht Bücher sind hier. Es sind 56 Bücher, beinhalten Sahih Muslim. Hast du alle 56 Bücher, Tito? Nein, das stimmt nicht. Du verstehst, aber egal. Hast du das Buch 46? Okay, okay. Hast du das Buch 46, frage ich dich? Du behauptest jetzt, was willst du dann, was willst du dann mit deinen Büchern, wenn du das Buch nicht besitzt? Moment, wie viele Bücher hat Muslim? Sag mal. Muslim hat 56 Bücher. Das stimmt nicht, aber egal. Stimmt nicht. Deine Überzeugung ist nicht mit dir. Okay, alles klar. Ich bin ein dreckiger Lügner und deine muslimischen Webseiten sind auch am Lügner. Ich habe dir das nicht gesagt, das hast du dir selber gesagt. Und jeder ist hier ein Lügner, jeder ist ein Lügner außer du. Ich habe dir das nicht gesagt, du hast das selber zu dir gesagt. Tito, geh jetzt, ganz kurz, geh jetzt zu deiner Moschee, hol das Buch 46 und ich werde dir diesen Hadith zeigen. Okay? Machen wir das? Nein. Geh jetzt zu deiner Moschee, hol das Buch 46. Welche Garantie habt ihr, Christen, dass ihr im Paradies geht? Tito, wechsel bitte nicht das Thema. Wer hat mir diese Garantie gegeben? lauf nicht weg. Ganz kurz, ganz kurz, Tito, lauf nicht weg. Geh zu deiner Moschee, hol bitte das Buch 46 und dann schlage es auf und dann wollen wir es sehen. Okay? Guck mal, sag mal bitte, welche Garantie hast du? Nein, 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 lauf nicht weg. Komm, 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 komm. Ich möchte hier was sagen. Ich möchte hier was sagen. Bitte. Okay, Prinzess, sag mal, Prinzess. Ja, bitte berühre dich durch und Jesus ist Muslim. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber Tito heißt es. Hat uns, ach, Tito. Das ist Buch 8. Warte mal, geben wir jetzt Kamera. Tito, bitte. Oh, Tito, du redest miteinander, lass mal bitte reden jetzt. Ich hab gefunden, diese Buch. Ja, diese Person hat uns jetzt ein, die ist gefahren. Buch 46, nicht Buch 8. Hab ich, hab ich. 46. Hab ich. Okay, Mensa, zeig ich mal. Okay. 46, ja. Sehr gut, Bruder. Wenn du das Buch hast, sehr, sehr gut. Okay, Tito, komm, zeig mal. Nein, 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 zeig das Buch. Zeig das Buch. Zeig hinten. Das ist Buch 8 und nicht 46, du Lügner. Guck mal, guck mal hier. Das ist der Hadith. Es geht immer auf diese... Du bist ein Lügner. Nein, 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 nein. Du bist ein Lügner. Nein. Buch 46, nicht Buch 8. Warum lügst du, Tito? Warum lügst du? Es gibt keine 46. Jetzt hast du eine Sünde gemacht, jetzt musst du dafür eine Hassanat. Es geht um diese Nummer hier. Es geht um diese Nummer. Und das sagt hier, guck mal. Was, guck mal? Bruder, du hast das falsche Buch, Habibi. Nein, nein, nein. Das ist auch von Aisha und er sagt... Bruder, ich kann nicht mehr Mensa, Bruder. Guck mal, Tito, Tito, du verschwendest Zeit. Tito, du verschwendest Zeit. Guck mal. Tito, bitte hör auf. Es reicht. Danke. Es reicht, bitte. Tito. Tito. Es reicht. So. Leute, haben wir andere Muslime hier, bitte. Andere Muslime, die ein bisschen stabiler sind und alles. Bitte schick nur Anfrage jetzt, wenn du Muslim bist, bitte. Weil wir sind genug Christen, hier oben. Bitte schick eine Anfrage, nur wenn du Muslim bist, bitte. Hallo? Hallo, Junge. Was geht? Was geht? Du bist Muslim, oder? Bruder, ich bin Christ. Ah, Bruder, ja. Wir brauchen Muslime jetzt. Bruder, ich wollte nur eins sagen. Okay, mach, mach. Der Typ, der hier drin war, der glaubt nicht, dass es so 64 Jahre so Bücher gibt, ne, Bruder. Und das Ding ist, der denkt jetzt, jeder so macht, also jeder lügt und so. Also, ich schicke das von ihm. Also, Bruder, du kannst, guck mal, du hast es bewiesen, gerade. Und der will das einfach nicht so eingehen, weißt du? Richtig, es ist Zeitverschwendung mit ihm, einfach jedes Mal. Oh Mann, Bruder. Ja, Bruder, ich nehm dich wieder runter, weil sonst kommt kein Muslim auf, wenn wir zu viele Christen hier rüber sind. Aber, Gott segne dich, Bruder. Dir auch, Bruder. Hallo. Tja, tja. So. Careerflex, ich hoffe, du bist Muslim. Hallo? Hallo, Careerflex? Oh, guck mal, sowas ist auch nicht. Angelo, was geht? Bist du noch da? Okay, ich weiß nicht. So, okay, Prinzess, jetzt können wir weitermachen. Es sei denn, wir haben Muslime, die auch Fragen haben. Also, wenn du Muslim bist und du hast Fragen, wir sind jetzt nur halbe Stunde live, du kannst gerne hochkommen, wir können uns gerne unterhalten. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit Prinzess einfach. Ja, Prinzess, hier können wir weiterreden. Okay, gut. Worüber haben wir geredet? Ich glaube, es ging um Hitler und so weiter und so fort. Also, ich finde auf jeden Fall, du hast sehr, sehr gute Fragen gestellt. Und auch, ich finde deine Einstellung gut, dass du wirklich Willens bist, die andere Religion zu verstehen, selbst wenn du nicht dran glaubst. Weißt du, weil es gibt viele Menschen, die kommen hier hoch und sie wollen nur diskutieren, sie wollen unsere Antwort nicht verstehen. Weißt du, und du bist halt eine, du bist sehr, sehr offen, du willst verstehen, selbst wenn du nicht dran glaubst. Und das finde ich stabil auf jeden Fall. Naja, das finde ich auch wichtig. Auch anderen würde ich auch empfehlen. Diskutieren kann man immer, kritisieren kann man auch immer, aber es ist vielleicht besser, erst mal die andere Seite zu hören und versuchen zu verstehen. Da kann man vielleicht danach erst richtig auch argumentieren oder diskutieren mit Fakten und alles. Aber erst mal muss man verstehen, wie die andere Seite so denkt. Was glauben sie überhaupt an was? Ja, sehr gut, ja. Das ist wichtig. Ich empfehle einfach allen, auch wenn hier Muslime hier dabei sind, ja, okay, ihr seid keine Christen, ihr glaubt nicht an Jesus als Gott, aber es wird vielleicht euch gut tun, euch mehr zu informieren, auch nur, also es kann nicht schaden, wenn man mehr weiß. Richtig, richtig. Das ist immer etwas Gutes. Weißt du, also ich persönlich, ich bin ja auch Christ und ich beschäftige mich auch, also ich lese jetzt den Koran, einfach, um zu wissen, okay, was lehrt dieses Buch, weißt du? So, einfach aus Neugier, so. Sonst ist man ja einfach ignorant, wenn man sagt, ey, weißt du was, ich glaube nicht daran und interessiert mich auch nicht, was es sagt und ich will mich nicht mit solchen Menschen auseinandersetzen. Das ist nicht die beste Lösung, sondern wenn du, also ich persönlich, ich habe ein Herz für Muslime und damit ich mit den Muslime argumentieren kann oder mit ihnen sprechen kann, ist es für mich wichtig zu wissen, woran glauben Muslime? Weißt du, warum glauben sie das, was sie glauben? Weißt du, damit ich sozusagen in der Lage bin, um mit ihnen zu sprechen und das ist eine gute Einstellung. Was ich auch ein bisschen so, nicht so schön finde, dass es, es ist nicht sehr umgänglich, dass man es macht, weil ich habe hier erlebt, dass Menschen sowas wie Bibel auf der Straße verteilen, aber viele Muslime haben Angst, das anzunehmen. Richtig, ja. Es ist nur ein Buch, aber wenn du es nicht glaubst, also für Christen ist es, also das Bibel ist Wort Gottes, aber für Muslime ist es nur ein Buch und es kann nicht schaden, das mal zu annehmen oder auch genauso für die Christen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand auf der Straße Koran verteilt. Die Christen, die meisten werden das auch nicht annehmen. Ich bitte einfach beiden Seiten, sich mehr mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. und kommen wir wieder zu unserer Gerechtigkeitsfrage. Ich kann es immer, ja, ich habe versucht, deine Argumente zu hören, aber ich kann es immer noch nicht so richtig nachvollziehen. Das mit Gerechtigkeit kann ich immer noch nicht so verstehen. Wie soll das funktionieren, wenn alles von Jesus als Gott dann begnädigt wird? Okay, ich weiß nicht, Bruder Brandon, was geht alles klar bei dir? Shalom, Bruder, ich wünsche euch Gottes Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Gottes Segen, Bruder. Möchtest du mit dir darüber reden? Ja, gerne. Okay, ich halte mich dann raus, ja? Ja. Also du hast, also ich habe jetzt nicht alles so mitbekommen, ich bin jetzt erst neu hier in den Live gekommen, aber stell mir einfach mal bitte deine Frage. Das wäre sehr nett. Ähm. Ja, wo ist das? Vielleicht hast du es nicht ganz verstanden, aber eigentlich, ähm, sind die Zuschauer diejenigen, die halt die Fragen stellen. Ja, und die Frage war doch das mit der Gerechtigkeit. Naja, also es ging darum. An Sie gerichtet, sorry, sorry, Bruder. Ja, ja, das war an Sie gerichtet. Ich dachte an uns. Nee, 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 nee. An Sie. Okay, okay. Also es ging darum, wir haben, also wir haben hier besprochen, dass Jesus als Gott und Erlöse die Sünden alle auf sich genommen hat und deswegen haben alle sowas wie ein leeres Blatt keine Sünden mehr. Und die Frage war die Gerechtigkeit. Also ist das dann gerecht, wenn jemand mit, keine Ahnung, jemand hat jemanden umgebracht, ist das dann gerecht für diese Person oder lassen wir es mit dem töten oder so? Aber schlechte Taten, wenn sie gar nicht bestraft werden irgendwann, wenn Menschen für die schlechten Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Also auf dieser Welt, also ich glaube persönlich, hier auf dieser Welt gibt es nicht immer faire Gerechtigkeit für alle. Aber es muss irgendwann im jüngsten Tag, also am spätestens, muss es da doch geben. Wenn nicht, dann fehlt einfach die Gerechtigkeit. Ja, sehr gute Frage. Finde ich eine sehr berechtigte Frage. Definitiv. Fragen Christen, fragen Muslime, fragt sich jeder. Denn wir wissen, dass der Herr Gott ist und wir wissen, dass der Herr gerecht ist und er ist ein gerechter Richter, stimmt's? So, gucken wir mal ganz kurz. Nehmen wir mal zwei Menschen, okay? Und ich glaube, du würdest mir zustimmen, dass eine Tat eine Tat ist, oder? Wenn du heute hingehst und schlägst mich, dann ist das ja erstmal eine Tatsache, oder? Also wenn du mich schlägst, dann ist das ja eine Sache, die gemacht ist. Ja. Gut, jetzt stellen wir uns einfach mal in den Gerichtssaal und ich zeige dir zum Beispiel Werksgerechtigkeit und Gnade, was Gnade überhaupt ist bei uns, also laut christlichem Verständnis und was Gerechtigkeit von einem Menschen ist und was niemals vor Gott gelten kann. Und zwar gehen wir einfach hin, wir nehmen dasselbe Beispiel, du hast jetzt jemanden geschlagen, Körperverletzung und du stehst vor Gericht. Jetzt kommt der Richter zu dir und sagt dir, was du getan hast und du musst demnach nach dem Gesetz gerichtet werden. Und jetzt sagst du aber zu dem Richter, ich habe aber gestern ein Kind am Strand gerettet. Und das macht ja deine Tat, dass du jemanden geschlagen hast, nicht nichtig. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ja. Deine Tat ist eine Tat, das ist eine Feststellung, das ist eine Sache, die feststeht. Das bedeutet, du kannst deine Taten nicht mit anderen Taten rechtfertigen. Wenn du heute, ja, mir aus meiner Familie ein Kind nimmst und machst aber mit deinem Mann ein Kind, dann hast du trotzdem dieses eine Kind genommen. Und deswegen, wenn wir heute mit dem Himmel und würden vor dem Richterstuhl Gottes stehen und er sagt mir, was hast du Gutes und Schlechtes gemacht? Ich könnte ihm gar nichts Gutes vorweisen, weil eine schlechte Tat kannst du nie durch eine gute Tat ersetzen, das geht nicht. Wenn du nicht zusammenschlägst, wenn du nicht beleidigst, dann sind das Tatsachen. Du kannst das niemals durch gute Dinge verdrehen. Und das ist halt das, was ich halt immer Menschen mitgebe. Und wir sagen, guck mal, die Bibel sagt, also wenn ich mit der Bibel antworten darf, die Bibel erklärt uns, dass ein gerechter Sündloser kommen musste, ja, und musste für diese Sünden sterben, weil anders haben wir alle die Herrlichkeit Gottes, ähm, wie nennt man das, ähm, dieses Wort, genau, verfehlt. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Weil wenn, guck mal, hast du schon mal gelogen? Also ich? Ja. Hast du, hast du die schon mal, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Sag nochmal. Äh, ja klar, also, ich sag nicht, dass ich die Pester perfekt bin, aber ich hab auch mal gelogen. Alle machen's manchmal. Genau, jeder hat schon mal gelogen, vielleicht auch schon mal im Teenager, Alter, was Kleines gestohlen, so die zwei Euro auf dem Tisch, man will sich irgendwas kaufen. Aber man kennt's einfach, man kennt's, man, wir brauchen uns jetzt hier nicht Honig, um den Mund zu schmieren. Aber nehmen wir mal diese Erwachsenensünden, Hass, Beleidigung, gerade bei Jungs vielleicht sich schon mal geprügelt, wie kannst du so etwas vor Gott mit anderen Taten rechtfertigen? Weil das, wenn jeder in seinem eigenen Herzen guckt, dann ist das nicht gerecht. Äh, ich weiß nicht, wie ich dich nennen darf, ich nenne dich einfach Prinzess, Prinzess, das ist nicht gerecht, weil wenn ich heute hingehe vor Gott und habe einen Menschen zusammengeschlagen, hab aber gestern 50.000 Euro für eine Schule gespendet, dann ist das Heuchelei. Denn das macht ja meine andere Tat nicht gut. Es muss gerechtes Blut, das kennen wir aus dem Alten Testament, es muss gerechtes Blut fließen. Deswegen kennen wir zum Beispiel, wenn die Juden, ähm, Dinge falsch gemacht haben, ich tue jetzt sehr oberflächlich reden, dass es jeder versteht, wenn die Juden Dinge falsch gemacht haben, was ist passiert? Man hat ein Lamm geopfert, ein Schaf, eine Ziege, was auch immer. Verstehst du so, was ich dir sagen will? Mhm. Und das ist das, was Christen glauben. Wir glauben nicht an unsere eigene Gerechtigkeit. Ich kann vor Gott, ich habe gestern so viele schlechte Gedanken gehabt, wenn ich dann aber sage, ach, ich liebe alle Menschen, macht das meine schlechten Gedanken nicht gut, ich kann nie vor Gott bestehen, das ist unmöglich. Wir können vor Gott niemals bestehen. Das gibt natürlich auch dieses Beispiel, dass Leute sagen, ähm, pass mal auf, eine gute Tat wiegt mehr als die schlechte Tat. Aber das ist eine, eine große, große Lüge. Denn wenn ich heute hingehe und gebe dir 50.000 Euro, hab aber gestern, Entschuldigung für dieses Beispiel, aber hab gestern jemand von deiner Familie geschlagen. Was können diese 50.000 Euro Papierscheine machen mit einem Menschenleben? Du kannst das nicht gut machen. Das ist unmöglich. Du kannst diese Tat nicht gut machen. Und deswegen glauben wir Christen an die Gnade. Wir glauben daran, dass der Herr für unsere Sünden starb. Und wir glauben auch nicht, dass wir zum Beispiel dann einen Freifahrtschein haben. Also im Sinne von, gut, wir haben ja Jesus und jetzt machen wir alles, was wir wollen. Ich sage dir, Prinzess, das Schlimmste, was ein Mensch passieren kann in seinem Leben, ist in die lebendige Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Weißt du, was das bedeutet? Ich erkläre es dir ganz kurz. Das bedeutet, wenn du in Gottes Hände fällst und du erkennst, was für ein Sünder du bist, das ist das Schlimmste Gericht, was es überhaupt gibt. Wenn Menschen erkennen, welche Sünder sie sind, dass sie Christus brauchen, dass wir ein lebendiges Opfer brauchen, dann weißt du, was wahre Buße in deinem Herzen ist, dann weißt du, Mann, ich habe Mist gebaut. Also ich habe sehr gut verstanden, dass eine Tat, eine gute Tat, nicht eine schlechte Tat einfach wettmachen kann. Aber die Frage bleibt es, warum müsste dann zum Beispiel Jesus dafür sterben? Also nicht alle einfach so begnadigt werden? Lass sie bitte ausreden. Also du hast gesagt, ach so, du sagst, warum? Ich habe dir erklärt, wir wissen im Alten Testament, guck mal, sagt Gott, das ist ein Ratschluss im Koran und in der Bibel, jetzt abgesehen vom Schlachten. Wenn ein Mensch gegen Gott sündigt, gegen den Heiligen Gott muss dieser Mensch sterben. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein Fakt. Guck mal, wenn du heute jemanden umbringst und gehst zu Allah, was passiert? Du wirst in die Hölle gehen. Und so ist es bei uns auch. Und der Ratschluss Gottes ist, damit geopfert werden muss. Deswegen kennst du, ich weiß nicht, ob du ein bisschen das Alte Testament kennst. Im Alten Testament kennen wir, dass wenn gesündigt wurde, sowieso schwer gesündigt wurde, dann wurde geopfert. Und bei uns ist Jesus das Opfer ein für allemal. Du, weil man kann nicht mit einer Ziege, wir haben Jesus Christus und dieser ist ans Kreuz gegangen, ein für allemal. Brandon, mir ist gerade eine Sache aufgefallen, die uns unterscheidet. Ich habe erstmal eine Frage, um sicher zu gehen, nicht dass ich falsch denke. Das ist jetzt zur Geschichte von Adam und Eva. Wir haben ja da starke Parallelen, aber auch kleine Unterschiede. Und ich wollte fragen, ist das bei euch so, beziehungsweise in der Bibel so, dass die Menschen hier auf der Erde sind, aufgrund der Tat Adam und Evas, beziehungsweise dass Frauen schwanger werden aufgrund von Eva. So, so und so. Weißt du, was ich meine? Also erstmal, das ist eine gute Frage, aber wir müssen erstmal Dinge klarstellen. Wir sind auf der Erde, weil Gott das so wollte, weil die Erde ist für den Menschen geschaffen, zur Ehre des Herrn. Die Tat von Adam und Eva, wie auch bei euch, das ist eine Gräueltat gegenüber der Hausherren. Und die Frau kriegt Kinder nicht wegen der Tat, sondern die Frau kriegt Kinder unter Schmerzen wegen der Tat. Und der Mann geht hart arbeiten und bringt Brot nach Hause wegen der Tat. Aber nicht, dass der Mensch auf der Erde ist wegen der Sünde, sondern wir glauben, dass der Mensch auf der Erde ist, weil es Gott so wollte. Aber ziert ganz kurz nur, ich wollte noch Prinzess ganz kurz fertig erklären. Also ein, weil das ist sehr, sehr wichtig. Ein Ratschluss bei uns in der Bibel, das müssen wir Gott fragen, ist es, dass der Mensch kann sich ohne Tod nicht retten. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ob du gelogen hast, ob du umgebracht hast, ob du geschlagen hast, ob du unsüchtig warst, als du die Ehe gebrochen hast. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen starb für uns Christus am Kreuz. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jeder Mensch ist ein Sünder. Du hast eben das Beispiel gebracht mit dem Gericht. Sagen wir mal, ich klaue jetzt etwas und dann sage ich zum Richter, ja, ich habe gestern etwas gespendet. So und so und so. Wenn man das auf das Gericht anwendet, klingt das ungerecht. Aber weil man das nicht auf den Islam anwenden kann, ist, dass Gott laut uns bewusst so erschaffen hat, dass wir sündigen können. Also bewusst, also er erwartet keine, kein sündenfreies Leben von uns. Weißt du, was ich meine? Also ein Richter erwartet ja, dass man nicht mordet, dass man keine Bank überfällt. Also bei uns ist das Ganze so, guck mal, der Herr hat uns einen freien Willen gegeben. Dieser freie Wille sollte in Gottes Sicht so benutzt werden, dass wir dem Herrn zur Ehre dienen. Verstehst du? Das ist bei euch auch so. Ihr sollt des Herrn dienen, weil eure Sünden sind euch nicht erlaubt. Genauso wie unsere Sünden uns nicht erlaubt sind. Und der Herr, wir haben es nicht mit einem Menschen zu tun. Dass wir so sagen, ja, ich habe dich gestern angelogen, sorry, ich wollte dir keine fünf Euro geben, du hast doch gefragt nach fünf Euro. Das ist nicht so. Du lügst dem Herrn ins Gesicht. Gottes Ohren sind überall. Das heißt, wir können nicht hingehen und dann sagen so, ja, komm, okay, ich habe jetzt gelogen, super. Und ja, ich bin ja nicht sündenfrei. Weil genau das ist das, was Menschen tun. Die sagen, ja, ich kann ja nicht sündenfrei. Genau deswegen ist ja Jesus des Christus gekommen. Ihr sagt schon das Richtige. Weil wir nicht sündenfrei leben können. Ich habe gestern 50 Milliarden Sünden getan. Übergestern 50 Milliarden Sünden getan. Morgen werde ich Milliarden Sünden tun. Ich brauche ein gerechtes Opfer, welches für meine Sünden ein für allemal stirbt. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht vor den Herrn treten muss und sagen muss, Herr, es tut mir leid, was ich getan habe. Ja, es tut mir leid. Buße ist das Schlimmste. Ich sage es nochmal. Und ich glaube, meine christlichen Geschwister können mir dazu stimmen. Buße und Einsicht ist das Schlimmste alledische Gericht, was einem Menschen passieren kann. Also, das, was ich jetzt verstanden habe und für mich neu war und das werde auch meinen Blick etwas verändern, das ist es. Meine Frage, also ich habe mich gefragt, warum musste dann Jesus dafür sterben, um die Sünden anderer auf sich zu nehmen. Das habe ich heute neu gelernt, dass die Strafe für alle Sünden, also egal, Lügen oder Mörden oder egal was, ist tot. Und dafür musste Jesus so was sterben, um die Sünden anderer auf sich zu nehmen. Also ohne Tod von Jesus ginge das nicht. Genau. Also was ich noch sagen wollte, ist, Gott hat uns ja so erschaffen, dass wir sündigen können. Also laut Islam ist das so. Beispiel, Surah 2, Vers 30, da fragen die Engel Gott, warum, also vor der Erschaffung Adams, fragt er noch, warum willst du die Menschen erschaffen, also beziehungsweise den Stadthalter der Erde machen? Sie werden noch Blut vergießen, etc. pp. Also ihm war das allen schon bewusst. Daraufhin meinte Gott, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und was ich dazu noch sagen will, ist, ja, wir haben einen freien Willen und bei uns ist das so, die Engel haben keinen freien Willen und können sich Gott nicht widersetzen. Also das ist ja auch so ein kleiner Unterschied zwischen uns. Bei euch gibt es ja auch gefallene Engel. Und die Engel, dass die keinen freien Willen haben und sich nicht Gott widersetzen können, ist eine Weisheit für uns Menschen, wollte ich noch mal sagen. Also aus unserer Perspektive. Und das Wichtigste ist, aus islamischer Sicht, wie du eben angesprochen hast, auch die Einsicht. Sprich, begehe ich eine Sünde, dass ich sie wirklich aufrichtig und aus ganzem Herzen bereue. Weil Gott erwartet ja nicht von uns, dass wir gar keine Sünden begehen, aber es ist von ihm nicht zu viel verlangt, dass wir Reue zeigen und versuchen, unser Bestes zu geben. Und das ist unsere Prüfung. Ja. Also ich erkläre es gerade noch mal, weil das auch wichtig ist. Bei uns, das ist ein ewiger Ratschluss. Die Bibel sagt, ganz klipp und klar, wenn wir die fünf Bücher lesen, wenn ein Mensch sündigt, muss Blut fließen. Dass diese Menschen geistlich sterben, sagt ja die Bibel bereits. Weil Adam und Eva sind ja nach ihrer Sünde nicht leiblich gestorben, sondern geistlich gestorben. Also die Verbindung zu Gott war weg. Die Bibel sagt aber, wenn ein Mensch sündigt, muss Blut fließen. Das bedeutet, wir sehen zum Beispiel, ja ich benutze mal ein anderes Beispiel, um das vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen. Wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir Abraham. Abraham hatte zwei Söhne. Ismael, ja, das Kind der Magd, und Isaak. Der eine hatte Segen, der andere nicht. Ismael, also auf ihm war kein Samen des Segens gelegt. Auf Isaak war Samen des Segens gelegt. Eines Tages kam die Stimme Gottes zu Abraham und sagte, Abraham, nimm deinen Sohn, geh auf den Berg und opfere ihn. Abraham nimmt seinen Sohn, Isaac, also auf dem der der Samen des Segens gelegt war, nimmt ihn auf einen Stein hoch und will ihn gerade opfern. Und der Herr sagt zu ihm, Abraham, tu dem Jungen nichts an, denn ich habe Gnade erfunden, weil ich habe deinen Glauben gesehen. Und anstelle Isaaks wurde ein Wider geschlachtet. Also die Opferung der Bibel, und das ist nichts, was ich keinen Ratschluss gegeben habe, das ist ein Ratschluss der Bibel. Das ist einfach so, die Bibel sagt, es muss für Sünden die Blut fließen. Und dieses Bild im Alten Testament, welches auf Abraham verwendet wird, wird im Neuen Testament auch in Jakobus 2 verwendet, auf Jesus Christus. Jesus Christus Jetzt kann ich dich mal unterbrechen. Ich habe hier zu deiner Geschichte eine Frage. Also diese Geschichte von Abraham, das kennen wir auch, also das gibt es auch im Islam. Aber der Sohn, der geopfert werden sollte, war Ismail, soweit ich weiß. Ist in der Bibel also anders, oder? Guck mal. Ich darfst du auch ganz kurz zwei Sachen sagen, weil ich muss jetzt gehen. Also das, was ich das... Aber kannst du als Beispiel bleiben, Seat? Einfach nur, dass wir nicht so abschweifen. Ja, ja, dazu. Als erstes zu der Sünde. Also bei uns ein bisschen anders so. Es muss kein Blut fließen, weil Gott uns so erschaffen hat, also zur Anlage, dass wir sündigen und dass wir Sünder sind. Und das halt quasi die Reue, eine aufrichtige Reue ausreicht. Und zu dem Thema mit Ismail und Ishak. Bei uns ist das auch ein bisschen anders. Nämlich, wir glauben daran, dass halt Ismail der erstgeborene Sohn ist. Das ist bei euch ja auch so. Und dass aufgrund dessen, dass Abraham sich immer einen Sohn gewünscht hat und seine Frau, dass er das als Opfer bringen musste. Aber ich kenne auch eure Geschichte. Aber ich wollte das nur so noch mal erklären, wie das bei uns ist. Also wir sehen, durch und durch bei Adam und Eva sehen wir, dass die Gräueltaten begangen haben. Wir kennen das Beispiel von Kain und Abel. Der eine bringt ein besseres Opfer als das andere. Und genauso ist es durch und durch. Wir haben immer zwei Parallelen. Wir haben A, B, A, B. Das eine ist kein Opfer, beziehungsweise es ist ein Opfer, aber kein Gott wohlgefälliges Opfer oder sogar ein Götzenopfer. Und das andere ist das wohlgefällige Opfer. Und genauso, also es war nicht Ismail, wie die Kommentare schreiben, es war Isaak. Es war Isak. Und der wurde auf dem Altar, heute sollen geopfert werden. Aber der Herr hat den Glauben geprüft. Und so ist es bei uns heute. Ich habe so viele Christen hier kennen mich. Es geht nicht um mich, ich möchte aber ganz kurz was erklären. Christen kennen mich ein bisschen. Und ich habe so viele Gräueltaten in meinem Leben getan. Wie kann ich dafür bezahlen? Ich kann mit diesen scheinhaften Taten spenden, helfen, alter Frau, die Tüten hochtragen. Das tut meine Sünden nicht tilgen. Ich kann nicht vor den lebendigen Gott treten mit meinem Rucksack voller Backsteine. Ich muss diesen Rucksack hier lassen. Aber ich habe nicht diese Macht, diesen Rucksack auszusehen. Es muss jemand kommen, der diesen Rucksack auszieht. Und es gibt Leute, die sagen, warum, aber warum, aber warum? Weil das sind die Ratschlüsse von Gott. Warum hat Gott die Erde erschaffen? Weil das ist ein Ratschluss von Gott. Sei es bei Allah oder sei es bei uns Yahweh. Das ist ein Ratschluss Gottes. Warum hat er sie? Er musste sie ja nicht schaffen. Ihm hat es gefallen. Und genauso ist auch bei uns das Opferwerk. Also das Opferwerk ist, dass der Herr Jesus Christus kam, ist geboren durch die Jungfrau Maria, ging ans Kreuz für unsere, für deine und für meine Sünden, also für eure und für meine Sünden. Er ging ans Kreuz, er starb, nach drei Tagen auferstanden, setzte sich zu Rechten des Vaters in der Höhe und er wird wiederkommen und das große Gericht halten. Und die Bibel sagt, wer kann bestehen vor dem großen Herrn? Niemand kann bestehen. Wenn jemand ehrlich in sein Herz guckt, wer kann vor Gott bestehen? Wer kann hingehen und sagen, ja Herr, ich habe ja aufrichtig gesagt, dass es mir leid tut. Und wir müssen ein gerechter Stellvertreter haben. Das ist also natürlich die christliche Ausliebe. Amen, ganz kurz Bruder. Amen, Amen, ganz kurz. Genau, Akil, Akil, gleich, kannst du reden, ganz kurz. Queen 44. Ja. Du bist ein Mann? Achso, okay. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich wollte mal sagen, ist mal schön anzuhören, vor allen Dingen als Atheist. Achso, okay, gut, dass du hier bist, also du kannst gerne mitreden. Ich lasse erst mal Akil reden, weil er ist jetzt dran und danach, wenn du eine Frage hast oder was zu sagen, hast, dann kannst du gerne sagen, ja? Ja. Okay, Akil, du bist dran. Danke, ich hoffe, es geht euch allen gut. Bestes Mann, ich hoffe dir auch. Alhamdulillah, mir geht es auch gut, danke. Das mit dem Opfer, dass das so gerecht dargestellt wird, dass Jesus für die Sünde gestorben ist, das kann ich verstehen, dass das euer Glaube ist. Wenn man nur mit dem Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 23, damit argumentieren würde, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, kann ich das nachvollziehen und verstehen. Aber ich persönlich, ich kann, für mich ist das ein bisschen ungerecht, weil wenn jetzt ein Christ, ein Andersgläubiger töten würde, dann geht ja sozusagen der Mörder im Paradies. Und der Andersgläubige geht in die Hölle, weil es wurde vorhin so argumentiert, dass der Opfer auch in den Himmel geht. Aber das stimmt gar nicht, weil im Johannes Kapitel 3, Vers 18 steht, wer nicht an Jesus glaubt, der ist schon gerichtet. Und das nochmal, dass wegen der Lohn der Sünde der Tod ist, das widerspricht im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 17, widerspricht komplett Galater 6, 23, wo es steht, dass es Sünden gibt, die nicht zum Tod führen. Oder habt ihr eine Erklärung dafür? Ja, ja, pass mal auf. Also erstmal will ich dir eine biblische Antwort direkt geben. Kolosser 2, Vers 8 sagt, glaub nicht der leeren Philosophie und Täuschung der Menschen nach der Überlieferung der Menschen, sondern Christus gemäß. Das ist erstmal die erste Antwort an dich. Die zweite Antwort ist, es ist eben nicht so. Also genau das ist eben nicht so. Also wir glauben daran, wir sind die Opfer. Gott ist kein Opfer. Wir sind die Opfer. Ich brauche für meine Sünden das Opferwerk. Und guck mal, ich will dir erklären, wenn du heute vor Gott stehst, ja, wer geht dann, okay, sagen wir deine guten Taten, super, für die guten Taten direkt Himmel. Und wer bezahlt für deine schlechten Taten? Wer bezahlt denn, wenn du jemanden ans Auto, an die Karre fährst? Ja, sicherlich nicht das Gericht, auch nicht der Staat, auch nicht deine Eltern. Du zahlst. Und wie willst du das zahlen? Wie willst du zahlen, dass du jemanden zusammengeschlagen hast? Wie willst du zahlen, dass du mir ein blaues Auge geboxt hast? Wie willst du zahlen, dass du meine Mutter beleidigt hast? Wie willst du vor dem lebendigen Gott für diese Dinge zahlen? Kein Mensch kann für diese Dinge zahlen. Wir brauchen ein Opfer, das so wertvoll ist, dass wenn ich etwas tue, dass diese Dinge bezahlt werden. Das ist die Antwort. Okay. Und das wegen dem Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 17. Welche Sünde ist es, die nicht zum Tod führt? Die Sünde? Nochmal bitte. Warte, ich hole kurz meine Bibel. Ja, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 17 steht es, dass es auch Sünden gibt, die nicht zum Tod führen. 1. Johannes. Guck mal, wir müssen erstmal verstehen, dass es Sünden gibt, sie zu einem Leiblichen. Also leiblich oder geistlich. Du hast jetzt gesagt, 1. Johannes, hast du gesagt, ne? 1. Johannes 5. Akil, ähm, ist, ähm, Gottes Segen. Ähm, ich muss den Händen aussehen, ähm, weil ich habe bis jetzt keine Antwort drauf bekommen, ja. Damit es einen gewissen Austausch gibt, ja, so einen Gerechten. Ja, okay, alles klar. So, also er sagt jetzt, lesen wir einfach mal, ähm, lesen wir, ähm, wenn jemand seinen Bruder, guckt, also wir müssen ja die Bibel schon nach dem Wort auslegen, also was hier überhaupt steht. Wir lesen mal ab, Vers 16. Da steht, wenn jemand, also ein Bruder oder eine Schwester, seinen Bruder, also im Glauben, das ist ein gläubiger Mensch, sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod. Das erkläre ich gleich. So, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht für diese sage ich, dass er bitten sollte. So, noch Vers 17, wenn du wolltest. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Gut, die Bibel benutzt zwei Worte. Wenn wir die Bibel betrachten, benutzt die Bibel das Wort Tod für den geistlichen Tod und Tod für den leiblichen Tod. Warum erkläre ich das? In Genesis 3, also 1. Mose Kapitel 3, als der Sündenfall begann und auch beendet wird mit der Sünde, sagt der Herr, Wenn ihr von der Frucht isst, müsst ihr gewisslich, was? Sterben. Sterben ist in der Bibel ein Wort dafür, eine geistliche Trennung. Wenn die Bibel in 1. Johannes 5 dieses Wort benutzt, dann meint es, es gibt Sünden, die unseren Leib so schwach werden lassen, dass wir auf der Erde sterben. Aber unser Leben hier, unser Leben, das ewige Leben erhalten. Und das sagt Johannes, also nicht 1. Johannes, sondern Johannes 5. Wenn wir den Sohn bekennen, so haben wir ewiges Leben, wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die Antwort. Wir müssen, nochmal an dich, Akil, wir müssen in der Bibel trennen, also Tod, ja, das kann man jetzt so lesen, so, ja, Tod, nicht zum Tod, aber jede Sünde führt doch zum Tod, Amen, jede Sünde führt zum Tod. Aber wenn wir in Christus sind, dann gibt es Sünden, die uns zu einem leiblichen Tod führen. Ja, wie zum Beispiel damals bei den, bei den, bei 1. Korinther, musst du mal lesen, 1. Korinther, ich glaube, müsste ich jetzt nachgucken, kann mir jeder mal gerne schreiben, als die Menschen unwürdig das Abendmahl zu sich nahmen. Und deswegen steht, da sie das Abendmahl unwürdig nahmen, sind einige von ihnen schon entschlafen. Aber sie haben nicht das ewige Leben verloren. Genau. Also, also, das mit dem Römerbrief im Kapitel 6, Vers 23, was steht, der, ja, genau, im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, ist das mit dem, der Lohn der, der Sünde, der Tod ist. Wie ist denn da, damit gemeint, mit dem Tod ist das ja auch so gemeint wie im Johannes, oder ist das anders? Also, du hast gesagt, Römer 6, und dann Vers? 23, bitte. Vers 23, Moment. Gehen wir ein bisschen weiter oben für den Kontext. Lesen wir mal ab 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, Fleisches, so. Denn ebenso, wie ihr eure Glieder dargestellt habt, als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit und der Gesetzlosigkeit, äh, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie von der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, über die ihr euch jetzt schämt? Also, er sagt hier, guck mal, ihr habt früher Früchte der Welt gehabt, jetzt habt ihr Früchte des Christus, äh, dass wir uns dessen schämen, also der Welt. Denn ihr Ende, denn ihr Ende, ihr Ende, also der Werke Ende ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Also diese Sünden, die wir tun, diese haben als Ende den Tod. Da steht aber, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die, Entschuldigung, die Gnadengabe Gottes, Gnade, deswegen habe ich das vorhin erklärt, die Gnadegabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Genau so ist es. Wenn wir in der Welt unsere Dienste tun, also außerhalb von Christus, so haben wir nur Tod, weil da ist keine Gerechtigkeit. Denn deswegen habe ich das ja vorhin erklärt, welche Gerechtigkeit hast du denn, wenn du mir ein blaues Auge geboxt hast, meine Mutter beleidigt hast. Die hast du nicht. Aber das Gnadenwerk in Christus ist es, dass wir Christus erkennen und zu ihm zum Glauben kommen. Deswegen sagt auch Johannes 3, als Jesus im Gespräch mit Nicodemus war, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber wo ist jetzt die Gerechtigkeit, frage ich mich trotzdem noch, wenn du jetzt als Christ, ich weiß, das würdest du niemals tun, aber wenn du jetzt als Christ einen Andersgläubigen töten tust und du, da du an Jesus glaubst, sozusagen im Paradies kommst, Aber der Opfer, der nicht an jemals geglaubt hat, der ist ja schon gerichtet, der bringt, gibt es keine Rettung mehr. Das ist eine Ungerechtigkeit in meinen Augen, weil dann geht der Täter im Paradies und das Opfer geht in die Hölle. Okay, Brandon, kann ich kurz. Darf ich nur, letzte Antwort, Bruder, mit einem Bibelfers, guck mal. Also, dem ist nicht so, tatsächlich, weil die Bibel erklärt was zu dem Mord und wo er überhaupt beginnt. Das ist ein sehr hartes Wort, auch an die Geschwister. Passt auf. 1. Johannes 3, also schreibt bitte die Bibelstelle auf. 1. Johannes 3, Abvers 13 bis 15. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod. Also die Bibel hat ein Resultat. Wer den Bruder oder die Schwester nicht liebt, bleibt in dem Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Amen. Okay. Akil? Nur was gibt es, dass du gerne Fragen stellst. Also das heißt, auch ein Christ, der mördet, kommt nicht in den Paradies. Akil, ich bitte dich, ganz kurz bitte. Wir wollen das nicht, wir werden bis morgen nicht fertig, wenn du immer wieder Fragen stellst. Ja, aber ich will ja das verstehen, Kipta. Ich will ja das verstehen. Kommt ein Säugling in den Himmel oder in die Hölle? Wenn es entschläft. Wer? Noch kurz, Kipta, weil sonst haben wir ein anderes Thema. Habe ich das richtig verstanden? Akil, ich kenne dich schon, weil du versuchst immer wieder hinaus zu zögern, damit dir keine Fragen gestellt werden. Ich will nur verstehen. Hier herrscht Gerechtigkeit, Akil. Akil, ich habe dir noch nie eine Frage gestellt. Ihr habt mir jedes Mal 20 Fragen gestellt. Ich bin nie dazu gekommen, euch eine Frage zu stellen. Deswegen frage ich dich jetzt einmal etwas und bitte sei bitte gehorsam. Akil, ich möchte nur für mein Verständnis, ob ich das richtig verstanden habe. Akil, warte mal. Bitte lass mal jetzt Kipta zu Ende reden, danach kannst du gerne in Ruhe antworten. Bitte, danke schön. Okay, also kommt ein Säugling, das entschläft in den Himmel oder in die Hölle? Aber Leute, jetzt haben wir ein anderes Thema. Ich habe doch meine Antwort nicht bekommen. Oh, Akil, Akil, ich bitte dich. Die Leute schauen doch zu, Akil. Ja, die Leute schauen zu. Akil, das ist eine Frage, wenn du sie nicht beantwortest, wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, ist das echt, echt erbärmlich. Ein Säugling, wenn es entschläft, kommt es in den Himmel oder in die Hölle? Weil du redest ja von Gerechtigkeit bei uns, jetzt frage ich dich nach der Gerechtigkeit bei euch. Okay, ein Säugling, kommt es in den Himmel oder in die Hölle? Aber schau mal, warum, 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 warum. Du hast es angesprochen, Gerechtigkeit und jetzt fragt er dich im Islam. Er stellt dir jetzt eine Frage, bitte antworte seine Frage, dann kann es auch gerne, dann kann es auch gerne eine Frage stellen, bitte. Ich antworte darauf, sehr gerne, aber das Problem ist, meine Frage wurde nicht beantwortet. Krass, Akil, wirklich krass, Akil. Wirklich krass, Akil, lass mich bitte. Ich habe versucht, Akil, ich versuchst, loszureichen. Okay, guck mal, Akil, stell mir mal jetzt deine Frage, ich beantworte deine Frage und dann wird Kipptok dir eine Frage stellen, okay? Stell mal deinen Frage. Ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es so, dass wenn ein Christ mördert, dass er nicht in Paradies geht. Ist das richtig oder ist das, habe ich das falsch verstanden? Nur das wollte ich wissen. Also auf die Schnelle, okay, ein Christ mordet nicht, okay? Entweder ist ein Christ vom Glauben abgefallen und mordet und kommt, wenn er nicht bereut, nicht ins Himmelreich, okay? Oder er bereut und wird wieder zum Christ, okay, und bereut wahrhaftig mit Buße, ja, und dann wird ihm die Sünde vergeben. Damit ist die Frage beantwortet. So, jetzt zu dir. Und zwar, Säugling, Säugling, ein Säugling, ein Säugling, ein Säugling, ein Gott, Leute. Ihr merkt es ja alles, schauen hier 217 Zuschauer, warum weichst du aus, Akil? Ein Säugling, das ist doch, Bro, das ist doch erbärmlich, diese Frage, ja? Ein Säugling, wenn ein Säugling entschläft, kommt es ins Paradies oder in die Hölle? Nein, tun wir doch das mal zu Ende bringen, dann antworte ich dir. Oh, Akil, 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 nein, nein. Die Leute schau zu, Akil, bitte. Dass Jesus gestorben ist und dann antworte ich nicht zu Ende. Guck mal, Akil, er macht jedes Mal das Gleiche, jedes Mal versucht er immer hinaus zu zögern. Aber ich kenne ihn auch, Akil, wir haben gerade deine Frage beantwortet. Bitte, geh doch einfach auf seine Frage ein und antworte. Wenn du nicht antworten kannst, sag einfach, du kannst nicht antworten, fertig. Versuch nicht alles hinaus zu zögern. Er hat dir gerade eine klipp- und klare Antwort. Bei Allah, ich kann antworten, aber warum wollt ihr das nicht zu Ende ausdiskutieren? Er hat doch eine Antwort, hast du schon bekommen. Du hast eine eindeutige Antwort bekommen. Okay, dann lass mich bitte das erklären, dass ich das verstehe. Wir haben es doch schon erklärt, Akil, was verstehst du nicht? Ja, okay. Aber das heißt dann, wo ist dann die Gerechtigkeit, bitteschön, wenn der Mörder, wenn er es bereut, im Paradies kommt und der Opfer geht in die Hölle? Was für die Gerechtigkeit? Okay, kipp doch, kipp doch, kipp doch, kipp doch, lass uns mal kurz antworten. Ich antworte kurz danach, kannst du ihn fragen, okay? Okay, Akil, erstens, du sagst, wo ist die Gerechtigkeit, wenn der Getötete in die Hölle geht und wenn der Mörder umkehrt und dann ins Paradies geht, richtig, habe ich richtig verstanden? Richtig, ja. Okay, dankeschön. Die Gerechtigkeit liegt darin, dass der Getötete, er geht in den Himmel, er geht in die Hölle, gesündigt hat. Das ist Gerechtigkeit. Und der, der getötet hat, der dann umgekehrt hat, soll ich jetzt antworten oder nicht? Ja, gerne. Dankeschön. Jemand, der umgebracht wurde, der dann in die Hölle geht, er geht nicht in die Hölle, weil er getötet wurde, sondern er geht in die Hölle, weil er selber ebenfalls gesündigt hat. Die Person, die von seiner Sünde umkehrt, der Mörder, der umkehrt und in den Himmel geht, geht nicht in den Himmel wegen seiner Taten, sondern er geht in den Himmel durch die Gnade Gottes. Es hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern es ist Gnade. Entweder erfährst du Gottes Gerechtigkeit, weil du Jesus ablehnst und gehst dann in die Hölle oder du nimmst Gottes Gnade an durch Jesus Christus und du kommst ins Paradies. Gnade, Gerechtigkeit. Dankeschön. Jetzt kippt doch down. Okay, okay. Und warte, warte. Nein, Akil, es reicht, Akil. Die Leute schauen dir doch zu. Der Opfer wurde das Leben genommen und du sagst, das ist gerecht, dass er in die Hölle geht. Akil, 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 ein Säugling, ein Säugling, das entschläft. Kommt es in den Himmel oder in die Hölle? Ganz einfache Frage. Wirklich erbärmlich, dass man diese Frage nicht beantworten kann. Ich kann das beantworten. Dann beantworte, Akil, das ist wirklich keine schwere Frage, weil wenn dein Gott barmherzig ist, dann schickt er alle Säuglinge in den Himmel. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, ja, genau. Okay, passt. Also kommen alle Säuglinge nach. Aber Leute, was für Gerechtigkeit spricht hier, wenn ein Opfer in die Hölle geht und ein Täter geht. Akil, wir haben verstanden. Akil, wir haben verstanden. Akil, wir haben verstanden. Akil, wir haben verstanden. Bitte, beantworte die Frage. Bitte, Leute, bitte. Das ist keine Gerechtigkeit. Okay, beantworte seine Frage, bitte. In all der Gerechtigkeit. Akil, du sollst deine Frage richtig fragen. So ist der Mensch, der umgebracht wird, ein Teufel, dass er in die Hölle kommt? Bitte, wieder Luca, wieder Luca. Guck mal, lass uns nicht mal drauf eingehen. Wir haben ihn schon tausendmal geantwortet. Bitte. Nein. Er soll jetzt einfach... Ganz los, bitte, Leute, bitte. Ganz los, bitte Ruhe bewahren. Akil soll jetzt einfach die Frage beantworten. Akil, beantworte bitte die Frage von Kip Talk. Danach reden wir weiter. Dankeschön. So lange auf meine Frage nicht richtig eingegangen will, muss ich gar nichts beantworten. Das ist die Taktik von dem lieben Akil. Okay, nochmal. Wir können uns entspannen, Bruder. Leute, damit ihr das alle wisst, bei Akil war ich schon sehr oft oben bei diesem Ali, ja. Die haben mir 20 Fragen gestellt. Wieder Luca ist Zeuge. Er war mit mir. Wir haben angefangen, eine Frage zu stellen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich schließe jetzt den live. So sind diese Leute, sie sind Feiglinge, sie antworten auf keine Fragen, aber wollen dich bedrängen mit Scheinargumenten von der Bibel. Wir erklären jede einzelne, jede einzelne Tatsache, die sie hervorbringen und dann sind sie nicht zufrieden und zögern alles hinaus. Dabei ist das ganz einfach ihre Taktik, damit wir keine Fragen stellen. Ah Akil, jetzt bist du dran. Also ein Zeugling, kommt es in den Himmel oder in die Hölle, wenn es entschläft? Akil, Akil, bitte sei nicht erbärmlich, dir schauen sehr viele Leute zu. Und Akil, wenn du nicht antwortest, Akil, warum hast du Angst vor der Frage? Leute, fragt euch mal, warum hat er Angst vor der Frage? Akil, wenn du nicht antwortest, werde ich dieses Video posten, weil das ist erbärmlich. Bitte antwort er seinen Fragen. Okay, okay. Kannst du gerne machen, Mensa ist überhaupt kein Problem. Okay, das Problem ist, ich werde dir jetzt gerade antworten. Ich werde dir antworten. Aber, zu meiner Frage nochmal, es wurde nicht richtig geantwortet. Ich gehe auf deine Frage jetzt ein, antworte mir Schnee. Und du worte mich Schnee. Ist diese Person, die umgebracht wird, ein böse Mensch oder ein guter Mensch? Sagst du, du beherrschst darauf, dass diese Person in der Hölle geht? Er ist ein sehr, ich sage dir, er ist ein sehr guter Mensch, aber er glaubt nicht, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Er hat noch nie von Jesus gehört. Er hat von Jesus gehört, er hat einfach nicht daran geglaubt. Also, er hat Jesus, also jeder, der zuhört, er hat Jesus nicht angenommen. Er hat von Jesus gehört. Hat er bewusst gegen Jesus entschieden oder unbewusst? Das, was Aki gerade macht, ist nichts anderes als Takiya. Er versucht, alles hinauszutückeln. Jetzt macht er jedes Mal, wenn er hier drin ist. Deswegen lasst uns nicht weiter auf seine Frage eingehen. Wir haben seine Frage schon tausendmal beantwortet. Er sagt, es macht für ihn keinen Sinn. Deswegen müssen wir nicht weiter diskutieren. Deswegen, Aki, bitte beantworte jetzt unsere Frage. Dankeschön. Bruder, lasst uns auch auf Sachen eingehen, Bruder, die doch dem Herrn Jesus Christus eine Frucht zur Ehre dienen. Und nicht so auf die... Aki, wenn du nicht mehr antworten kannst, antworten willst, dann kannst du gerne runtergehen, weil wir wollen keinen Zeitpunkt. Okay, Mensah, schau mal. Du weißt, ich habe immer mit dir gut gehabt. Ich möchte hier nicht streiten, weißt du. Das Problem ist nur, wenn es nicht wichtig auf meine Frage eingegangen wird, dann ist das okay. Dann gehe ich raus. Nein, 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 warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nein, Aki, renn nicht weg. Nein, renn nicht weg, renn nicht weg, warte mal. Bruder, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Jedes verdammte Mal, jedes verdammte Mal, wenn er drin ist, versucht er jeden zu verwirren mit Scheinargumenten aus der Bibel. Dabei gibt er sich aus als Sonnite, als der Relemé von den Sonniten. Und dann, wenn wir auf eine Frage kommen, dann will er auf einmal weg. Ja, dann wollen sie auf einmal den Stream, dann wollen sie eine gescheite Erklärung. Bruder, wie jeder von uns, Mensa, Widerloka, ich und Brenton haben alle auf seine Frage geantwortet. Er war mit keiner einzigen Antwort zufrieden. Was sollen wir noch machen, Aki? Genau. Und was verlangst du noch? Genau, guck mal, Leute, das ist die Taktik der Muslime. Genau das haben Joker und Abu Qasim mit uns gemacht. Mensa, ich mach dir ja weiter. Warte mal, Aki, warte mal kurz, warte mal kurz. Leute, als ich und Jace debattiert haben gegen Joker und Abu Qasim, das war genau das Gleiche. Die haben uns bombardiert mit Fragen. Wir kamen nicht mal dazu, eine einzige Frage zu stellen. Und das ist genau das, was er hier macht. Guck mal, wir reden jetzt gerade seit 20 Minuten. Er zögert unnötig alles hinaus, anstatt eine einzige Frage zu beantworten. Weißt du, wir haben seine Frage schon drei, vier Mal beantwortet. Er sagt, für ihn macht das keinen Sinn. Okay, wozu sollen wir noch mal beantworten, wenn es für dich keinen Sinn ergibt? Bitte, Aki, wäre das kein Sinn für dich? Lass mich mal weiter antworten. Lass mich mit aufhören. Lass mich mit aufhören. Wir müssen einfach zugeben, dass das keinen Sinn macht. Guck mal, siehst du, siehst du, Aki. Das ist der Punkt, warte schnell. Du, Aki, du machst das so, du probierst die Leute, die zu hören, zu täuschen. Indem du die ganze Zeit behauptest, dass dieser Mensch in der Hölle gelandet wird. Darum bin ich da reingekommen und habe gedacht, siehst du, wenn wir Step-for-Step gehen, dann merken die Leute, dass du eigentlich nur hier irgendein Spiel treibst. Weil, schau mal, woher kannst du wissen, dass diese Person in die Hölle geht oder nicht? Woher wirst du wissen, ob die Person gerätet ist oder nicht? Siehst du? Richtig, richtig. Deswegen, Aki, wir haben deine Frage beantwortet. Ich als Muslim sage wieder locker, Allah weiß es. Aber ihr habt den Anspruch, dass ihr wisst, dass ihr im Paradies kommt. Und das ist ja der Punkt. Jetzt hast du Wort auf die Frage von Optik, ganz genau. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Vielen Dank. Jetzt hast du Wort auf die Frage von Optik. Okay, Aki, wir antworten euch, dass ein Mörder nicht in die Hölle geht. Das ist der Punkt, Aki. Jetzt geh auf die Frage von Optik. Genau, du hast genau bei den Punkt gebracht. Wir reden von Gerechtigkeit, wir wollen, dass hier Gerechtigkeit herrscht. Jalla, Aki, jeder hört zu. Jeder will hier Gerechtigkeit haben, okay? RIPTOP, ich muss raus. Du musst raus. Du musst raus. Aki, ist das dein Ernst? Nee, ich... Achil, ist das dein Ernst, Aki? Ist das dein Ernst? Nee, nee, warte mal, das war Brennan, das war Brennan. Ich wollte gerade nicht, dass ich mich dann... Achso, tut mir leid. Brennan, Bruder, ich werde dir schreiben, ja? Danke für deinen Beitrag, Bruder. Aber ich habe dich aufgenommen. Guck mal, Aki ist abgehauen, guck mal, sieht hier, er ist abgehauen. Aki ist abgehauen, Leute. Aki ist abgehauen. Der wahrhaftige Sunnete, Moslem, Muahed, Muahed, ist abgehauen, Leute. Seht ihr, wie peinlich die sind, seht ihr, wie peinlich sie sind, was für Heuscht hat sie... Leute, Katastrophe, Leute. Leute, merkt ihr, was für Geister das sind? Das sind, das sind Dämonen, Leute. Das sind wirklich Kinder des Teufels, einfach diese Leute, wirklich, Alter. Jetzt sagt er, ich habe ihn gekickt. Er lügt, glaub mir, er lügt. Komm hoch, komm hoch, Aki. Ja, komm hoch, komm hoch. Moment, da kann ich ganz kurz bitte was sagen. Erstens, lasst uns in der Liebe des Herrn Jesus Christus die einzigste Wahrheit, der Herr der Herrlichkeit. Es gibt keinen anderen Herrn der Herrlichkeit, außer einen, und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Aber ich habe gesagt, ich muss rausgehen, weil ich werde gleich abgeholt. Aber ich wollte ganz kurz beten für euch und für mich und für diese Menschen. Bruder, lade mal Akil ein. Tut mir leid, Brenton. Bitte, Brenton, guck mal, wir müssen, wir müssen solche Menschen bloßstellen, wirklich. Wir müssen solche Menschen bloßstellen. Ich sage Ihnen, warum. Weil er will hier Gerechtigkeit, also Ungerechtigkeit aufdecken. Und Bruder, dabei ist bei ihm eine ganze Katastrophe. Ich verstehe. Eine ganze, weißt du, was für eine Katastrophe in seiner Dogma, in seiner Lehre drin ist? Bruder, wenn ihr das wüsstet, dann wäre diese Ungerechtigkeit, die er hier als Ungerechtigkeit bezeichnet, die größte Barmherzigkeit, die er je gesehen hat. Wir stellen Menschen bloß durch die Liebe. Der Herr Jesus Christus hat jeden einzelnen Pharisäer und Schriftgelehrten am Kreuz bloßgestellt, indem er für ihn starb. Versteht ihr, was ich meine? So, Turm, Bruder, Bruder, Bruder. Aber er hat sie genauso auch verbal aufgedeckt. Genau, genau so. Er hat aber gesagt, lass uns kurz bitte beten, weil ich raus muss. Okay, mach mal. Oder ist es schlimm, dass wir jetzt... Aber ganz kurz, Akil hoch, Akil hoch. Alle in den Kommentaren, Akil hoch, bitte. Akil hoch. Bruder, ich habe ihm gerade eine Anfrage geschickt, er hat abgelehnt. Glauben, er hat abgelehnt. Aha, wieso klickst du weg, Mensa? Wieso klickst du weg, Mensa? Verdammt. Er hat abgelehnt, Bruder. Brant, Brant, bitteschön. Bitteschön, Brant. Ja, Geschwister, ich wollte eigentlich nur ein Wort noch geben. Bleibt bitte in der Liebe, egal welcher Mensch euch begegnet. Und wenn ein Mensch Antwort von euch fordert, der Herr, nee, ich glaube Petrus war es, oder Paulus, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sagt, seid jederzeit bereit zur Rechtfertigung eures Glaubens. Und das Wort im Griechen ist Apologia. Also die Apologetik ist die Rechtfertigung des christlichen Glaubens. Und da möchte ich auch nur sagen, bleibt in der Liebe, betet für diese Menschen. Wer hier reden kann, das geht an mich, dieses Wort, der kann auch auf die Knie gehen und für diese Menschen bitten und für Bitte tun. Und deswegen möchte ich einfach ganz, ganz kurz noch beten. Gib mir einfach, gib mir 30 Sekunden. Ja, Vater, ich bete im Namen des Herrn Jesus Christus, Halleluja. Und ich bete, dass du diesen Leif segnest, Herr, und dass diese Worte, die du durch die Geschwister sprichst, Halleluja, durch den Heiligen Geist, dass diese Menschen erfüllt werden von deinem Wort. Halleluja, du hast gesagt in deinem Wort, in 1. Johannes 5, Abfest 20, Denn der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns einzig gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jeschua Hamashiach. Dieser ist der wahrhaftige Gott um das ewige Leben, Halleluja. Und auf ihn setzen wir unser Vertrauen. Und dafür danke ich und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, öffne die Herzen und kehr ein. Solange es heute heißt, Halleluja, möchten wir Buße tun in deinem Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke, danke. Shalom, Max. Shalom, mein Bruder. Shalom, Shalom, ich muss mich nicht so was sagen, bitte, Leute, bitte. Gebt mir mal bitte eine Minute, Leute. Guck mal an alle hier drinnen, ja. Dieser Akil, guck mal, der tut immer ein auf nett. Wenn ihr bei denen reingeht, die die Streams, ja, die bombardieren dich mit Fragen über Fragen über Fragen, okay? Ihr wart alle Zeugen, ich habe zum Beispiel vor, ich glaube, drei Wochen mit Joker und mit Abu Qasim debattiert. Das war genau das gleiche Spiel. Sie bombardieren dich mit Fragen über Fragen über Fragen. Sobald du eine Frage stellst, wird es einfach ignoriert oder sie lassen sich einfach nicht ausreden. Jetzt kommt er hier rein. Er stellt eine Frage. Wir haben vier Leute, haben ihn geantwortet. Brandon hat ihn geantwortet, Widerloca hat ihn geantwortet, ich habe ihn geantwortet, Kiptock hat ihn geantwortet. Er sagt, macht für ihn keinen Sinn. Ich sage, okay, kein Problem. Beantwortet bitte unsere eine Frage. Was hat er gemacht? Er hat alles hinausgezögert, er hat die Frage nicht beantwortet und ist jetzt runtergegangen und hat geschrieben, dass ich ihn angeblich gekickt habe. Ich habe ihn danach eine Anfrage geschickt. Was hat er gemacht? Er hat abgelehnt und ist abgehauen. Das ist der Islam. Das sind die Apologieten des Islam. Ah, jetzt nicht, jetzt verallgemeinern, das ist nicht Islam. Moment. Ich weiß nicht, was er gehammert hat, also ich bin kurz weg gewesen, aber sag nicht, dass das Islam ist, nicht verallgemeinern. Ich will fragen, du hast ja vorhin dieses Hadith gezeigt. Genau, ja. Die Frage gestellt, kannst du mir nochmal die Quelle nennen? Nein, ich kann vielleicht später nochmal nachschlagen, nachgucken, weil mich interessiert es auch. Klar. So was dort. Also, es gibt zwei Referenzen. Okay, es gibt erstmal die Buchreferenz und dann gibt es die normale Referenz, die du abrufen kannst im Internet. Was wäre die lieber? Im Buch, also wirklich das Buch aufschlagen, vielleicht in einer Moschee oder im Internet schauen? Ich würde sagen im Internet, oder? Wie du magst. Prinzess? Ich glaube, ich muss was fragen. Ja, ganz gut. Prinzess, was wäre dir denn lieber, weil wir hören dich nicht, wenn du aus der Elbe rausgehst? Okay, also Muslim, okay, einfach Sahih, ja Sahih, Muslim oder einfach nur Muslim und die Zahl 2, 6, 6, 2, C. Okay, wie Cäsar. 2, 6, 6, 6, 2, Cäsar, ja. Okay. Okay. Gut, habe. Danke. Kein Problem. Ja, Gottes Segen, Prinzessin. Achso. Ja, Ausländer. Ich wollte mal fragen, wie ihr mir Lukas 14, Vers 26 erklärt. Okay, Ausländer, bist du, bist du Sonite, bist du Muslim? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Seht ihr das, Leute? Ihr seht das alle. Wenn du eine Frage stellst... Warum spielt das jetzt keine Rolle Ausländer? Warte mal kurz, Ausländer, wenn du eine Antwort von uns haben möchtest, wieso gibt es uns keine Antwort? So kannst du zuerst antworten, warum seid ihr so üppelisch? Meine Antwort, ich schille vor. Ihr immer von Gerechtigkeit redet, ihr redet immer davon, dass das Christentum ungerecht ist und dann, und dann wollt ihr nicht, dann fragt ihr eine Frage und dann wollt ihr keine Fragen beantworten. Ja, alles gut, guck mal, wir machen den Unterschied, stell mal deine Frage bitte, Ausländer. Sag mal, stell mal deine Frage, wir beantworten, wir haben keine Angst vor Fragen. Stell mal deine Frage. Ich habe auch schon gestellt. Du hast einfach den Vers genannt, kannst du bitte vorlesen, danke schön. Ich habe gesagt, wie er erklärt, bei gut vorlesenden Leuten. Lies doch vor, du hast ja anscheinend die Quelle, lest du einfach vor, dann werden wir antworten. Warum soll ich nachschlagen? Du hast du mit mir damit gekommen, was ich weiß nicht, was da steht. Was sagst du? Was ist, was da steht? Nee, ich kenne nicht die ganze Bibel auswendig. Du hast doch die ganze Bibel auswendig. Ich kenne nicht die ganze Bibel auswendig. Du hast die Quelle genannt, es wäre schön, wenn du vorliest und ich werde dir antworten. Na, da steht, dass man alle Familienangehörigen, alle hassen muss, wenn man ein Jünger sein möchte. Okay, alles klar verstanden. So, diese Stelle steht auch im Matthäus drin. Wenn das Wort hassen, das bedeutet nicht unbedingt mit diesem Gefühl hassen, sondern hassen biblisch kann auch bedeuten, dass du Jesus mehr liebst als deine Familie. Das gleiche Wort wird auch im Alten Testament verwendet, zwischen Leer und Rahel. Jakob zum Beispiel hatte zwei Frauen, er hat die eine mehr geliebt als die andere, okay? Und das Wort, was dort verwendet wurde, war hassen. Aber das heißt nicht, dass er sie gehasst hat, sondern dass er Rahel mehr geliebt hat als die andere. Und genau das ist das, was Jesus gemeint hat, wenn er meint, du sollst deine Familie hassen. Er meint nicht, dass du sie von deinem Gefühl her hassen sollst, sondern er meint, dass du ihn mehr lieben sollst als seine Familie. Die gleiche Geschichte wird im Buch Matthäus erläutert und da wird nicht das Wort hassen verwendet, sondern genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass du Jesus mehr lieben sollst als seine Familie. Ist eine Frage beantwortet? So steht es aber nicht drin, da steht klar und deutlich, du musst alle anpassen. Du kannst so viel, wie du willst, ich wünsche ich niemals so viel, wie du willst, du kannst es überspielen, wie du willst. Du kannst es überspielen, wie du willst, du kannst es überspielen, wie du willst. Okay, und wenn dort steht, hast du, was ändert, was, was ist es da? Das ist, man, ja, das ist, guck mal, genau, guck mal, Stellung hat gerade die Quelle eingeblendet, da steht auch Matthäus 10, ab Vers 34, jeder kann selber nachlesen, genau die gleiche Geschichte. Jesus hat das Wort, du sollst mehr lieben als deine Familie benutzt. Lukas hat etwas, ein heftiges Wort benutzt, weil er weiß, dass die Leute, oder er geht davon aus, dass die Leute, die das lesen, von der Bibel Ahnung haben, nicht wie dieser Typ, der gerade hier drin war. Jeder, der die Geschichte kennt, was ich gerade gesagt habe, von Lea und Rahel und Jakob, da wurde genau das gleiche Wort verwendet, hassen, aber wir wissen, dass Jakob auch die anderen geliebt hat, aber er hat nur Rahel mehr geliebt als Lea. Okay, und deswegen, das ist genau das, was Jesus im Kontext gesagt hat, dass du ihm mehr lieben sollst als seine Familie. Das ist ja das erste Gebot eigentlich, dass du Gott mehr lieben sollst als alles andere. Aber das checkt er nicht oder er will das nicht checken, aber ist okay. Wieder so eine Zeitverschwendung. Guck mal, Leute, also guck mal, ihr wisst, ich habe sehr, sehr viel Geduld. Aber das, was die meisten, nicht alle Princes, du hast recht, ich habe vorhin alle in einen Topf geschmissen, tut mir leid. Aber das, was die meisten muslimischen Apologeten hier auf TikTok veranstalten oder Missionare, das ist einfach nur noch erbärmlich, ja, die stellen eine Frage, die sind nicht bereit oder die wollen nicht die Antwort verstehen. Und wenn du eine Frage stellst, dann, ja, wollen sie nicht antworten. Und das ist der Unterschied. Das ist Heuchelei und das ist Takir. Heu, ihr Lieben, ich bin eigentlich reingekommen, wo wir noch bei 1. Johannes 5, 16, 17 waren. Gott, das ist ja nicht. Ich bin ein Lass an euch, dann gehe ich wieder raus. Habt ihr Interesse, dass ich das mal ganz kurz aus meiner Perspektive erkläre? Warte, bitte, sag mal kurz, bitte. So, Matt, sorry, kannst du weiterreden? Ja, ich würde das gerne einmal aus meiner Perspektive erklären. 1. Johannes 5, 16, 17, weil ich lese gerade den Johannesbrief, den ersten und studiere ihn sehr intensiv, habe dann auch mehrere Bibelkommentare gelesen und eigentlich, also da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber eigentlich die Mehrheitsmeinung ist, dass Johannes immer unterscheidet und zwar aus dem Alten Testament heraus zwischen einer Sünde, die ich mit Intention tätige und konstant und Sünde, die mir passiert, und das hier ist die eine Sünde, die zum Tod führt, das ist die Sünde mit Intention, wo ich in Sünde lebe und wo dann, was ja auch im ersten Kapitel vom Johannesbrief ist, wo dann der Herr träumt, gerecht ist und von jeder Ungerechtigkeit uns reinigt, wenn wir sie bekennen. Und das ist hier gemeint, da ist das Thema eigentlich bei Johannes, weil da greift das Thema mehrfach auf, dass er klar unterscheidet zwischen einer Sünde, die ich begehe, die ich will, wo ich mich in Dingen reinbegebe, die ich mit Intention mache oder den Dingen, die mir passieren, weil ich trotzdem noch eine gebrochene Natur in mir habe. Deshalb am Anfang steht, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der lügt. Das ist ganz klar hier eine Meinung von Johannes und so, glaube ich, kann man diese Stelle am allerbesten verstehen. Und die Sünde, die zum Tod führt, ist tatsächlich die Sünde, in der ich mich hineinbegebe, die ich wirklich will, die ich mit Intention mache. Und normalerweise werden alle schweren Sünden, wenn die nicht aus dem Affekt kommen, wie Mord, Liebstahl, Vergewaltigung, Täuschen, Betrügen. Das sind eigentlich die Dinge, die dann auch im Konsens der Schrift sind, die ich normalerweise mit Intention begehe. Eine Notlüge, ein Zornesausbruch oder solche Sachen, die werden eigentlich in der anderen Kategorie geführt. Und das wird ja schon im Alten Testament auch anders bewertet und auch anders im Tempel bewertet. Richtig. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe das auch gelesen. Genau das gleiche Kommentar, genau die gleiche Erklärung habe ich auch gelesen. Also das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Ich glaube, das hat sogar der Bruder Brennan Ihnen auch teilweise erklärt. Aber das hat er einfach nicht angenommen. Dann gehe ich wieder raus, weil ich habe nicht so viel Zeit. Okay, Bruder. Eine Frage an euch. Ihr habt ja Überschrift geschrieben, Jesus ist Lord. Also Jesus ist Gott, ne? Ja, haben wir. Eine Frage dazu. Also Jesus ist Gott, das heißt, es ist ja über Menschen, richtig? Bitte stell deine Frage, stell deine Frage bitte. Ja, meine Frage ist, kann Mensch gleich sein wie der Gott? Dass er auf Toilette geht, dass er duschen geht, so wie wir? Guck mal, ey, ich habe keine Energie für sowas, ja wirklich. Das ist wirklich primitiv. So, Mann, das ist, ey, guck mal, das ist so primitiv einfach, das ist nicht normal, Alter. So, weißt du? Das ist so, also, Leute, oh Mann, guck mal. Kann man nicht mal zurückfragen und einfach mal fragen, wenn ich keinen blassen Schimmer habe, was das Christentum lehrt, noch nie was von der Inkarnation gehört habe, warum gehe ich in einen Raum und stelle so eine Frage? Das ist peinlich. Also es ist so ähnlich, als wenn ich null Ahnung vom Islam habe. Ich gehe aber in einen Raum mit Top-Leuten und stelle die dümmste Frage, die man stellen kann. Danke, Mann. Entschuldigung, wenn ich so ehrlich bin. Danke schön, Mann. Einer musste es gesagt haben. Danke schön. Und das ist Basislehre, die Inkarnation von uns. Gott nimmt eine menschliche Natur an. Die menschliche Natur geht natürlich auf Toilette, aber die göttliche Natur ändert ihre Natur nicht. Sie ist vollkommen Gott. Das ist Basislehre. Das lernen wir Anfänger. Ja, erste Klasse Christentum. Erste Stunde. Das ist, guck mal, du musst dir vorstellen, guck mal, die Schwester Princess, die ist Muslimin oder Muslim, die kam hier hoch, hat richtig top Fragen gestellt, so richtig aufrichtige Fragen gestellt, weißt du, so sinnvolle Fragen, um zu verstehen. Aber sobald Menschen anfangen, solche Fragen zu stellen, erstens, die wollen keine Antwort, zweitens, das sind Verzweiflungsfragen, dass man wirklich so auf dieses unterste Niveau geht, um zu fragen, ja, wie kann Gott auf Toilette gehen? So, als Mensch. Weißt du, das ist, das ist einfach Dummheit, wie du sagst. Anders kann man das nicht formulieren. Und ich hab wirklich keine Energie mehr oder wir haben keine Lust mehr, Energie mehr, uns mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Das ist einfach, haben wir schon tausendmal beantwortet. Und ihr braucht nur auf mein Profil zu gehen, da gibt's sogar ein Video dazu, wo jemand gefragt hat, ob Gott Erektion haben kann und so ein Quatsch. Und das ist einfach nur noch peinlich und erbärmlich. Also, wenn ihr nur solche Fragen drauf habt, dann tut uns wirklich leid, ja. Und Akil ist übrigens abgehauen. Also, ja, das ist auch ein anderes Thema. Also, falls jemand das mit Akil aufgenommen hat, bitte postet es, weil, lass uns diese Leute below stellen. Einfach postet dieses Video, zeigt ihnen, wie er ist, damit Leute aufhören, in den Streams reinzugehen. Weil die sind einfach nur Heuchler, sind Heuchler. Oder Mensa? Ja. Äh, wenn du dann die Aufnahme hast, glaubst du, zeigt es genauso an? Weil, soweit ich weiß, bei Aufnahmen ist nicht so gut, oder? Oder zeigt es genauso an? Das Problem ist, ich hoffe sogar, dass es gespeichert wird, weil, wenn ich Streams mache länger als drei Stunden, dann wird es meistens nicht gespeichert. Und wir haben jetzt nur drei Stunden. Weißt du, wir sehen, es kann sein, dass es nicht gespeichert wird. Ich hoffe, dass es gespeichert wird. Aber falls es nicht gespeichert wird, dann postet mal bitte jemanden, der aufgenommen hat. Okay, okay, alles klar. Aber Leute, Leute, ich kann sehr gut Videos bearbeiten, falls irgendwer aufgenommen hat. Am besten mir schreiben, ich schicke euch mein Telegramm oder du, Mensa, wenn es gespeichert wurde. Okay, wir haben einen neuen Gast, Bruderherz. Ich habe eine Frage. Ja, hast du an, ich habe noch zehn Minuten. Bist du noch da? Ja, ich bin da, ich bin da. Stell mal bitte deine Frage. Hast du, ja, meine Frage wäre, inwiefern so könnt ihr die Gottheit Jesus so in der Bibel so beschreiben und auch seine Menschlichkeit so zugleichen? Ihr wisst es ja, viele, also von vielen Christen habe ich mitgekriegt, dass Jesus sei Mensch und Jesus sei Gott zugleichen im Christentum. Und zweitens, so wie erklärt ihr es, dass es bis heute noch sehr viele antitrinitäre so Christen auf der Welt gibt und sehr viele, die halt, ja, sagen wir mal, die Gottheit Jesus immer noch nicht anerkennen und sehen ihn immer noch als nur Gottes Sohnes etc. Das ist die Frage, die mich beschäftigt, weil ihr wisst es genauso. Es gibt ja nicht nur die eine Sicht vom Christentum, sondern auch mehrere. Und mich wundert es, wenn diese Religion wirklich so einheitlich ist, wieso hat die Gruppe die Meinung und die andere Gruppe die andere Meinung, während man sich einig ist, dass es nur eine Bibel ist. Und diese eine Bibel, ja, sagt euch anscheinend, dass Jesus Gott ist und für die anderen, dass er eben nicht Gott ist. Bevor andere antworten, kannst du mal bitte sehr viele definieren? Was bedeutet für dich sehr viele, die die Gottheit von Jesus nicht anerkennen? Naja, es gibt sehr viele antitrinitäre so auf der Welt. Was heißt das, sehr viele? Es sind, ich habe gerade nachgeschaut, es sind genau 2,4 Prozent, mein Lieber. Ja, genau. Da wollte ich hin. Naja, aber was geht, Geschwister, alles gut? Es geht mir nicht darum, um die Menge, es geht mir einfach darum, dass diese Menschen auf diese Idee kommen, eben Jesus nicht als Gott zu verherrlichen. So könnt ihr es mir erklären. Es geht mir nicht darum, so etwas schlecht zu reden etc. Da ist es halt einfach nur eine Frage. Und ich frage mich auch wirklich, warum du jetzt auf die Menge dieser Menschen eingegangen bist und nicht auf meiner Frage. Aufgrund deiner Behauptung. Du stellst eine Behauptung auf. Ganz kurz, lass ich mir nur antworten. Du stellst eine Behauptung auf. Wenn ich sage sehr viele in meiner Welt, lass mich ganz kurz. Du kannst dann reden, wir sind alle freundlich hier. Wenn du sagst sehr viele, dann habe ich im Kopf 30, 40, 50 Prozent. Das sind sehr viele. Und wenn du eine Behauptung in deine Frage einbaust, dann ist es natürlich, dass wir nachfragen, was bedeutet das eigentlich? Weil wir hören ja ein paar hundert Leute zu. Und dann relativieren wir das mal mit Fakten und merken, okay, es sind nicht sehr viele, sondern es ist eine ganz kleine Minderheit, die das macht. Und dann haben wir schon mal eine Relation und dann beantworten wir deine Frage gerne. Nur ich wollte einfach nur klarstellen, dass die Implikation deiner Frage nicht korrekt ist. Ganz einfach. Okay, dafür hast du dann einfach Antworten direkt auf seine Frage. Ich bin eigentlich jetzt wirklich nur deswegen hochgekommen, weil die Gottheit-Jesu-Frage ist echt meine Spezialität. Hassan, erstmal, an sich habe deine Frage vollkommen verstanden. Es ist auch vollkommen gerechtfertigt, dass du fragst. Du musst dir vorstellen, oder ich beginne mal so. Für uns Christen, unser Maßstab, unser Glaubensinhalt ist die Bibel. Und für uns ist es auch die Bibel allein. Wir glauben aus der Bibel. Wenn die Bibel was sagt, dann ist es geltend für uns. Die Bibel lehrt durch und durch, dass Jesus Christus Gott ist. Und es gibt kleinere Gruppen, Sekten, die die Gottheit des Herrn Jesus Christus ablehnen. Demnach sind das aber keine Christen, das sind Sekten. Weil die Bibel selber definiert, dass eben solche Leute Antichristen sind. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist, wenn du durch die Bibel liest, wir kennen jetzt zum Beispiel Philippa 2, 5 bis 11, wo zum Beispiel steht, seid so gesinnt, so wie Jesus Christus es war, der, obwohl er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub versieht, Gott gleich zu sein. Oder Römer 9, Vers 5, wenn da steht, Christus, der über alles, der hochgelobte Gott in Ewigkeit, Amen. Oder wenn die Bibel sagt, Johannes 1, 1, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort selber war Gott. Und dann steht in Vers 14, und das Wort wurde vielleicht, also er wurde ein Mensch. Auch direkt mit der Frage, ob er auch Mensch war, wie du gefragt hast. Ja, er war wahrer Mensch und er war wahrer Gott. Und das sehen wir perfekt eigentlich in Philippa 2, 5 bis 11. Da steht, dass er in der Gestalt Gottes war und Gott gleich war, er aber ein Mensch wurde. Da sehen wir direkt, er war wahrer Gott und er wurde wahrer Mensch, aber er war das zugleich. Und alle anderen Gruppen, die nicht trinitarisch sind, lesen entweder ihre Bibel nicht oder sie haben es nie gecheckt, aber wir identifizieren uns auch nicht mit diesen Leuten, das sind auch keine Christen. Das ist wie, wenn du zum Beispiel Sunni bist und da kommt jetzt, keine Ahnung, ich mache es jetzt einfach mal so, zwischen Sunniten und Schiiten gibt es ja auch Spannung, weil sie dann sagen, Imam Ali ist es und dann die sagen, nein und bla bla bla. Bei uns ist es ähnlich, wir, also nicht in dem Kontext, aber nur von der Spannung her. Das kann sich nicht vergleichen, man, das mit dem Sunniten und Schiiten, das ist sowas ganz anderes. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, es ist vom Inneren her nicht so, aber deswegen habe ich gesagt, von der Spannung her, habe ich gerade gesagt. Diese Menschen, die die Gottheit Jesu ablehnen, sind keine Christen. Das sind auch keine erretteten Christen, das sind auch Menschen, die nicht in den Himmel kommen, so ist es ganz einfach. Der Jesus selber sagt es, wenn ihr nicht erkennt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Oder er hat gesagt, wer an mich glaubt nach der Schrift, aus denen werden Kontextströme lebendigen, Wassersfließen, sprich, sie werden errettet sein. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man wirklich versteht, wer der Herr Jesus Christus wirklich ist, weil es reicht nicht einfach zu glauben, dass er irgendwie ist und irgendwie war, sondern ihm geht es schon darum, dass du verstehst, wer er ist. Und die Bibel macht es eigentlich ganz, ganz klar und ganz obvious, dass er es ist, weil durchgeschrieben steht, dass er Gott ist. Dass die Apostel bezeugen ist, dass Gott der Vater bezeugt, dass er, dass Jesus Gott ist. Der Heilige Geist kommt und bezeugt uns, dass Jesus Gott ist. Also da kann man eigentlich, das kann man irgendwie nicht verfehlen eigentlich, dass er Gott ist. Amen. Ich habe jetzt noch was gesagt. Ey, warte, warte, bevor du jetzt irgendwas sagst. Erstmal möchte ich den Typen jetzt dafür danken, für seine richtige Antwort. Und ich würde gerne mal von den einen oder anderen Typen jetzt hören, was geht denn? Ey, Hassan, dein Ernst? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ihr müsst ihnen zuzuhören, Hassan. So. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe nur noch weniger als 20 Prozent. Es kann sein, dass der Stream ausgeht. Deswegen Hassan, du hättest nicht ausreden lassen sollen, okay? Jetzt kannst du gerne reden, was du sagen willst. Dankeschön. Ähm, ja genau, ich wollte einfach nur den Typen jetzt gerade hier, Odossa, hat doch gerade geredet. Genau, ich war das. Ich möchte dir auf jeden Fall danken für deine Antwort, für deine aufrichtige auch Antwort. So einfach war das. Also für die anderen, die hier nach meiner Frage so rumgemeckert haben. So einfach war das. So einfach könntet die auch antworten. Hassan, okay. Ganz kurz, kann ich was sagen? Ja. Erlaubst du es mir, weil vorhin hast du es mir nicht erlaubt, okay. Also, stell dir vor, ich sage dir, okay, wenn der Koran so eindeutig ist, ja, warum gibt es dann so viele Ahmadiyya? Weißt du, wie viele Ahmadiyya es gibt? Es gibt maximal 40.000 in ganz Deutschland, okay? Stell dir vor, ich sage dir das so, ja, und warum gibt es so viele Ahmadiyya? Was antwortest du mir darauf, ganz ehrlich? Denkst du dann nicht auch so, hä, was redest oder was für Ahmadiyya, wie, wie? Ich weiß doch, wer... Verstehst du, verstehst du uns jetzt? Ja, ja, ja. Okay, halas, dann sei mir nicht böse. Sei keinem mir böse. Okay, okay. Okay, Leute, ich weiß nicht, die Neuen, also Bonita und Alessio, wollt ihr noch schnell was sagen, was fragen, weil ich muss gleich rausgehen, mein Akku ist leer. Ja, ich habe eine Frage an Hassan. Erzähl mir mal bitte, erklär, na, der ist schon wieder weg. In Surah 19, Vers 15, aber bis jetzt noch keine Antwort von keinem Muslim. Alles gut, alles gut. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht klären. Wir haben jeden nicht mehr so viel Zeit. Nein, Gott segne dich alle. Gott segne dich. So, Bonita, oder wer redet ihr gerade? Ich habe geredet. Hi. Ich habe eine Frage, und zwar, ich bin seitdem ich 15 bin, konfirmiert. Mein Vater war katholisch und meine Mutter war evangelisch, aber beide sind aus der Kirche ausgetreten, aber das hat so private Gründe gehabt, aber die glauben trotzdem noch. Und, ja, auf jeden Fall, ich habe hin und wieder durch Freunde mehr oder weniger Belehrungen erhalten, dass in der Bibel steht, dass man als Christ kein Schweinefleisch essen darf. Ich habe das dann mal nachgelesen und das stimmt tatsächlich. Jetzt wollte ich mal fragen, weil manche sagen dann, nein, man darf, und manche sagen, man darf nicht. Also da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Boah, den muss ich beantworten. Ich habe das letztens meinen Kindern in der Kleingruppe, in der Gemeinde gelehrt, weil wir über Speisegebote geredet haben. Guck mal, folgendermaßen, das mit dem Schweinefleischverbot sind Reinheitsgebote aus dem Alten Testament. Der Kontext ist dann ganz anderer. Was viele Leute nicht wissen, ist, sie denken, weil sie das Alte Testament lesen und weil da Gesetze drinstehen, dass diese Gesetze automatisch für Christen mitgelten. Aber wenn man das richtig liest, diese Speisegebote, also was die damals nicht essen sollten, das waren auch Reinheitsgebote, das ging an das Volk Israel. Das war nicht für dich und für mich, das war nicht für uns, das war für das Volk Israel. Also könnte man quasi sagen, im Prinzip für die Leute, die jüdisch sind oder koscher loben? Oder kann ich hier das beantworten, ganz schnell? Moment, Moment. Und in Markus 7 lehrt uns der Herr Jesus ja und sagt ja allgemeingültig, nicht das, was du isst, verunreinigt dich, sondern Gottes ist vielmehr wichtiger, was aus deinem Herzen kommt, was aus deinen Gedanken kommt. Weißt du? Genau. Und damit hat er ja alle Speisen für rein erklärt. In Markus 7, wenn du das liest im Neuen Testament. Und die Begründung, warum du eben tatsächlich alles essen kannst, die ist auch nochmal richtig stark. Schreib dir mal den Vers auf. 1. Korinther 10, Vers 25 bis 26. 5 bis 26? 1. Korinther 10, 25 bis 26. Da geht es jetzt im Kontext nicht direkt einfach nur um Schweinefleisch, sondern da geht es um Götzenfleisch. Also Fleisch, was auf den Namen anderer Götter geschlachtet wurde, weil die Juden, die haben das so damals nicht gegessen und sowas. Und Apostel Paulus, der den Brief quasi schreibt, sagt, alles was auf dem Fleischmarkt ist, das esst, denn es steht geschrieben, dem Herrn ist die Welt und was sie erfüllt. Sprich, damit wir es jetzt verstehen im richtigen Kontext, weil Gott alles geschaffen hat und weil Gott diese Welt gehört, egal, was Menschen aus Fleisch machen, Gott ist ja im Endeffekt der Eigentümer von allem. Deswegen steht ja in Hebräer 3, 4, alles wird von jemandem gebaut, der aber alles gebaut hat es Gott. So, weil Gott diese Welt gehört und weil Gott auch alles erschaffen hat und vor allem Gott am Ende, als er schuf, segnete und alles gut gesprochen hat, kann man alles essen. Deswegen sind wir nicht unter Speisen geboten und wir sind unter keinem Joch von Speisen geboten, sondern der Christ, der darf alles essen. Jesus hat uns das, vor allem weil Jesus uns das auch, er hat uns das gesagt. Und wir hatten dann die Situation, dass Apostel Petrus eben auch gewisse Sachen nicht essen wollte und Gott ihm extra eine Vision gegeben hat, damit er isst. Und Gott dann gesagt hat, Petrus, erkläre nicht für unrein, was ich für rein erklärt habe. Da sehen wir es nochmal ganz treffend, dass du als Christ, du kannst essen, was du möchtest. Du als Christ, du kannst Bacon essen, esst deinen Schweinebürgers, gar kein Problem. Kann ich noch ganz kurz was sagen. Noch dazwischen was und zwar Akil ist wieder drin. Akil, wenn du ein wahrhaftiger Muslim bist, bitte komm mal hoch. Auf jeden Fall, Bonita, ganz schnell. Ich habe nur noch 10% Akil. Achso, okay, okay. Seine Zeit, er hat es schon bewiesen. Und Leute, bitte, falls jemand aufgenommen hat, bitte schickt das Video Kipptok oder mir. Bitte, ja, bitte. Auf jeden Fall, Bonita, schau. Es gibt, es gab da, also wir müssen unterscheiden zwischen Zeremonialgesetze, okay, ich erkläre die ganz schnell. Zeremonialgesetze sind zum Beispiel, wie man ein Schlachtopfer darbringt. Es gab ja die fünf verschiedenen Arten. Ich will nicht tiefer eingehen. Ja, wie sich der Priester, was der Priester alles machen muss, ja im Alten Testament. Okay. Dann gibt es die Gesellschaftsgesetze. Die Gesellschaftsgesetze, das ist darunter, ist eben genau das mit dem Schwein, also die Speisegebote. Okay, und auch die Urteile für den Gottesstaat. Okay, und dann gibt es die allgemeinen Gesetze. Die allgemeinen Gesetze, das sind die zehn Gebote. Okay, die gelten für alle. Und jetzt pass auf, die Zeremonialgesetze und die Gesellschaftsgesetze sind nur an den Gottesstaat Israel gebunden. Und wir sind nicht mehr Teil des Gottesstaates Israel, weil es den Gottesstaat Israel nicht mehr gibt. Okay, so hätte ich es beantwortet, also ganz schnell. Und genau so ist es. Ich habe eine Frage. Ja. Zu Odosa, was er, also wie heißt er, Odosa, was er gesagt hat, zu, du bist nicht, was du isst und so, es kommt aus deinem Herzen und so, es ist egal, was man isst. Darf man dann auch Kacke essen? Ach, okay, okay, okay. Was, ein kleines Kind. Muslim, schämst du dich nicht? Nein, guck mal in Hesekiel. Ja, guck mal, guck mal. Guck mal in Hesekiel, oder was? Also das ist, das ist die Endstufe. Guck mal, ich mag nicht reden, sagt der Herr über Speisen. Leute, das ist die Endstufe. Es wäre manchmal richtig hilfreich, wenn Menschen zuhören, Alter. Ich habe über Speise gesprochen, ne? Leute, das ist die Endstufe. Also, Leute, boah, Alter, das ist die Endstufe, Bruder. Das ist die Endstufe. Also, mehr kann man nicht dazu sagen. Das war, alle gehört, Leute. Das ist die Endstufe. Ah, du bist das. Bruder, ey. Oh, mein Lord. Ey, dick, ey. Okay, das ist die Endstufe, ey. Digga, ich kann nicht mehr. Leute, ich habe, ich würde wirklich... Oh, Duster, mach doch. Du lässt schon, Bruder. Oder? Dann schicke ich alles zu dir rein oder Kip Talk. Achso? Oder wieder. Wer, warte? Wieder? Also, genau, also, wollt ihr, wollt ihr weitermachen, dann schicke ich alles zu euch. Nein, Bruder, ich mache mir gerade Nudeln, Bruder. Ich habe gerade keinen Bock. Ja, ich wollte nur, ich wollte gerade nur, wegen dieser Gottheit Jesu Sache und diesem Kleine, vielleicht war jetzt, war jetzt nochmal Baba, das zu erklären, aber sonst tot heute bei mir, Bruder, ja. Bruder, vielleicht heute Abend, weil ich, ich muss arbeiten bis neun und vielleicht kann man dann live kommen, aber ganz... Bruder, kannst du noch, kannst du noch essen, Bruder, nach dem, was jetzt gerade war? Bruder, dem Herrn ist die Welt und was sie erfüllt. Ich werde essen, Bruder. Amen. Bruder, Bruder, eben. Bruder, komm. Leute, 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 ich komme heute Abend wieder live. Heute zwei Schuhe, ja? Heute zwei Schuhe. Habub. Mensa, Gottes Segen, Habibi. Gottes Segen, Leute, an alle. Gottes Segen, mach live auf, Matt, mach schon live auf. Wieder locker, Matt, mach live? Aber ganz kurz, aber ganz kurz. Nein, bitte, nicht mein Sturm da, weißt du. Mensa, mein Bruder, bevor du rausgehst, eine Frage. Erzähl. Nein, warte, du kriegst die Frage gleich. Bonita, war das verständlich, was Sie erklärt haben? Hast du es verstanden? Ähm, ja, also, ich bin noch ein bisschen durcheinander mit diesem Zeremonial. Wir haben jetzt so viel gesagt und nicht, dass nichts hängen geblieben ist. Also, Fakt ist einfach nochmal zusammenfassend. Du als Christ darfst alles essen, weil das Essen verunreinigt dich nicht, weil Gott alles erschaffen hat. Gott erschafft nichts, was dich verunreinigt, weil es alles von ihm ist, deswegen kannst du das Essen. Guck mal, Leute, ähm, Bonita, komm heute Abend 20 Uhr, ja, heute Abend 20 Uhr, wir machen locker bis 23 Uhr oder so, komm einfach heute Abend, dann reden wir nochmal in Ruhe, ja. Okay, alles klar. Moment, ich hab nur noch eine Frage an dich, dann geh ich jetzt auch raus. Ey, Odossa, darf, darf man essen? Bruder, lass den Nudeln essen, oder? Beantwortet du mir mal lieber die Frage, bevor ich jetzt hier das hinaus zögere. Nein, 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 nein. Du hast meine Frage nicht gemacht. Darf man Gras essen? Bruder, ist Jesus Gott? Wenn er Gott ist, warum hatte er einen Bart? Stimmt, ja, wenn Jesus Gott ist, warum hat er einen Bart? Wenn Jesus Gott ist, wieso hat er geduscht, wieso hat er gegessen? Ich dachte, Gott muss nicht essen, ich dachte, Gott muss nicht essen. Nein, Bruder, ey. Oh, Mann, Alter, ey. Bruder, haben die, haben die. Deiner Gott, deiner Gott spazieren auf die Erde. Deine Gott geboren von einer Frau. Oh, Mann, ey. Ganz nochmal, Bonita, ganz kurz, du kannst dir auch mal das 15. Kapitel in der Apostelgeschichte durchlesen. Dort gehen die Jünger von Jesus hin und wenden den Bund, den Gott mit Noah gemacht hat, was das Essen betrifft, an. Und wenn du dir das durchliest, dann wirst du ganz klar sehen, dass es kein Problem ist, Schweinefleisch zu essen. Also das 15. Kapitel in der Apostelgeschichte, weil sie sich genau mit der Frage beschäftigen damals. Ja, ich versuche das halt alles für mich so ein bisschen, sage ich mal, zusammenzusammeln und für mich Klarheit zu schaffen, weil das ist schon vor allen Dingen von meinem Freundeskreis, also ich meine, ich respektiere wirklich jeden. Leute, 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 ich unterbreche, genau meine Akkuslehrer, bitte, ich muss raus. Ja, Leute, abends, bitte. Tschüss. Was du denkst? Okay, das heißt, der Koran hat auch Fitna gemacht mit Christen. Mit was? Hat der Koran auch Fitna mit Christen und Juden gemacht? Warum soll der Koran Fitna machen? Weil der Koran über Christen und Juden redet. Wir glauben an allen, also im Koran steht, wir sollen alle Glauben akzeptieren. Aber da steht, da ist jetzt nicht geschrieben, okay, Jesus ist das und das und das. So, hä? Im Surah 9, Vers 30 steht, Allah verflucht die Christen und die Juden, weil sie glauben, dass Allah in Sonn hat. Ist doch, oh Junge, egal, Alter. Okay, Flucht oder wie? Egal, egal, okay. Egal, du kannst gerne gehen, alles gut. Ich glaube, du willst nicht auf einer guten Ebene reden. Ja, sie meinte, sie ist 18, deswegen, alles gut. Alles gut, alles gut. Also Menschen wollen nicht verstehen. Es gibt Menschen, die wollen wirklich nicht verstehen. Sie wollen einfach nur sinnlos diskutieren. Ja, und ich meine, sie kommt hier hoch und fragt mich, warum ich hier bin, um Menschen über Jesus aufzuklären. Also das heißt, ich darf nicht Menschen über Jesus aufklären, ihrer Meinung nach. Ich sollte einfach nur zu Hause sein und meine Religion nicht praktizieren. Aber sie selber, sie glaubt an ein Buch, welches über andere Religionen spricht. Und das ist das Problem, weißt du? So, Koda Aras, ich wollte dich gerade reinlassen, aber irgendwie lädt das zu lange, deswegen nehme ich dich wieder raus. Du kannst ja gerne nochmal eine Anfrage schicken, weil ich habe leider nicht so viel Zeit. So, hallo Selma. Hi. Wie alt bist du? 18. Okay, dann glaube ich dir. Erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Also, in der Bibel steht doch, dass... Ja? Hallo? Hallo, ich erinnere dich nicht mehr, Selma. Ah, sorry, warte. Hallo? Ja? Sag mal bitte, was steht denn da? Ich habe Blackout, sorry. Alles gut, alles gut, schön durchatmen, durchatmen. Und, hast du jetzt, oder soll ich dich rausnehmen? Okay, sie ist weg, okay. Sie ist schon weg, alles gut. Ja, sie war, glaube ich, gar nicht 18. Hallo? Oh, hallo. Oh, Leute. Kommt bitte rein, wenn ihr 18 seid, ja? Ich bin über 18, keine Sorge. Okay, tut mir leid, dann habe ich dich verwechselt. Erzähl mal. Nein, kein Problem. Auf jeden Fall, du behauptest, Jesus war kein Muslim, richtig? Mhm. Warum steht in der Bibel, dass er gebetet hat wie ein Muslim? Er hat gebetet wie ein Muslim. Wie betet ein Muslim? Mit dem Kopf auf dem Boden und auf Knien. Mhm. Und da steht auch in der Bibel drauf, dass Jesus so gebetet hat. Okay, sind Orthodoxen auch Muslime? Sie beten genauso. Nein, wir reden jetzt nicht über Orthodoxen, wir reden jetzt gerade über Jesus, also bleib bitte bei Jesus. Okay, weil dein Argument ist ja, dass Muslime beten, indem sie sich knien oder indem sie mit dem Kopf auf den Boden gehen, richtig? Genau. Genau, aber nur weil jemand so betet, heißt das auch nicht, dass er ein Muslim ist, oder? Doch, weil wir Christen anders beten. Christen beten anders, ja? Ja. Okay, okay, okay. Und was spricht ihr im Gebet aus, wenn ihr betet? Ähm, unsere Suren. Okay, hat Jesus, als er gebetet hat, Suren ausgesprochen? Nein. Okay, also war er Muslim oder nicht? Also nee, ich weiß nicht, ob er Suren gesprochen hat. Sorry. Nee, 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 also er hat gesagt, er hat gesagt, mein Vater. Ja. Darfst du als Muslimen Allah als Vater bezeichnen? Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Genau, und deswegen, Jesus hat das aber gemacht, weißt du, deswegen war er kein Muslim. Genau, aber das Ding ist, wir denken so, dass die Bibel verfälscht ist. Und die Bibel war früher auch ein, das war früher originales Wort von Allah. Und die wurde verfälscht, und da sind ein paar noch Verse drin, Sätze drin, die noch richtig sind. Und das ist zum Beispiel ein Vers, der richtig ist und der umgeändert wurde. Ach so, okay, okay, das heißt, alles, was in der Bibel mit dem Islam übereinstimmt, ist nicht verfälscht, aber alles andere ist verfälscht, ja? Was genau verfälscht ist und was nicht, kann ich nicht sagen, aber die Bibel ist verfälscht. Aber egal, ich frage dich jetzt eine andere Frage. Nee, nee, warte mal, warte mal, du hast jetzt gesagt, was verfälscht ist, kannst du nicht sagen. Woher weißt du dann, dass die Aussage, die ich gerade gegeben habe, verfälscht ist? Meinst du, warum ich weiß, dass die Bibel allgemein verfälscht ist? Nee, du hast gesagt, was darin verfälscht ist und was nicht, kannst du nicht sagen, ne? Deswegen, woher weißt du dann, dass die Aussage, die ich gerade gegeben habe, falsch ist? Weil ich es von mir behaupte, weil... Ja, kann ich dir eine andere Frage stellen? Gerne, kannst du machen. Okay, ist Jesus Gott oder ist er Gottes Sohn? Der Sohn Gottes ist von Natur aus Gott. Weil Gott ist eine Natur, Gott ist sein Wesen. So wie wenn du, wenn deine Mutter dich zeugt oder dein Vater dich zeugt, dann hast du ja die gleiche Natur wie deine Eltern. Du bist ein Mensch, genau wie deine Eltern. Und genauso der Sohn Gottes, der schon seit Ewigkeit existiert, ist Gott von Natur aus. Sein Vater ist ebenfalls Gott. Und Jesus ist Gott? Richtig. Okay, betet Gott sich selber an oder warum betet Jesus sich Gott an? Wenn er selber Gott ist. Jesus hat seinen Vater angebetet, wie ich gerade gesagt habe. Er hat seinen Vater. Und der Vater ist doch Gott. Richtig, der Sohn auch. Also betet er sich selber an oder wie? Der Sohn hat den Vater angebetet. Und der Sohn ist doch der Vater oder nicht? Ne, das habe ich nicht gesagt. Dann erklär es mir. Wir glauben an einen Gott, der dreieinig ist. Das heißt, drei Personen, die gemeinsam ein Gott sind, weil Gott ist Geist. Okay? Es gibt Vater, es gibt Sohn und es gibt einen Heiligen Geist. Und Jesus ist... Was ist eins? Genau, diese drei sind eins. Aber das sind drei verschiedene Personen, die ein Wesen sind. Und der Sohn, Jesus, ist Mensch geworden. Und als Mensch hat er zu dem Vater gebetet. Okay. Wie kannst du dir vorstellen, dass Gott... Gott ist allmächtig, ne? Mhm. Und wie kannst du dir vorstellen, dass Gott geboren wird zu einem Baby? Und ein Baby ist so ein verletzliches Wesen und das soll Gott sein? Oder wie? Ja, also ich meine, wenn Gott in der Lage ist, Menschen zu erschaffen, dann ist er auch in der Lage, einer von den Menschen zu werden. Aber würde er, wenn er allmächtig ist und uns erschaffen hat, zu seiner Erschaffenheit werden? Ja, wenn er uns liebt, ja. Und unser Gott liebt uns. Und deswegen kam er als Mensch, um uns zu retten. Er würde doch andere Wege haben, um die Menschheit zu retten. Er würde doch nicht zu das, was er erschaffen hat, werden. Ja, aber es gab keine andere Wege, deswegen. Das war der einzige Weg. Ach so, also ist Gott nicht allmächtig und kann nur durch einen Weg gehen. Ich dachte, er ist allmächtig und kann alles. Naja, weil er allmächtig ist, hat er die weiseste Entscheidung getroffen, die es gibt. Und das war, indem er Mensch wird, um uns zu retten. Weil es gibt keinen Mensch, der in der Lage ist, die Menschen zu retten. Nur Gott alleine kann die Menschen retten. Okay, also wurde Gott zum Menschen, um die Menschen zu retten, richtig? Also wurde Gott zu einem Menschen, um die Menschen zu retten. Guck mal, guck mal, guck mal. Richtig, Gott wurde ein Mensch, um die Menschen zu retten. Guck mal, ich habe noch andere Gäste im Warteraum. Deswegen, ich habe deine Fragen beantwortet. Nee, Gott kann nicht sterben, nee. Er ist doch gestorben. Genau, weil er Mensch wurde. Er hat die menschliche Natur genommen und als Mensch ist er gestorben, aber als Gott ist er nicht gestorben. Ich dachte, er ist allmächtig. Kann jemand allmächtig sterben? Deswegen habe ich gerade gesagt, als Mensch ist er gestorben, aber als Gott ist er nicht gestorben. Okay, noch eine Sache. Und er ist am dritten Tag aufgestanden. Jetzt ist seine letzte Frage. Glaubst du an dein Buch? An ein Buch? An deinem Buch? An die Bibel? Genau. Ja, daran glaube ich, ja. Deswegen bin ich ja hier, um dir davon zu... Glaubst du, wann hast du jetzt hier dran? Bitte, stell mal deine Frage, bitte. Ja. Warum wird die Bibel so oft geupdatet? Warum gibt es Sachen, die man früher nicht machen durfte und jetzt machen darf? Warum wird die Bibel noch geupdatet? Okay, was meinst du mit updated? Zum Beispiel durfte man... Man darf zum Beispiel kein Schwein essen im Christentum. Aber ich kann essen, ein Schwein. Okay. Und wir sagen nicht. Okay. Hast du den Koran bei dir gerade? Ähm, ja. Okay. Öffne mal bitte Surah 3, Vers 50 und lies mal vor. Den Koran? Mhm, öffne mal den Koran, Surah 3 und lies mal vor. Ja, ich google mal? Mhm. Ja, und das zu bestätigen, was von der Tora vor mir offenbart war. Weiter? Und euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Wo steht das? Wo steht das? Im Koran. Okay, also im Koran wird ja bestätigt, dass Jesus einiges erlaubt hat, was vorher verboten war. Also, wieso stellst du mir die Frage? Okay, aber die Bibel kam doch nach Jesus, finde ich. Guck mal, du hast mich gerade gefragt, wieso wurde etwas geändert, ne? Aber wieso steht in deinem Buch, im Koran, dass es geändert wurde? Wieso hat Allah das bestätigt? Okay, gib mir eine Minute, ich lese kurz den Vers richtig. Lies mal nochmal laut vor, damit jeder hört. Ne, ich lese es gerade für mich, damit ich ihn kurz verstehe. Okay, lies mal danach auch für uns vor, bitte. Mach ich. An alle hier, das ist Surah 3, Vers 50. Surah 3, Eier 50. Da bestätigt Allah durch Jesus, dass er wirklich einiges erlaubt hat, was vorher verboten war. Also, selbst im Koran gibt es ein Update übrigens. Nicht mal gibt es gar keine Update. Der Koran ist vor hunderten Jahren unverändert. Lies mal bitte vor, lies mal bitte, die Suche nochmal vor, bitte. Okay, einen Moment, was ist das? Hallo? Einen Moment. Bitte, ich habe nicht so viel Zeit, bitte. Ja, einen Moment. Ja, da steht drauf, um das zu bestätigen, was von der Tora von mir offenbart war. Und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Okay, das heißt, Jesus hat einiges erlaubt, was vorher verboten war, richtig? Genau. Also, was ist dein Problem damit? Ja, ich dachte, man hält sich an sein Buch. Das ist ja unser Buch, der Koran. Und an das, was wir jetzt lesen, an das glauben wir auch zu 100% daran. Halten wir uns da folgen, wie auch dem Koran. Weil, aber ihr habt ja die Bibel und ihr macht, ihr verändert ja währenddessen. Okay, aber... Du bist ja nicht mal da. Okay, aber wieso hat Jesus im Koran gesagt, dass er einiges erlaubt hat, was vorher verboten war, wenn du ein Problem damit hast? Dann hat er anscheinend einiges erlaubt, was verboten war. Aber, aber... Und warte mal, warte mal, warte mal, warte mal bitte. Ist es jetzt kein Problem mehr oder ist es immer noch ein Problem? Es ist ein Problem. Das heißt, du hast ein Problem mit dem Koran, ja? Nein, es ist ein Problem, dass ihr die Bibel ständig ändert. Aber im Koran selber steht doch, dass Jesus etwas geändert hat. Guck mal, der Koran ist endgültig. Das ist das Letzte, was herabgesangt wurde. Ja, okay, ich glaube dir. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, aber... Das, was im Koran ist, das ist Punkt aus Ende. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, aber warum steht im Koran, dass Jesus Sachen geändert hat, wenn du was ein Problem damit hast? Jetzt war er vor dem Koran. Naja, wir reden ja gerade über Jesus. Vor dem Koran, er hat ja Sachen geändert. Okay, das heißt, vorher war das kein Problem, ja? Natürlich nicht. Wenn Jesus da am Leben war, dann macht er ja schon alles richtig. Okay, alles klar. Okay, ja, okay, danke schön. Ich war nicht mehr am Leben. Alles klar, okay. Weißt du? Ja, verstehe, verstehe. Alles klar, okay, danke, ja, danke dir. Gerne. Tschüss. Also Leute, ihr Problem war, ihr Problem war, dass, wer ist es, warum wir zum Beispiel jetzt Schweinefleisch essen dürfen, wenn es vorher verboten war. Sie hatte ein Problem damit und jetzt hat sie gerade im Koran vorgelesen, dass es Jesus wirklich erlaubt hat. Also Allah selber hat es im Koran erlaubt, ja? Oder bestätigt, dass Jesus einiges geändert hat, was vorher verboten war. Und jetzt auf einmal hat sie kein Problem mehr damit. Siehst du, wie heuchlerisch die Muslime sind manchmal? Nicht alle, aber die meisten sind... Oder mach mich mal groß. Oder mach mich mal groß. Flex in the house! Hahaha! Was geht, was geht, was geht? Mensa, wie geht's, ihr Bruderherz? Gut, Bruder, und ihr? Mir geht's gut. Hey, ähm, schade, dass du sie nicht drinnen gelassen hast. Ich wollte, ich war kurz davor, die zu vernichten jetzt gerade. Ah, Bruder, nee, 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 sie war in Jahil sowieso. Sie war in Jahil, also... Ey, Mann, ich war kurz davor, die so zu vernichten. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist traurig, aber egal. Ich guck mal jetzt, ich lass mal schnell die anderen Gäste durchmachen. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. So. Gottes Segen, alle, die hier zugucken, Gottes Segen, Liebe geht raus. Hallo, Samet. Du hast mich eingeladen. Du hast auch eine Anfrage geschickt, okay, dann nehme ich dich wieder runter, ciao. So. Äh, ja, nehmen wir Nino. Was ist gedacht, meine wunderschönen Brüder, Gott ist mit euch. Gottes Segen, alle. Ich will nur eins sagen, kehrt alle zu jedem. Jesus zurück, Jesus ist der einzige Weg. Vertraut mir und das wollte ich noch loswerden, ja. Amen, 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 amen. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, nichts anderes als die Wahrheit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ja. Passt auf euch auf, Gott ist mit euch. Ja, ich weiß, mein Bruder, Gottes Segen. So, liebe Moslemich, ihr habt gehört, Jesus ist die Wahrheit, nichts anderes. So, das liegt wieder zu lange, ich nehme dich wieder runter, weil ich habe nicht so viel Zeit. So, nehmen wir mal Mohammed, Mohammed hört sich muss, oh, jetzt ist er auch weg. Leute, was ist los, ja, wieso ich schick die Anfrage, wenn ich euch annehme, dann geht hier wieder weg. Hallo, muss doch mal. Ja. Moin, und zwar, du hast ja gerade eine Frage wegen Sura El Imran, also Sura 3, Vers, Vers was war das nochmal? Vers 50. Das ist eigentlich schon geklärt, aber was ist deine Frage, also warum, was liegt dir auf dem Punkt? Und ich wollte, ich wollte dir das kurz erklären, weil dieses Mädchen, also ich weiß nicht, was sie gelabert hat, ganz Zeit, also ich habe nichts verstanden, auf jeden Fall. Um das zu bestätigen, was von der Tora von mir offenbart war, und um euch etwas zu erlauben, was euch verboten war. Und ich bin mit dem Zeichen von euren Herren zugekommen und fürchte Allah und gehorchte mir. Okay, weißt du überhaupt, wer in Vers 50 gemeint ist? Jesus. Okay, und woher willst du das wissen, also woher nimmst du das raus? Weil man das aus dem Kontext herausnimmt, ab Vers 46 weiß man das. Hallo? Hier steht nichts in 46. Okay, liest mal ab Vers 46, bitte. Und er wird in die Wiege von den Menschen sprechen und in Mannesalter und einer Rechenschaffenden sein. Okay, stopp. Wer hat laut Koran in der Wiege gesprochen? Was? Wer hat laut Islam oder laut Koran in der Wiege gesprochen, als Baby gesprochen? Wer war das? Keine Ahnung. Also keine Ahnung, aber ey, das ist so hart. Als die Engel sagten, oh Mariam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dass dessen Name Al-Masih, Isa, der Sohn Mariams ist. Angesehen ist, angesehen in dieser Zeit und angedehnt und jenseits der Allah. Wer ist Isa? Wer ist Isa? Al-Masih? Alle haben an die Tora geglaubt. Okay, das heißt, du warte mal kurz, warte, lass mich doch bitte erklären. Ich habe nur noch drei Prozent, bitte. So. Und alle Menschen haben an diese Tora geglaubt. Aber danach kam ja die Bibel und all und es gab manche Leute, die wandten sich davon ab. Verstehst du? Die kamen nicht klar, was in der Bibel steht. Wer wandten sich denn ab? Sie wandten sich ab und dann entstanden Muslime. Wer wandten sich ab? Die Pharisäer. Guck mal. Diese Sachen, was in der Bibel früher stand, es gab es einige Menschen, die haben das nicht akzeptiert. Das sind wir Muslime gewesen. Verstehst du, was ich meine? Ich frage dich nochmal, wer wandte sich ab? Die Pharisäer. Junge, wir Muslime, wir. Was für Pharisäer, Junge. Okay, warte mal, warte mal, Musterfahrer, Musterfahrer, das heißt, was du sagst? Und deswegen ist dieser Vers gekommen, verstehst du jetzt, was ich meine? Okay, Musterfahrer, das heißt, früher hat jeder an die Tora geglaubt. Aber danach haben sich einige Menschen abgewandelt. Deswegen sind die Muslime so entstanden. Okay, das heißt, die Muslime waren nicht immer da, richtig? Doch. Hä? Aber du hast so gesagt? Mit Muster, also Moses, kamen die Tora, daran glauben wir, ja. Waren das Muslime schon oder auch nicht? Ja. Aber du hast so gesagt, die Muslime sind erst gekommen, als sie sich abgewandelt haben. Warte, warte, warte. Du hast dich gerade selbst untersprochen. Warte, 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 dieser Vers mit dem Schwein, veränderst du dich, dass dieses Mädchen, okay, dass der steht, ja, also der war ja erst mal in der, äh, wer ist das? In der Tora. What? Musterfahr, Musterfahr, Musterfahr. Dieser Vers mit dem Schwein, ey, ich hab noch ein, ey, dieser Vers mit dem Schwein, der steht in der Tora. Und in der Bibel steht, alles, was du zu dir nimmst, äh, wird, äh, wie nennt man das, wird wieder, äh, sauber. Musterfahr, wie kommst du jetzt von Sura 3, Vers 50 auf, also ich weiß gar nicht, warum du das jetzt überhaupt erzählst. Ich hab das gerade erklärt, jetzt hab ich meine Frage. Nee, nee, Musterfahr. Musterfahr, kannst du mir erklären, also, dann glaubst du daran, dass Jesus, ähm, einiges, ähm, erlaubt hat, was vorher verboten war, ja oder nein? Okay, Jesus war ein Gesandter Allahs, okay, ich weiß nicht, was er verboten hat und was er erneuert hat. Nee, ich frage, es war ein Gesandter Allahs. Ja, ich weiß, ich weiß, dass du das glaubst, meine Frage ist, glaubst du daran, dass Jesus einiges erlaubt hat, was vorher verboten war, ja oder nein? Allahu alam, Allah weiß am besten, keine Ahnung. Aber das steht bei einer Ahnung, aber wie kannst du reden, wenn du keine Ahnung hast? Guck mal, ich hab euch das gerade erklärt, ich hab euch erklärt, wie mit der Tora und der Bibel und dem Koran. Du hast dich selbst widersprochen, die ganze Zeit. Ja, oder ich, ey. Okay, ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Das ist Zeitverschwendung, leider. Das ist, also, das ist sehr, sehr traurig, wirklich, also, ist sehr, sehr schade, das traurig ist, Bruder. Hallo? Hallo, ähm. Ich hätte eine Frage, also ich bin Chris, ich hätte aber eine Frage. Wie alt bist du? Ich bin, ich bin 18 geworden. What? Boy, you sound like you're full, baby. Ich bin 18 geworden. Ich habe eine Frage, 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 ich habe eine Frage zu Schweinefleisch essen, also ich persönlich darf kein Schwein essen, aber ich habe Kollegen, die halt Schweinefleisch essen dürfen. Ich habe eine Frage, die born, ich habe eine andere Frage. Der Jahrgang, nenn mal deinen Jahrgang, wann du geboren bist. 2005. Aha, ok. Ja. Ok, und was ist deine Frage? Meine Frage wäre ich, also ich bin Christ, ich bin Orthodox und ich persönlich darf kein Schweinefleisch essen, aber ich habe Kollegen, die halt schon Christen, die ich jetzt einfach держenden kann, sind aber ich weiß was ist eine frage meine frage ist warum es so ist ja also ich persönlich glaube dass christen schweinefleisch essen dürfen und warum du das nicht essen darfst musst du deinen priester fragen weil ich glaube dass du das darfst laut der bibel diese lehre diese lehre kam von den islamen und nicht von uns also ich persönlich darf schweinefleisch essen grundsätzlich ein priester du musst einen priester fragen der weiß es besser okay dann frage ich ihn ich dachte ich bekomme hier eine antwort danke also wenn du ein christ bist darfst du schweinefleisch essen das ist unsere handhut danke ich wollte halt fragen ich war mir halt unsicher wieso und warum also ich glaube dass du das warst ok ok danke ja na tschau tschau ok da wird er mir uhr nehmen hallo hallo ja wieso hast du mich eingeladen du hast du selber eine anfrage geschickt wirklich oh scheiße das wollte ich nicht also ok hallo 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 erstmal muss ich sagen was kommt denn hier für leute rein die sollen die mitreden und haben nicht mal ansatzweise eine ahnung von ihrer eigenen religion also informiert euch bitte um eure religion und erzählt hier nicht irgendwelchen mist oder dreht das verkehrt rum und leitet keine anderen leute irre hier also wenn ihr keine ahnung habt dann lasst es auch sein ganz ehrlich hier das schlimmste mit den muslims jetzt hier auch mit dem islam und sowas die verstehen hier nicht mal ihre eigene religion das wird komplett verdreht also peinlicher geht es nicht also ich habe keine worte dazu und mit dem schweinefleisch wollte ich auch noch mal sagen schweinefleisch war tatsächlich laut altem testament war es verboten aber ich glaube der prophet jesaja hatte ständig träume über gott gehabt dass das schweinefleisch erlaubt ist er wollte es aber nicht wahrhaben hat kein schwein gegessen und laut gott hat ihm immer wieder diese träume geschickt und hat gesagt vorher alle tiere die gespaltene füße haben durfte man nicht essen er sei dreckig aber gott hat diese tiere unter anderem das schwein abgesegnet und als rein gemacht und das steht im neuen testament drin wurde geändert von gott dass wir es dürfen ja gott segne dich gott segne dich gott segne dich ähm ja hallo hallo ja hallo ich habe eine frage also ich bin christin okay ich war letztens in einem live wo so jemand gesagt hat ja jesus ist moslem und so und die christen die da reingekommen sind haben so die ganze zeit gesagt ähm also haben gesagt dass jesus gott ist und ihr sagt ja auch jesus ist gott aber ich hab halt auch jemand wow wait 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 sorry ich muss kurz unterbrechen ähm du hast doch gerade gesagt du bist christin hallo du hast gerade eben gesagt äh 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 du bist christin aber ihr sagt doch immer jesus ist gott das hast du gerade eben eiskalt gesagt what hallo 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 hast du noch da oder bist du noch da du lügnerin okay sie ist weg hallo wie kann man sich in einem wort zweimal widersprechen das ist so wunderschön hallo 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 sogar ich habe nichts gegen den christentum nichts gar nichts okay ich liebe ich bin sogar eine person ich bin ein muslim Alhamdulillah ich liebe den islam ich liebe den christentum ich liebe alle ich liebe alles das war ich muss erst mal sagen diese janet was gerade reingekommen ist vor dieser eine diese nicht diese eine die gerade pausiert war diese eine davor ja was war was hat sie gemacht oder was was willst du dazu sagen also das was mich hat so aufgeregt hat wie sie geredet hat das so respektlos sowas redet ihr alle vermisst und ich kann nicht jeder über seine eigene religion leben was er will ja jetzt mal ehrlich kam bis jetzt einer rein und hat euch beleidigt hat gesagt der christentum ist dies oder christendom eine frage haben wir beleidigt diese was ich gerade diese aussage was ich gerade rede geht dann sind janet nicht an euch okay alles klar das ist okay das nicht was ja das halt so ursinnlos und ich habe noch eine frage jetzt frage über den für die profeten also für den für jesus und zwar jesus hatte doch ein bad oder vermutlich wissen wir nicht genau war vermutlich ja ja er hatte ein vollbart muslimischen vollbart muslimischen vollbart also christen haben keinen vollbart sieht anders aus okay wie sieht der aus so wie deiner du weißt schon was das für ein schnitt ist oder ich zählte diesen schnitt nicht mit als während der haare es fehlen haare ja okay das heißt jesus hatte einen muslimischen bad hat aber ein bad ein muslimischen bad ja also kein christlichen sondern muslimischen ja okay okay und okay weiter ja das war ich wollte sagen okay ja auf jeden fall guck mal du sollst wissen mohammed dass dieser jesus für dich ans kreuz gestorben ist und am dritten tag wieder auferstanden ist wenn du an ihn glaubst bekommst du ewiges leben okay weil nur er kann dich retten kein andere kann dich retten er alleine ist der weg die weit und das leben okay ja das denkt ihr ja guck mal ob du glaubst oder nicht so ich habe dir die botschaft gegeben was du damit machst du dir überlassen darf ich dir darf ich dir was sagen ja guck mal du bist doch du bist doch moslem richtig alhamdulillah alhamdulillah ok hat mohammed jemals kranke menschen geheilt das gibt's nicht bei uns nein das gibt es hat so nie gegeben er konnte nicht mehr menschen er konnte keine menschen heilen aber der ist doch profit ja ein profit wir bitte sagen wir wo steht dass ein profit ein aus aus wo steht das moment je menschen ein konnte nein nein meine frage an dich ging hat mohammed wundervoll du bist noch nicht wissend ja und wir respektieren dich deswegen gehe lieber runter ich lasse andere dann ein jahr hier erst mal ich respektiere schaue ich schwere ja alles gut für kein problem das wir sehen ja wird den schaden schönen guten abend jetzt gut und ihr bist erkältet sonst geht es ich bin jetzt am lesen das erfangen das neue testament seit über einem monat und menser kannst du mir mal ähm lukas 11 38 vorlesen bitte lest du mal bitte weil scheinbar hast du das ja gerade vor dir schon gerade nicht am pc bitte schon meine bibel warte 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 oh das ist gonna be amazing oh so let's open the holy book all right let's go go let's go let's go so jetzt gucken wir mal lukas where are you lukas so jetzt gehen wir mal so sind ich bin gleich fertig meine lieben ne kleinen moment gleich haben wir es doch so lukas was 11 38 38 38 hier geht's vom beten okay bevor wir überhaupt hier lesen meine frage an dich wäre hast du lukas 11 vers 1 bis 38 gelesen ja ich lese komplett die bibel grad momentan okay eine frage als nächste frage wäre was hast du von lukas 11 bis 38 verstanden also ich tue sie mal vorlesen ich habe eine frage ist was hast du in diesen ganzen versen die du gelesen hast verstanden das sind die worte gegen die pharisäer und gegen die schriftgelehrten genau und ich habe dich gefragt ob du es mal vorlesen könntest bitte ok alles klar der pharisäer aber verwunderte sich als er sagt dass ich unterbreche entschuldigung sei so lieb es ist besser wenn du von 37 anfängst bitte sei so nett strafrede gegen die pharisäer und schriftgelehrten ok und während er redet bat ihn ein gewisser pharisäer bei ihm zu mittag zu essen und er ging hinein und setzte sich zu tisch der pharisäer aber verwunderte sich zu mittag zu essen und er ging hinein und setzte sich zu tisch der pharisäer aber verwunderte sich zu als er sah dass er sich von dem mittagsmahl nicht gewaschen hatte aber das stimmt nicht was du sagst das ist gelogen gerade entschuldigung ich lese es dir richtig vor das ist die das ist die wahrheit nach dieser rede lud ein pharisäer jesus das hast du vergessen zu sagen zum jesus ich habe das ist die schlachter übersetzung ja das kann ich bin und da muss also der lief auf der einheitsübersetzung glaube ich es wird genau auf die andere gehen aber wir wissen ja wer gemeint ist egal jesus ist gemeint also noch mal von 37 ok und während er redet bat ihn ein gewisser pharisäer bei ihm zu mittag zu essen ist ja ganz klar und er ging hinein und setzte sich zu tisch der pharisäer aber verwunderte sich als er sah dass er sich vom vor dem mittagsmahl nicht gewaschen hatte ja und was ist jetzt nicht die hände wusch nicht die hände wusch also du lässt ja hier einiges weg also das ja ganz cool ganz ehrlich das neue bitte sag mal bitte den punkt weil wir haben nicht so viel ich sag also mein punkt ist ich habe jetzt die das neue testament seit einem monat gelesen die offenbarung von johannes dann habe ich matthäus gelesen oder es wäre nett wenn du mich aussprechen lässt sonst bislang macht es sehr sehr gut er lässt einen aussprechen aber du bist ein schwacher mensch du lässt einen ausreden ich lasse dich auch ausreden oder also ich habe jetzt seit einem monat das neue testament gelesen und so viel widersprüche drin gelesen dass ich vom glauben abfall mich interessiert thora net das ist der islam momentan hat wenn ich das neue testament lese muss ich sagen das kann nicht gott sein das ist eine große lüge eine täuschung der teufel spricht im neuen testament kannst du uns bitte sagen was in diesem versteht du philosophierst hier rum und dankeschön ja gerne ich kann dir vieles sagen ich kann dir vieles sagen und diesen vers spring nicht vom thema ab weil ich werde dich trotzdem immer wieder fragen was geben um was geht es denn hier es geht um die pharisäer und die schriftgelehrten genau und sie haben ihn eingeladen zum abendmahl jesus ist zu ihnen gekommen hat hatte die pharisäer haben sich verwundert warum er sich die hände nicht wusch und jesus sagt zu ihnen da sagte er zu ihm o pharisäer halte die becher und teller sauer innen aber seite voller raubgeum bosheit also er meint damit dass sie becher und teller sauber halten aber innen sind sie schlecht aber da muss man ja nicht mehr doch trotzdem die hände waschen ich gebe dir mal ein beispiel wenn ich glaube ich glaube das ist zeitverschwendung das zeitverschwendung ich habe ihn jetzt gekickt hast du gehört wie er versucht oder zeitverschwendung sowas schlecht zu reden alter der typ ist brutal was ein lügner hoch 10 das ist gerade hast du gemerkt wie er versucht zu philosophieren unnötige zeitverschwendung hallo hallo sorry meine stimme ist bisher also ich bin ein bisschen heißer ich habe ein zwei fragen und zwar also wie ihr glauben könnt dass jesus gott war weil für uns ist hier sein profil also ich bin muslim und hat gott für euch ein ende ich werde dich jetzt mal was fragen und ich bin jetzt mal gespannt ob du mir darauf eine antwort geben kannst dann können wir vielleicht ein kompromiss irgendwo finden ja hat allah beschrieben wer er ist wer ist weißt du wer allah ist wer ist allah und das gott okay wer ist dieser gott is cure wer ist unser gott glauben, wenn du nicht weißt, wer dieser Gott ist, wenn er sich nicht mal beschreiben kann, wer er ist? Indem ich sein, ich sag mal, das, was er uns offenbart hat, indem ich daran glaube. Okay, okay, okay. Okay, Heron, Heron, Heron. Also du hast mich gefragt, wie können wir daran glauben, dass Jesus Gott ist, richtig? Ja, meine eine Frage war, ob Gott ein Ende und ein Anfang von euch hat. Nee, Gott hat kein Anfang und er hat kein Ende. Nee, hat er nicht. Okay, und wie kann es sein, dass Jesus einen Anfang hatte, als er geboren wurde? Jesus war schon immer da, wenn die Johannes Kapitel 1, Vers 1 liest, da steht, er war schon immer da und im Vers 14 steht, dass er dann irgendwann Mensch wurde, aber er war schon immer da. Und Gott hat die Erde erschnappt? Das heißt, okay, das heißt, euer Gott, also ich sag mal, euer Gott, euer Jesus, gab es nicht als Mensch früher, sondern als Gott, den keiner gesehen hatte und dann wurde er zum Mensch, oder wie? Richtig, hat sich die menschliche Natur angenommen, ja. Richtig. Aber, aber, hä? Guck mal, Harun, Harun, ich muss mich unterbrechen. Guck mal, guck mal, Bruder. Oh man, das ist so schwierig, ey. Guck mal, heutzutage nenne ich Leute, also darfst du nicht als Beleidigungen sehen, so Leute wie, wie du zum Beispiel nenne ich moderne Pharisäer. Du darfst es nicht falsch verstehen, aber bitte, tu mir einen einzigen Gefallen. Nehme die Bücher und lese. Und ich kann dir nur eins garantieren, nimm den Koran und nimm auch noch die Hadith dazu und geh so tief wie möglich, wie gesagt, in den Islam rein und ich garantiere dir, wenn du es gelesen hast und verstanden hast und dich selbst nicht belügst, wirst du verstehen, warum, weshalb ich das hier bin. Ich verstehe den Koran, weil ich den selber lese. Nein, du hast ihn nicht verstanden. Grab mal ganz tief rein, dann wirst du verstehen, warum, warum wir darüber reden. Willst du mir damit sagen, wenn ich den Koran fertig lese, dass ich dann konvertiere oder wie? Hast du die Hadith dazu gelesen? Hast du die Hadith dazu gelesen? Guck mal, mich interessiert erst mal nur der Koran und dann kann ich... Nein, du musst die Hadith dazu akzeptieren. Wer die Hadith dazu akzeptiert, ist raus aus dem Islam. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, bitte. Harun, Harun, hörst du mich? Guck mal, Jesus Christus ist der ewige Gott. Er war schon seine Ewigkeit da. Und dieser Gott ist vor 2000 Jahren ein Mensch geworden. Warum? Weil er für die Sünden der Menschen sterben wollte. Er ist für die Sünden der Menschen gestorben. Und die konnte er als Gott... Lass mich mit rausreden. Er ist gestorben, gekräutigt worden. Am dritten Tag ist er aufrecht verstanden. So, wenn du jetzt daran glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist, bekommst du ewiges Leben und dir werden alle deine Sünden vergeben, wenn du umkehrst. Das macht schon Allah für mich. Das macht Allah für mich, ja? Ja, wenn ich Ihnen Vergebung bitte macht, das ist schon für mich. Okay, alles klar. Ich vertraue nur auf Allah und guck mal. Ich will noch was sagen. Warte mal, warte mal. Also ich habe dir die Botschaft gegeben, du hast es abgelehnt, kein Problem. Jetzt stell mal deine Frage und dann kannst du untergehen. Guck mal, wenn Jesus doch schon vorher, bevor er geboren wurde, ein Gott war, okay? Warum musste er ein Mensch werden, um euch zu retten? Warum konnte er euch nicht anders helfen? Wenn er doch Gott ist, was wir hier auf der Erde machen, was er für unsere Sünden stirbt, was gibt es immer und ewig zugegeben. Bitte lass mich ausreden. Bitte lass mich ausreden. Wenn er doch ein Gott war, warum konnte er euch nicht... Du hast keine Ahnung, Mann. Du kommst hier hoch und redest, du hast keine Ahnung. Ohne Spaß, du tust mir wirklich gleich, der davor hatte wirklich recht, du hast wirklich einen schwachen Charakter, einfach Leute nicht ausreden lassen. Ich sage zu dir, lass mich ausreden, du lässt mich trotzdem nicht ausreden. Weil du ein Jahil bist, du bist ein Unwissender. Hast du den Koran gelesen? Sonst würde ich nicht hier sein und darüber sprechen. Hast du Surin 9,5 überhaupt gelesen? Kennst du überhaupt deine Schriften? Ich kenne meine Schriften. Und guck mal, warte, warte mal kurz. Jungs, bitte. Guck mal, ich lese euch was vor und ihr könnt mir dazu eure Stellungnahme geben, okay? Okay, machen wir. Was gibt es alles für Sünden im Christentum? Jetzt kommt die Antwort. Also das habe ich recherchiert, okay? Ich weiß, ich will einfach eure Meinung dazu wissen, ob es stimmt und so weiter. Im Alten Testament schickt Gott eine Sündflut, um die sündige Menschheit auszulöschen. Habt ihr das verstanden? Bitte, was ist deine Frage? Mach mal bitte, mach mal deinen Punkt oder stell mal deine Frage. Warum es bei euch zwei Testamente gibt? Warum hat Gott seine Meinung sozusagen geändert? Okay, kein Problem. Ich beantworte dir die Frage, okay? Du hast doch gesagt, dass du den Koran gelesen hast, oder? Ich habe den nicht fertig gelesen, habe ich gesagt. Also ich lese ihn zurzeit. Okay, dann glaube ich dir das. Hättest du den Koran gelesen, würdest du wissen, dass Allah selber gesagt hat, dass er zuerst den Tora geschickt hat und dann kam irgendwann das Evangelium. Der Tora ist das Alte Testament und das Evangelium ist das Neue Testament. Also Allah selber hat den Koran bestätigt, dass er zuerst Tora geschickt hat und danach das Evangelium. Also diese Frage musst du nicht mir stellen, sondern frag mal Allah, warum er das gemacht hat. Aber das steht in eurem Testament. Also die Bibel ist nicht unser Buch. Richtig. Und in deinem Buch, also in deinem Koran, woran du glaubst, hat Allah bestätigt. Allah sagt, es ist kein Problem. Er hat das gemacht. Also glaubst du jetzt daran oder nicht? Natürlich glaube ich an Allah. Ich wollte aber wissen, also warum es so passiert ist. Ja, ich erzähl dir, weil das Alte Testament ist ein Gesetz, was Gott gegeben hat, das Volk Israel gegeben hat, damit sie daran leben, danach leben. Aber das Problem ist ja, dass das Volk und das die ganzen Menschen gesündigt haben und Gott wollte die Menschen retten. Okay, und diese Rettung kam durch das Neue Testament. Okay, guck mal an den, der unter mir ist, also vielleicht irgendwas, bla bla bla. Irgendwie finde ich den Charakter wirklich schwach, weil du machst die ganze Zeit deine Hände vor den Kopf, vor den Gesicht, was weiß ich, weil du, weil du gerade in den Kopf hast. Okay, Harun kann nichts, also er weiß über den Islam und weiß ich, was du in den Kopf hast. Harun, ich will dir nur eine Sache sagen. Guck mal, kein Mensch hat was gegen dich, aber diese Fragen, die gestellt werden. Warte, warte, warte. Du machst die ganze Zeit deine Hände vor dein Gesicht und tust so, als wüsste ich gar nichts. Ich weiß auch wahrscheinlich nicht so viel wie du über das Christentum, aber wenn du doch so schlau bist, anstatt deine Hände vor dein Gesicht zu machen, erklär mir doch das mal, wenn ich meine Fragen stelle. Wenn du doch so schlau bist und der Genialste bist, ich weiß nicht, was du denkst. Okay, soll ich dir was sagen? Ja. Ich kann dir nur eins sagen, Jesus Christus ist der wahre Weg und der richtige Glaube. Er ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Das ist der wahre Glaube. Okay, und wenn du an ihm glaubst, wirst du das ewige Leben haben. Es ist einfach nur so, Harun. Das ist nicht böse gemeint, aber manchmal gibt es, guck mal, du stellst die Fragen, aber liest doch wenigstens. Das ist nicht mal böse gemeint, aber lese es selber und du wirst verstehen, warum ich das sage. Lies selber, vertraue mir, Harun. Nimm die Bibel, lies die Bibel und wirklich öffne deine Herzen und lese und verstehe einfach, was da drin steht. Dann lese den Koran, lese die Hadithe und bilde dir dein eigenes Bild. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine es böse, aber manchmal sind da Fragen, wo ich mir echt denke, sag mal, Kerl, hast du überhaupt gelesen? Weißt du, was ich meine? Nimm es nicht böse, aber wie gesagt, das ist einfach so. Komm mal, ich glaube an Jesus, aber er ist nicht der Gott. Ich glaube an Isa. Jesus heißt bei uns Isa und ich glaube an ihn, aber ich glaube nicht an Jesus als Gott. Das ist für euch mal klar. Und ich glaube nur daran, dass Allah der einzige wahre Weg ist, also der einzige ist, dem ich vertrauen kann. Ja, aber... Ja, sag, sag. Okay, guck mal, Harun. Wenn ich jetzt ein bisschen zu hart gegenüber dir war, dann entschuldige ich mich aus Respekt, wenn ich ein bisschen hart zu dir war, aber beantworte mir bitte eine Frage. Vielleicht kannst du mir eine Antwort aufgeben. Du liest ja gerade den Koran und ich bin fest davon überzeugt, dass du schon an einem Punkt bist, wo du ungefähr weißt, wer Allah ist. Wer ist denn Allah? Wie, wer ist denn Allah? Ich weiß nicht, wie deine Frage gestellt ist. Allah ist unser Gott. Unser Gott, okay. Moment, Moment, alles gut. Er ist Gott, aber wer ist das? Hat er sich beschrieben, wer er ist? Weil ein Gott muss sich ja beschreiben können, wer er ist. Also, wie er, wer er ist oder wie er aussieht. Siehst du, Harun? Das ist nicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Harun. Siehst du, du weißt es nicht. Das ist auch nicht schlimm. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist nicht schlimm. Aber daran erkennt man, dass du nach der Wahrheit suchen musst. Und ich würde dir einfach empfehlen, lies die Bücher. Wie heißt du, Harun? Und guck mal, ich habe dir das Evangelium gegeben. Du hast deine Frage gestellt, wir haben geantwortet. Du warst korrekt, ja. Und der Bruder hat sich bei dir entschuldigt, so. Ja, ich auch. Ich merke, ich lasse lieber andere Muslime hoch, okay, die vielleicht mehr Wissen haben, weil wir wollen das hier nicht bloßstellen oder so, ja? Guck mal, nein, nein, nein. Ihr könnt mich auch gar nicht bloßstellen, weil ich kenne über das Christentum fast gar nichts. Aber, also was ich über unseren Gott sagen kann, er hat nur 99 Namen. Und er sagt nicht, ich bin so groß, ich bin so groß. Er ist der Größte. Das hat er, das wissen wir, er ist der Größte, er hat 99 Namen. Und, ja, ich kann Ihnen nicht sagen, er ist 1,80 oder so, weil er ist der Größte. Und, ähm, eine Frage. Warum, warum hat er dann zwei rechte Arme und ein rechten Schienbein? Wie, äh, Dings, nochmal bitte. Warum hat Allah zwei rechte Arme und ein rechten Schienbein? Wo hast du das gelesen? Oh, okay. Ich will nicht viel sagen, aber guck in den Hadithen rein, lese den Koran, guck die Hadithe und sag mir dann, was mit dem Schienbein passiert ist und sag mir, warum diese zwei rechten Arme. Okay? Aus Respekt sage ich dir das. Ohne, dass ich, wie gesagt, lache oder mich drüber lustig mache. Als Aus Respekt sage ich dir ganz einfach, lies und dann, ähm, wenn du, wenn du diesen Vers hast, komm noch mal und dann lass uns drüber reden. Okay, Harun, danke, dass du da warst. Hallo, ich hab mich schon da, ja. Okay, Dino, das geht. Wenn sie alles klar? Ja, man, und bei dir? Ja, bei. Aber bei dir auch alles klar? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ja, sehr, sehr gute Laune. Ich kann mich gar nicht beklagen. Und, ja, ein bisschen hier live mit Mensa, mit dem Bruder Mensa. Wir sind aus dem selben Land. Und da haben wir mal entschieden, mal zusammen live zu gehen, weil die meisten immer gesagt haben, hey, dem Bruder Mensa, da sollst du mal ein bisschen reingucken und so. Und da hab ich gesagt, also, let's go. Mensa ist korrekt. Ja, ich werde korrekt. Bruder, Mensa, hast du keine Chat-Moderatoren? Bruder, doch, eigentlich schon. Guck mal, gerade ist sogar einer da. Francis, pass mal bitte rauf im Chat, Bruder. Du weißt, wenn Leute Filter machen, egal ob Christ oder Muslim. Hier ist ein Ziro drin, Z-I-R-O, der hat vorhin Allah und seinen Gesandten als pervers betitelt. Und nicht nur das, ich sehe viele sowohl muslimische als auch christliche Kommentare, die gehen nicht. Vergesst euren Glauben nicht. Sowohl als Muslime als auch als Christen. Vergesst euren Glauben nicht. Manche Kommentare gehen einfach nicht. Genau, also, Linz, ganz los. Ich kann auch kurz eine Ansage machen. Das ist ja okay. Die Leute meinen das, glaube ich, nicht böse. Also, an die Leute, an die Kommentare, bitte. Tut mir eingefallen, Leute. Nicht beleidigen. Das ist nicht das Ziel. Wir wollen hier eine schöne Lehre abgeben. Aber, wie gesagt, Beleidigungen, das darf nicht sein, Leute. Bitte. Und an die ganzen Moderatoren, bitte, passt auf. Weil nicht jeder wird auf uns hören. Deswegen, bitte, wenn jemand frech wird, egal ob Christ oder Muslim, wenn sobald Beleidigungen kommen, bitte, einfach stumm. Dankeschön. Also, wie gesagt, Leute, mütet euch ein bisschen. Bleibt locker. Keine Beleidigungen, Leute. Alle locker bleiben. Und dann ist gut. Ich weiß, manchmal kann man sich da nicht halten, aber tut mir bitte den Gefallen, Leute. Nicht beleidigen. Bitte. Na ja. Und jetzt an Flex. Flex, du siehst doch, der Harun, das war vielleicht jemand, der hatte etwas weniger Wissen. Ich hoffe, Gott benötigt ihn dennoch nach seiner Intention. Ja. Wenn du doch weißt, der hat kein Wissen, was soll so eine provokante Frage wie, dein Gott hat doch zwei rechte Hände und ein Schienbein. Nee, vielleicht weißt du das ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, ob du unwissend über die Thematik bist, aber natürlich, es gibt die einen, die legen das Wort wörtlich aus, die sagen, ja, Gott hat zwei rechte Hände. Wir fragen aber nicht danach, wie er das haben kann. Und dann gibt es aber auch die andere große Meinung, das ist sogar die Mehrheit unter den Muslimen, die sagen, beispielsweise mit der Hand Gottes ist keine wortwörtliche Hand gemeint, sondern es ist Macht gemeint. Weil im Arabischen gibt es so ein Wortspiel wie, beispielsweise wenn ein König ein Land erobert, dann sagt man, er hat die Hand über dieses Land. Okay. Ja gut, dann bring uns doch mal den Vers, dass wir das mal zusammen lesen können. Gerne können wir den Vers zusammen lesen. Ich habe den jetzt nicht auswendig im Kopf. Also mit dir. Okay. Sura 68, Vers 42, zur Hilfe. Wie gesagt, es gibt die einen oder anderen, die das wörtlich auslegen. Ja, aber wir wollen ja das zitieren, was ja drin steht und nicht irgendwelche Märchen-Sachen, weißt du? Ja, aber du darfst ja den Koran, du darfst ja jetzt nicht ein Vers nehmen und sagen, schau mal, das ist jetzt wortwörtlich zu nehmen, weil der Koran sagt über sich selber, dass er Verse inne hat, die verständlich sind, die eindeutig sind und dass er Verse inne hat, die mehrdeutig sind. Und der führt weiter aus, dass diejenigen, die auf dem falschen Weg sind, die mehrdeutigen Verse nehmen und diese als eindeutige Verse darstellen. Verstehst du? Das heißt, man nimmt jetzt diesen Vers, wo Yadayn gesagt wird, das heißt, Allah hat Hände, was mehrdeutig ist im Arabischen und stellt das eindeutig hin, das geht nicht. Ich bin niemand, der sagt, das ist so zu verstehen oder so zu verstehen. Ich mache das, was ein Vers weiter gesagt wird. Diejenigen, die wahrlich Wissen haben, sagen, Allahu Alam, also das Wissen liegt bei Allah. Über diese Verse urteilt man nicht. Man gibt denen keine Bedeutung. Man nimmt sie so wahr, wie sie da stehen. Natürlich gibt es die einen, die fangen dann an zu sagen, doch, damit sind wirklich Hände gemeint. Und darauf kommt dann die Reaktion. Darauf kommt dann die Reaktion, weil sie eben so... Eine blöde Frage. Akzeptierst du die Hadithe, ja, oder? Ich akzeptiere die authentischen Hadithe, ja. Und was ist mit den unauthentischen Hadithen? Wenn ein Hadith von Islamgelehrten als unauthentisch eingestuft wurde, dann nehme ich diesen Hadith nicht an. Dann nimmst du diesen Hadith nicht an. Aber jeder Hadith muss angenommen werden, sonst ist man raus aus dem Islam. Sogar die Großgelehrten sagen selber, ja, man muss die Hadithe akzeptieren. Akzeptanz ist was anderes, Annehmen ist was anderes. Annehmen in deiner Akhida ist natürlich nicht ein Hadith. Oder sagen wir mal im allerschlimmsten Fall, okay, dieser Hadith ist unauthentisch. Die Frage ist aber, warum fügt man das denn in den Hadithen hinzu, wenn es ein unauthentischer Hadith ist? Warum? Weil somit verbreitet man eigentlich eine falsche Lehre und die Leute lesen was anderes und nehmen das so an, weil sie gesagt bekommen, hey, man muss die Hadithe akzeptieren. Das heißt also, wenn jetzt irgendwas drin steht, ja, sorry, wenn ich das jetzt betonen muss, der eine hat auf dem Dach zum Beispiel gekackt, so, dann kommt der andere, sagt aber, dieser Hadith ist aber authentisch, so, dann kommt der andere, sagt, nö, der Hadith ist unauthentisch, so, was ist jetzt die Wahrheit? So, das nächste ist, du musst die Hadithe akzeptieren, auch so, ansonsten bist du raus aus dem Islam. Das ist Punkt. Ja, zumindest auch im sunnitischen Islam. Es gibt auch Strömungen im Islam, die lehnen alle Hadithe ab, die nennt man Koraniten, wenn man die noch zum Islam zogen möchte. Es gibt andere wie die Schiiten, die lehnen Hadithe ab, die nicht von der Familie des Propheten sind. Und dann gibt es die Funden, zu denen ich mich dazu zähle. Und die, wie du gesagt hast, akzeptieren alle Hadithe, haben aber eben diese Klassifizierung von Sahih, Hassan und Daif. Und das ist ja eben eine Weise, das ist ja eben, daran erkennst du die Wahrheit der Religion, dass man selbst diese kritischen Sachen mit in die Werke einbezieht, diese aber als Daif abschneppelt. Weil andersrum, wenn man das nicht getan hätte, dann könnte man sich jetzt heute hier hinstellen und sagen, wieso sind denn eure Gelehrten so, dass die andere Meinungen so unter den Kisch kehren? Verstehst du? Das heißt, Leute, also meine Frage ist, Leute, wir schwimmen. Meine Frage ist, wenn diese Hadithe, wenn diese Hadithe unauthentisch sind, wieso fügt man das in den Hadithen zu? Weil das ist Irrlehre. Das ist komplett, die Leute lernen was Falsches dann. Wenn es ein unauthentisches Hadith ist, wieso gibt es überhaupt diesen Hadith, also dieser unauthentische Hadith? Weil du führst die Leute total in die Irre. Das ist eine falsche Lehre dann. Die Leute lernen was Falsches, wenn es unauthentisch ist. Bis heute sind sich viele uneinig. Die Frage ist dann, warum fügt man denn überhaupt so was hinein? Oh Gott, das ist ja schrecklich. Dann erklär ich dir das gerne nochmal. Danach will ich andere Gäste hochnehmen, ja Dina? Ja klar, gar kein Thema. Also vielleicht anscheinend willst du es nicht verstehen. Nehmen wir jetzt mal an, du bist Bukhari. Du bist die Person Bukhari. Du bist derjenige, der das Sahihwerk Sahih al-Bukhari verfasst hat. So, du erhältst jetzt Überlieferungen und du überprüfst diese auf ihre Authentizität. Das heißt, du überprüfst, von wem wurden sie überliefert. Du guckst dir diejenigen an, die diesen Hadith überliefert haben. Und wenn in dieser Kette jemand auftritt, der nicht, der nicht als Sahih eingestuft wird, dann ist dieses, diese Hadith, entweder Hassan oder Daif, die wissen, das ist eine Riesenwissenschaft. Und mein Schirr selber, hat uns mal ein Hadith versucht zu erklären. Mein Schirr, mein persönlicher Schirr, hat uns mal ein Hadith, so eine Entstehung, so eine Entstehung quasi von dem Sahih, Hadiths lagegestellt, hat er will, du kannst hier oben bleiben, wenn du willst. Ich lasse jetzt ein paar Muslime hoch, die vielleicht Fragen haben und danach könnt ihr weiterreden, ja? Mensa, nur sobald es hier anfängt, irgendwie so ein Durcheinander zu werden, gehe ich aber wieder raus. Ja, genau, genau. Also fühle dich frei, jederzeit rauszugehen, wenn du kein Bock mehr hast. Ja, ich bin gerne mit dabei. Hol ruhig andere hoch. Okay. So, damit auch die Muslime Unterstützung haben hier oben. Ashley ist wieder da. Ashley war vorhin drin, aber sie ist wieder rausgegangen. Hallo Ashley. Hallo. Ich? Ja. Hallo? Shalom, alle zusammen. Shalom, wieder locker. So, Ashley, ähm, wenig reden, deswegen nehme ich Abo hoch. Abo ist auch abgehauen, okay. Ähm, hier. Hallo? Hallo? Ja? Kannst du dich kurz vorstellen? Klar, mach das. Ich hoffe, du beleidigst niemanden, ja? Nein, ich beleide niemanden. So, mein Name ist Varis, bin 41 Jahre alt, aber umgekehrt, wegen live, damit es nicht gesperrt wird. Äh, bin ein Muslim, von den... Wie alt bist du? Einer fühlt sich umgekehrt. Ah, okay, okay. So, äh, wir können loslegen. Mhm, loslegen mit was? Stell die Fragen. Du sollst mir doch die Fragen stellen. Oder sie sollten mir die Fragen stellen. Okay, wir fangen jetzt mal so an. Also, du bist 51 umgekehrt, äh, du kommst hoch, ja, dann fangen wir mit die Fragen an. Ja, was bringt dich denn hierher? Was ist denn deine Frage? Willst du etwas wissen? Sag es doch ruhig. Also, äh, ihr nehmt ja Jesus als Gott. Okay, und was ist damit? Wie kann denn ein Gott sterben? Oh man, diese Frage schiebt mir. Okay, ähm, wie heißt er? Ich erkläre dir und danach kannst du wieder runtergehen, ja? aber ich will dir wirklich aufrichtig erklären. Ich hoffe, dass du wirklich verstehen wirst, okay? Ähm, wie heißt er nochmal? Ich war, ich fahre es. Fahre es, okay, guck mal. Jesus ist Gott und du hast recht, Gott kann nicht sterben. Ja, und genau gerade deswegen ist er ein Mensch geworden, damit er für die Sünden, der Menschen stirbt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Was bedeutet das? Das heißt, jeder, der gesündigt hat, ja, du musst irgendwann, wenn du stirbst und vor Gott stehst, musst du dich dafür verantworten und wenn du schuldig gesprochen wirst, musst du in die Hölle gehen und Gott will nicht, dass du in die Hölle gehst und deswegen hat er sich selber für dich geopfert, damit, wenn du glaubst, du gerettet wirst, damit du Frieden mit Gott hast. Okay, deswegen ist Gott, ist Jesus Mensch geworden und als er gestorben ist, ist er auch nach drei Tagen wieder von den Toten auferstanden und hat damit bewiesen, dass er die Macht, Überleben und Tod hat, okay? Deswegen, wenn du daran glaubst, wirst du gerettet, wenn nicht, dann wirst du verdammt. Aber das Leben ist ja ein Test. Also ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, aber bei uns ist es so. Wenn man, also wir sind hier auf der Erde, um den wahren Glaube zu finden, okay? Und jeder hat die Chance, zu dem Herrn Jesus Christus zu finden. Jeder. Und wir haben immer noch eine Chance. Immer noch. Und wer, wie gesagt, den Weg nicht zu ihm findet, ja, die Antwort ergibt sich von selbst. Glaubst du nicht, dass Jesus Gott ist, weil er Mensch wurde? Warum glaubst du nicht, dass Jesus Christus Gott ist? Ich glaube, Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Warum sollte er das denn nicht können? Er musste für unsere Sünden sterben. Warum? Weil wir Sünder sind. Wir sündigen jeden Tag. Er hat eine Lösung gefunden, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Warum? Dass wir das ewige Leben im Paradies mit ihm haben. Ja, vielleicht sagt er, das ist aber ein bisschen falsch da. Gott ist nicht falsch. Er ist für deine Sünden gestorben. Der Mensch Jesus ist für deine Sünden gestorben. Gott stirbt nicht. Kannst du das sagen? Er ist am dritten Tag. Oh Mann, Leute, das ist... Flex, 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 flex. Jesus hat zwei Naturen. Einmal eine menschliche und eine göttliche. Nur die menschliche Natur ist gestorben. Kein Gott ist für deine Sünden gestorben. Löst dich von diesem Gedanken und stelle... Dina, bist du Moslem oder Christ? Noch ein... Ich bin... Ich bin... Also Dina Gottes hat vorhin gerade eben geredet. Ja, Dina. Dina, bist du Moslem oder Christ? Flex, wenn du es... Ich bin Moslem, Alhamdulillah. Okay, also der Isar, an dem du glaubst, ist nicht Jesus bei uns in der Bibel. Das passt also schon eins von vorne bis hinten sowieso nicht zusammen. Ist aber nicht böse gemeint. Aber ich meine nur, dein Isar hat mit unserem Jesus keine Gemeinsamkeit. Flex, ich habe ja vorhin nicht über Isar geredet, sondern über Jesus. Jesus verfügt über zwei Naturen. Es gibt die zwei Naturen, ansonsten wäre es ein Widerspruch in sich, dass Jesus gestorben ist. Das heißt, hier ist ein... Der Bruder da oben da, der jüngere Bruder in Adam. Also warum glaubst du nicht, dass Jesus Christus Gott ist? Weil er Mensch wurde? Oder an was liegt, dass du nicht glauben kannst, dass Jesus Christus Gott ist? Es liegt nicht daran, aber ein Gott kann man nicht... Ich weiß, Leute, ich weiß es doch. Erzähl. Wie bitte? Ich spreche nur raus. Ja, Gott 100% Mensch. Zwei Naturenlehre. Und nur die menschliche Natur ist am Kreuz gestorben, weil Gott stirbt nicht. Richtig. Das war so. Flex, wenn du dich hier hinstellst und sagst, Gott ist für deine Sünden gestorben, weil er so allgnädig ist und uns so krass liebt, dann ist es eine falsche Darstellung. Warum eine falsche Darstellung? Er ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Sein Fleisch ist gestorben. Nein, nicht Gott ist Fleisch gestorben. Und er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Du hast es daran schwer zu verstehen. Wenn du sagst, Gottes Fleisch ist gestorben, dann würdest du damit bestätigen, dass Gott stirbt. Gott stirbt nicht. Oh Mann, das ist doch einfach... Machst du sterben, Diner? Wenn du stirbst, was passiert, wenn du stirbst, Diner? Dann bleibt mein Geist am Leben, richtig. Das heisst... Also, Diner, lass. Stirbst du? Stirbst du oder stirbst du nicht? Mein Körper? Also, ich... Das brauche, nein, richtig. Der Körper stirbt, brauche. Der Körper stirbt. Der Geist überlebt, richtig? Wieder? Ja, also, Und dann hast du doch gerade die Antwort hier selbst gegeben. Moniflex, weil du es gesagt hast, als wäre das Fleisch göttlich. Aber das Fleisch ist ja eben nicht göttlich. Lassen wir den Bruder mit antworten. Er ist Theolog. Ihr habt jetzt Glück, könnt ihr einen Theologen Frage stellen. Ja. Marc, gib euch noch eine Antwort. Nur ganz kurz, um die traditionelle Sichtweise der Kirche zu erklären. In der einen Person, Christus, sind zwei komplette Naturen, die göttliche Natur und die menschliche Natur. Die vermengen sich nicht, aber sind auch nicht trennbar. Tatsächlich ist am Kreuz lediglich der Körper der menschlichen Natur gestorben. In dem Sinne hat aber die göttliche Natur den Tod innerhalb der menschlichen Natur erfahren, aber nicht gestorben. Und das ist die traditionelle Lehre der Kirche. Wenn wir dann manchmal Umgangssprache benutzen, dann ist das normal, weil wir im Leben immer Dinge vereinfachen und vereinfacht darstellen müssen, weil wir nicht immer alles runterrechnen und komplex darstellen können. Aber wenn wir es ganz technisch bezeichnen, habe ich gerade gemacht, hat die göttliche Natur den Tod innerhalb des menschlichen Körpers erfahren, aber ist natürlich nicht gestorben, weil Gott nicht sterben kann. Fertig aus. Das habe ich ja genau so vorhin wiedergegeben. Das heißt, Flex, wenn du sagst, Gott ist Gott. Hast du überhaupt verstanden, was Matt gesagt hat? Ja, er hat jetzt vorhin nur noch dazu hinzugefügt, dass Gott diesen Tod miterlebt hat oder mitgespürt hat. Ja, also, dann hast du dir die Antwort gerade selber gegeben. Warum hackst du daran rum, wenn du eine Antwort drauf bekommen hast? Okay, ganz kurz, ganz kurz. Ich nehme jetzt den anderen Bruder raus, also den... Ich habe deinen Namen vergessen. Den 41-Jährigen. Genau, ich nehme dich wieder runter. Ja, ich nehme andere Leute auch, okay? Ja. Also ist deine Frage beantwortet, ja, oder? Ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber niemand hat mich aussprochen gelassen. Okay, stell mal deine andere Frage. Ihr seid ja, Jesus ist allmächtig, also Gott ist allmächtig. Ja. Und er hat sich zum Menschen gemacht, damit er sich für eure Sünden opfert. Richtig, ja. Aber unser Gott, also Allah subhanahu wa ta'ala, kann unsere Sünden vergeben, ohne dass er zum Menschen wird und dann sterben muss. Ja, und da... Okay, guck mal, guck mal. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Genau, ihr Muslime, ihr habt doch gar keine Gewissheit. Also du kannst mir doch gar nicht sagen, wo du hingehst, wenn du jetzt stirbst, weißt du? Also man weiß gar nicht, was Allahs Maßstab ist. Ich habe neulich ein Hadith gelesen, da heißt es, dass ein Mann, er ist gelaufen auf der Straße und er hat irgendwie ein Gewächs gesehen unterwegs und hat es dann weggemacht. Und Allah hat ihn dann gelobt dafür und hat ihm dann dafür seine Sünden vergeben. Aber in einem anderen Hadith im Bukhari lesen wir, dass Mohammed, also der Prophet, der ja sozusagen der beste Beispiel für Muslime sein soll, dass er einfach draußen steht und draußen pisst. Deswegen gibt es, deswegen gibt es ja, deswegen gibt es ja... Wie kann dann Mohammed der beste Beispiel sein, wenn Allah jemand belohnt, der für die Umwelt sorgt und dann einen Propheten, der aber draußen steht und rumpisst? Also was ist daran so... Was ist sein Maßstab überhaupt? Woher willst du wissen, woher willst du wissen, ob dieses Hadith nicht erfunden wurde? Deswegen gibt es ja... Du musst jeden Hadith im Islam, jeden Hadith im Islam musst du akzeptieren. Einer der sagt, nein, man darf, man muss diese Hadith im Islam nicht akzeptieren, der ist ein Jahil. Das ist leider die Wahrheit. Nimmst du nicht böse, was ich sage. Aber Hadith im Islam akzeptiert werden. Da kann jeder sagen, was er will. Und wenn ihr mir nicht glaubt, geht zu eurem Imam und sagt eurem Imam. Euer Imam wird euch die perfekte Antwort geben. Also an den 41-jährigen Gassus bitte. Gassus, der Gassus stellt ist aber so richtig radikal... Ja, ganz gut, guck mal, ihr habt ja Hadithe, und wie der Diener Allah gesagt hat, ihr habt ja Einstufungen. Daif, Hassan und Sahih. Und es gibt noch eine Einstufung, Mensa. Es gibt noch die Einstufung erfunden. An einen erfundenen Hadith. Habe ich gerade gesagt. Ja, warte mal, bitte, warte mal, bitte, warte mal. Schau mal, Mensa, so wie es der Text neustellt, ist es so, als müsste man jeden Hadith in seine Glaubenslehre mit einbeziehen. Nee, ich will kurz auf den Bruder, auf den Ein- und Füchschjährigen drauf eingehen. Also diese Hadithe sind Sahih, das heißt diesen Sicher, laut der islamischen, also die sind sicher eingestuft. Nahih ist mehr als nur sicher. Mensa. Ja, genau, es ist mehr als nur sicher. Mensa, Mensa, nur kurz zum Verständnis, damit du in Zukunft darauf aufbauen und weiter diskutieren kannst. Sahih, das stuft nicht den Inhalt als Hassan ein, sondern die Überlieferungskette. Das heißt, das was gesagt wurde, das ist, also es ist Sahih, dass das so ausgesprochen wurde. Beispielsweise gibt es auch, beispielsweise gibt es auch Sahih-Überlieferungen über externe Personen, also keinen Prophet, sondern über Tabiin. Das heißt, das hat der Tabiin auf jeden Fall so gesagt. Der Inhalt dieses Hadiths jedoch, der ist immer noch zumindest mal diskutabel. Also ich meine, jede Überlieferung ist ja am Ende des Tages, ob es wirklich passiert ist oder nicht, das ist ja eine Sache für dich. Aber es geht ja immer darum, wer hat es überliefert? Verstehst du? Du hast meine Überlieferungskette. Diese Überlieferungskette wird ja dann am Ende des Tages als sicher eingestuft, weil man sie vertraut oder halt nicht, oder? Richtig, ja. Genau. Ja, deswegen haben wir am WSS. Sahih garantiert nicht, Sahih garantiert nicht korrekten Inhalt, sondern eine korrekte Überlieferung. Doch, doch. Sahih garantiert Inhalte auch. Inhalte wird garantiert in Sahih. Dina, 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 das ist nicht böse gemeint, aber geh runter. Bitte, bitte, geh runter. Bitte, bitte, bitte. Ist nicht böse gemeint, aber geh runter. Please. Do me the favor. Go down. Flex, ich habe eine Frage. Oh, man, jetzt habe ich, jetzt habe ich ihn auch zu singen. Ja, der Einer fühlt sich hier, egal, guck mal, du warst nicht wirklich wissen. Guck mal, ich nehme ein Summit hoch, vielleicht ist er ein Moslem und kann uns da unterstützen. Hallo, Summit. Hi, hi. Hi, bist du Moslem? Warum ist das richtig? Ja, weil wir gerade eine Diskussion haben zwischen Muslime und Christen. Ja, er ist Moslem, er hat in den Kommentaren sogar geschrieben, Flex, laber, kein Scheiß. Also er hat, er ist auf jeden Fall Muslim. Okay. Und es ist der Grund, warum ich frage, ist schon wieder eine Unterstellung. Summit, ganz gut bitte. Kann ja auch Jude sein. Bitte schön. Summit, lass nicht, oh man, Alter. Summit, hör mal bitte. Der Grund, warum ich frage, ist nicht, weil ich nicht, weil ich eine Vorurteil haben will, sondern ich will, dass es hier fair ist. Ich will nicht, Dicker, wer redet die ganze Zeit, ja? Summit? Ich nicht. Ich bin ruhig. Okay, guck mal. Ich will, dass es hier fair ist. Ich will nicht, dass es heißt, zehn Christen gegen ein Moslem, sondern, dass es immer ausgeglichen ist, ja? Und deswegen habe ich gefragt. Also bis zum Moslem, ja oder nein? Alhamdulillah. Okay, dann. Jetzt auf einmal ist er Moslem. Auf einmal, guck mal, was ist los mit dir, Flex? Bleib mal auf dem Teppich. Guck mal, lass mal das Flex in Ruhe, damit. Der greift mich an, direkt. Jetzt auf einmal, ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. Also meine Frage ist, wieso versucht ihr als Christen den Muslimen ihren Glauben beizubringen? Oder irgendwelche Fehler zu finden? Also ich bin, ich, ich von mir heraus, ich bin Ex-Muslim, ich von mir heraus bin ich Ex-Muslim und ich spreche über deine Religion. Lass mich auch sprechen. Du bist der Schlimmste von allen. Sei doch mal ruhig. Ich stehe mit dem Mensa. Ihr habt in allgemein, du hast in allgemein gefragt, ob er ehre ich mich hier. Warum redet ihr über den Islam, hast du gefragt. Oder? Und ich bin Ex-Muslim und ich kenne deine Religion sehr gut und darum zitterst du hier und sagst du mir, du sollst ruhig bleiben. Das ist so, weil du ganz genau weißt, ich sage die Wahrheit über deine Religion, über deinen Prophet. Danke, dass ich reden konnte. Okay, du kannst dich wieder in Stimmung anreden. Ach, ich bin stumm die ganze Zeit. Ja, wieder locker. Ich habe mich nicht stumm, weil du da ein bisschen redest. Ich möchte nicht mit dem wieder locker reden. Ich habe einfach keine Lust auf diese Menschen. Okay, Samet, danke, dass du da warst. Also wieder du, ich will dich nicht unterfällen, aber es ist immer sehr einfach zu sagen. Ja, aber beantworte doch mal die Frage. Ja, Samet, guck mal, erstens, wie du weißt, wir sind nicht hier hingekommen, wir lehren nicht über Islam, sondern wir reden über Jesus und Muslime haben die Gelegenheit, weil hier steht ja, Jesus war kein Muslim und deswegen kommen Muslime hoch und dann kommen wir ins Gespräch. Verstehst du? Und dann reden wir auch über die Gelegenheit. Was heißt denn Moslem? Moslem heißt er geben, ich weiß, aber das heißt nicht, dass er ein Moslem ist. Aber wie kannst du dann sagen, dass, wie kannst du dann sagen, dass Jesus kein Moslem ist? Okay, mit der gleichen, wollen wir, wollen wir jetzt zum Thema, Jesus ist Moslem gehen? All right, bro, let me cut you, let me cut you in the cave. Don't cut me, ganz kurz, ich spreche gerade nicht mit Mensa. Samet, der Mensa hat doch angefangen, zu sprechen. Ich brauch dir keinen Vers, ich brauch dir keinen Vers, du weißt, was, was wie jetzt. Ja, was wie jetzt. Ich habe die Frage, ich habe selber beantwortet. Jesus war Gott ergeben, also ist er auch theoretisch ein Moslem, genau wie du auch bist. Zeig mir, dass Jesus ein Moslem war. Du bist doch selber Gott ergeben, oder nicht? Nein, 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 zeig mir bitte ein Vers, dass Jesus ein Moslem war. Du bist Mohammedaner, du bist Mohammedaner, jede Christi kann ein Moslem sein, du bist Mohammedaner, Mohammedaner bist du. Geh dein Satan anbeten, Satan anbetet, hier bist du. Ich bin Christin, ich wurde christisch erzogen, meine Mutter hat mich gerufen, deswegen musste ich raus. Ich habe eine Frage an den Islam. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß, TikTok kann man nicht immer glauben, aber ich habe gesehen, dass Mohammed eine Neunjährige geheiratet hat. Stimmt das? Ich wollte nur wissen, ob es stimmt. Ja, stimmt. Okay. Ist das nicht? Er hat eine 6-Jährige geheiratet, und hat sie als 9-Jährige zur Frau genommen. Ja, und während der Menstruation, egal, das will ich jetzt nicht sagen, sonst werde ich gesperrt. Aber auch im Alltag bin ich der Teufel hier, und ich bete den Teufel an Anschluss. Okay, ist das nicht technisch gesehen eine, also, es ist keine Sünde, wenn man eine Frau heiratet, oder ein Mädchen heiratet, wenn sie schon... Darf ich dir eine Antwort drauf geben, Ashley? Ja, natürlich. Kleines Kind. Also, also die Moslems würden jetzt sagen, es war aber damals eine andere Zeit. Komischerweise, wenn ich jetzt eine 14-Jährige, ja, heutzutage sehe, die sehen schon alle aus, als wären sie richtige Frauen, aber ein Moslem würde jetzt auf jeden Fall sagen, ja, aber es war damals eine andere Zeit. Alter, sie war 9 Jahre alt. Fertig. Punkt. Aus. 9 Jahre alt. Kein Mensch nimmt sein und 9. Warum? All das geht nicht. Das ist Pädophile. Pädophile. Ja, auch gedacht. Pädophile. Hast du im Biologieunterricht aufgepasst? Wen meinst du mich? Nee, ich rede mit dem Flex. Er hat gerade für Muslime geredet, dabei ist ja ein Repräsentant eigentlich drin, ihr könnt ja direkt mich fragen. Warum ist das? Warte mal, ganz kurz mal. Lass uns reden, Bruder. Bruder, lass uns reden reden. Es wird lustig. Ein neunjähriges Kind. Nur noch ganz kurz auf Vida Luka, der sich ja vorhin als Ex-Muslim quasi geoutet hat und gesagt hat, ich darf nur... Ganz kurz, ich muss noch was sagen. Jetzt schreibt einer, ein Priester misshandelt, was hat die Ideologie der Bibel mit dem Menschen zu tun? Der Mensch ist derjenige, der Fehler macht. Was hat die Ideologie des Bibels überhaupt mit einem Priester in der Kirche gemeinsam? Die Bibel lehrt was ganz anderes als das, was die Priester da machen. Leute, schaltet mal eure Gehirne ein. Was ist mit euch eigentlich? Wenn ihr hier hochkommt, stellt gescheite Fragen. Wenn ihr nicht argumentieren könnt und nicht richtig reden könnt, kommt nicht hier hoch. Jesus Christ, oh mein Gott! Terrible! Terrible! Was ist aktuell die Grenze des Heiratsalters im Christentum? Frage an Flex. Go on, I don't know. You tell me. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine aktuell ist bei 14 Jahren, oder? Stimmt nicht. Okay, okay. Kann ich mal was dazu sagen? Ganz kurz, ganz kurz. Leute, ganz kurz, er hat mir eine Frage gestellt, ganz kurz. Die Frage, die du mir stellst. Gibt es eine Heiratsgrenze quasi? Ein alter Abanmann heiraten darf im Christentum? Das ist meine Frage. Du hast gerade was ganz anderes gestellt. Ey, Mann. Bäm, man kann es nicht mehr. wenn man es nicht mehr möchte, gibt es auch Mut zu tun, es ist ganz einfach. Wir haben in Römer 13 haben wir die Unterordnung der Obrigkeit. Die Obrigkeit in Deutschland besagt, dass wir nicht unter 18 Jahren heiraten dürfen. hat Gott diesen Begriff gegeben, dass wir ein Kind heiraten dürfen, wenn sie 14 ist? Ich glaube, Feth wollte gerade darauf antworten. Ja, ich wollte gerade darauf antworten, Bruder Flex. Schau mal. Alles klar. Wir haben in Römer 13 die Unterordnung der Obrigkeit. Das heißt, wir Christen, wir sind dazu verleitet, beziehungsweise wir sollen uns an die Obrigkeit halten. Das heißt, die Obrigkeit, das ist der deutsche Staat, der hat ein Gesetz rausgegeben. Das Gesetz besagt, dass man nicht unter 18 Jahren heiraten darf, es sei denn, man hat natürlich eine Sondererlaubnis und dass man mit 17 oder mit 16 heiraten darf. Dies prüft aber der Staat. Das heißt, da wir Christen gebunden sind an die Unterordnung der Obrigkeit, was das angeht, ist es für einen Christen oder für eine Christin nicht erlaubt, unter 18 Jahren zu heiraten. Hier hast du deine Antwort, Diener Lars, und bitte erzähl mir nichts anderes. Alles klar, fängst du dann von Antworten direkt darauf. Einen Moment, einen Moment. Nicht durcheinander reden, Leute, eins nach dem anderen. Ja, er hat hier vorhin noch mich, er wollte mit mir reden. Fähig dann eine Frage. Wenn man jetzt kein Gesetz hätte und das Gesetz wäre, hast du aber, hätte Fahrradkette, du hast ein Gesetz und dann grüß es halten. Die Frage, die ich stelle, ist ja, wie es im Christentum aussieht, nicht wie es im deutschen Grundgesetz aussieht, weil das, was du sagst, das, was du sagst, ist dann ja auch genau so auf den Islam zurückzuführen, wenn der Prophet sagt, dass wir unsere Abmachungen, dass wir unsere Abmachungen einhalten sollen und wenn die Islamgelehrten das Leben in einem Staat als Abmachung ist dann ein Käfer, lüge nicht hier. Ich wollte es gerade sagen, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, was du von dir gibst. Weißt du, Dina Lass? Weißt du, was du traurigst hast? Wenn ich meine Glaube hier darstelle, dann bin ich ein Lügner und ihr wollt mir meinen Glauben erklären. Weißt du, was der Taghut ist? Weißt du überhaupt, Dinaralas, was der Taghut ist? Dinaralas, weißt du, was der Taghut ist? Dinaralas, beweise, dass du Wissen hast. Weißt du, was der Taghut ist? Leute, ganz los, ich frage mal kurz. Ich kann es anhand der Bibel schreiben. Ja, ich sage dir, was ich sage. Der Taghut ist jemand. Der Taghut ist der Taghut. Der Taghut, Leute, Leute, bitte ganz los, bitte ganz los. Bruder, Mensa, es ist so anstrengend, Bruder. Es ist wirklich so anstrengend. Schill mal bitte alles. Darf ich mal bitte? Leute, bitte lass mal kurz Ruhe bewahren, bitte ganz kurz. Hamza. Also, ich habe halt so eine Frage von diesem Christ, oder? Ja, was liegt dir auf dem Herzen, Hamza? Also, ich habe eine Frage. Es gibt jetzt seit 2000 schon neue Testamente von der Bibel. Was ist jetzt ein Neuen Testament? Also, sind das jetzt schon andere Sachen drauf, oder? Nee, das ist der Neue Bund. Das ist das Evangelium. Und auch die, also das Neue Testament ist einfach, also das Buch besteht aus dem Evangelium und aus den Briefen der Apostel. Also, wurde die Bruder sozusagen gemacht, oder was? Ja, Dina, warte mal kurz, warte mal, ja? Es ist immer, es ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn man neue Leute reinholt und wie dann kommt. Wie, wenn jetzt zum Beispiel Jesus kam auf die Erde? Ja, guck mal, ich nehme ihn runter, ich nehme ihn runter. Guck mal, Hamza, ich nehme dich kurz runter, du kannst in 10 Minuten nochmal kommen, okay? Es ist gut, dass er runter muss, Bruder. Es ist eher so, dass wir mitten in einer Diskussion sind und dann wird ein neues Thema aufgemacht. Nee, nee, das Ding ist, ja, guck mal, ich wollte die Neuen, die zwei Neuen schnell fragen. Okay, ein Schritt von Internet. Wir schreiben, die Autoren der Bibel sind, äh... Oh, Gott, so dumm. Ah, okay, sorry. Guck mal, ähm, auf jeden Fall haben wir uns noch mal was zu dem Alter, das Heimatalter in der Bibel sagen. Darf ich ganz kurz? Was ich sage, so gut wie gar nichts. Guck mal, Leute, ich nehme ein paar Runden, weil das ist ganz ehrlich gerade wirklich sehr, sehr durcheinander hier. Ja, Matt, bitte, bitte. Äh, warte mal, das ist gerade... So, äh, genau, ja, bleiben wir so erstmal. Und, äh, falls jemand eine Frage hat, äh, kannst du gerne in den Kommentaren schreiben einfach. So, jetzt, ja. Matt, Matt wollte, glaube ich, was sagen. Genau, also, ähm, im Neuen Testament gibt es tatsächlich, äh, das, äh, berühmte 1. Korinther 7, Vers 36. Und in 7, Vers 36 schreibt Paulus, dass derjenige, äh, die, äh, Jungfrau, die ihm versprochen ist, heiraten darf, wenn sie über der Reife hinaus ist. Wenn man dann in die Wort-für-Wort-Übersetzung geht vom griechischen her und sich das griechische Wort anschaut, dann bedeutet das genau, dass sie ihre, ihre volle Reife, äh, darüber hinaus ist, nicht mal erreicht hat, sondern Paulus legt hier absolut Wert darauf, dass sie darüber hinaus ist, über die Blüte ihrer Jugend hinaus ist, erwachsen ist. Ähm, und das ist super, wenn man reingeht, in zum Beispiel Biblehub.com, in das griechische Wort reingeht, kann man das eindeutig sehen. Das heißt, äh, für uns Christen, ähm, ich halte das auch für richtig, wir ordnen uns dem Gesetz des Landes unter, aber wir können auf keinen Fall eine unreife Frau heiraten. Das ist einfach nicht, sondern sie muss darüber hinaus sein, also ins volle Erwachsene sein. Ganz genau. Richtig. Danke. Und das war genau meine Frage. Ein Applaus an Matt. Der Face hat meine Frage. Amazing, Matt. Thank you for the answer. Amazing. Was hast du gemeint? Matt, also Matt oder Matt, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ja. Super Antwort, danke dir. Weil das war meine Frage und du hast meine Frage gezielt beantwortet. Was der Face gemacht hat, ist, die Situation aktuell hier in Deutschland zu schildern. Das ist nicht die Antwort des Christentums. Natürlich, für einen Christen, der hier lebt, ja, macht Sinn. Und dann erkläre ich dir. Der Bruder, den Namen zu greifen, ey. Ich als beidiger Muslim-Faith, ich versuche dir das zumindest einmal kurz zu erklären, ich bin kein Tahut, wenn ich mich hier an die Gesetze halte. Ich bin ein Tahut, wenn ich hier mit den Gesetzen... Du bist ein Tahut, wenn du dich an Gesetze halte tust. Die Gesetzgebung gebührt nur Allah. Nur Allah, okay? Gebührt die Gesetzgebung. Wer bist du, um zu sagen, nein, ich halte mich jetzt an den Tahut. Du bist ein Erneuerer und somit ein Käfer, gar kein Muslim. Ändere deinen Namen zu Tahut-Diener. Alles klar, David. Jetzt versucht mir ein Christ mein Glauben richtig zu erklären. Und das ist, was ich bei euch immer ein bisschen kritisch finde, dass wenn jemand hier reinkommt und seinen Glauben darlegt, dass ihr das nicht akzeptiert, sondern nur das Negative, quasi das radikale Akzeptiert. Ja, aber du akzeptierst nicht mal alle Hadithe. Wie kannst du dich Muslim nennen? Ja, Flex, ich habe dir das vorhin schon erklärt. Du willst, du... Ich weiß nicht, wie du Akzeptanz definierst, aber Akzeptanz bedeutet nicht, dass du alle Hadithe in deiner Akhida mit einbindest. Man bindet nur die Hadithe in deiner Akhida mit ein, die als Sahih oder zumindest als Hassan eingestuft werden. Verstehst du? Geh zu deinem Imam, der wird es dir sagen. Geh zu deinem allwissenden Imam, der wird es dir sagen. Vertrau mir. Du musst die Hadithe akzeptieren. Alle. Es gibt keinen, ich akzeptiere es nicht. Diener Allah? Diener Allah? Ja. Mal eine Frage. Du bist doch Sunni-Muslim, oder? Richtig, ja. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin kein Islam-Lexikon, der alle antworten direkt. Ja, nein, nein, das ist kein Problem, ist kein Problem. Nur, wenn Sie, falls es nicht erwünscht ist, bricht mich direkt ab, okay? Alles klar, alles klar. Es geht, es geht nur einfach nur um eine generelle Frage. Es geht um die Frage der Abrogation im Koran. Okay? Jo. Okay. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ein Vers, der später herabgesandt wurde, als der Vers der Vor... Also, wenn ein Vers etwas sagt, und es wird ein anderer Vers später herabgesandt, und der widerspricht diesem Vers, dann ist der Vers, der später herabgesandt wird, gültig. Richtig? Wenn er ihm widerspricht. Ja, genau. Wenn er zum Beispiel sagt, einmal war ja das Alkoholtrinken erlaubt, und danach wurde das Alkoholtrinken verboten. Das heißt, der Verbotsvers hat den anderen Vers abrogiert. Richtig? In dem Kontext, ja. Okay. Und jetzt beziehst du das auf die Kriegsverse? Nein, 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 nein. Ich beziehe es nicht auf die Kriegsverse. Das ist ein ganzer Gegenteil. Ich möchte hier nicht mit Krieg anfangen. Das heißt, und wer abrogiert das denn? Ist es Allah, der abrogiert, oder dürfen Menschen abrogieren, oder ist es ein Prophet, der abrogiert? Wer ist denn derjenige, der abrogiert? Ja, du hast es ja super erklärt. Wenn ein Vers herabgesandt wird, zeitlich gesehen nachher quasi herabgesandt wird, nach dem ersten Vers, und dieser dem Vers davor widerspricht, und wenn man dann noch eben, die haben wir ja, Hadith mit hereinzieht, wodurch die Abrogation klar wird, und ersichtlich wird, dann gilt der vorherige Vers als abrogiert. Und dass es immer noch im Werk vorhanden ist, dann gibt es wiederum eine Weisheit. Okay, jetzt kommen wir eigentlich zur eigentlichen Frage, die ich an dich habe. Die Schiiten praktizieren doch noch die Mutter-Ehe, oder? Richtig? Das weiß ich nicht, ich bin kein Schia-Muslim. Ja, auf jeden Fall, sie machen es. Und ihr Sunniten, ihr macht es ja nicht mehr, richtig? Was meinst du genau mit Mutter-Ehe? Du weißt doch, was ich damit meine. Die Zeit-Ehe. Ja, alles gar nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Das heißt, ihr Sunniten praktiziert es ja nicht mehr. Richtig. Kannst du mir bitte einen Vers zeigen, der diese Mutter-Ehe aus Sure 4, Vers 24 abrogiert? Keinen direkten Koran-Fest, nein. Das heißt, der Vers aus Sure 4, Vers 24 wurde nicht von Allah abrogiert, sondern er wurde dann später von einem, der Hadise gebracht hat, abrogiert. Das ist richtig. Ja, das ist natürlich so, wie du es ausdeckst. Ich lege das ja nicht so aus, sondern es ist ja definitiv so, dass Umar... Du, Faith, du redest ja mit einem Sunni-Muslim. Ja, richtig. Deswegen frage ich dich, gib mir bitte den Koran-Fest, der hat die Mutter-Ehe abrogiert. Nein, nein, deswegen versuche ich dir gerade zu erklären. Ein Sunni-Muslim hat nicht nur den Koran als einzig wahre Quelle, sondern wir glauben, allein im Glaubensbekenntnis sagen wir schon, Also ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah, dass eben Mohammed sein Gesandter ist. Wenn wir jetzt noch eine authentische Ausführung des Propheten haben, der sagt, haltet euch an meine Sunna und an die Sunna, die nach mir kommen. Wenn wir diese authentische Ausführung aus dem Munde unseres Propheten, von dem wir ausgehen, dass er der gelebte Koran ist, haben, und wir jetzt sehen, dass Abu Bakr zum Beispiel etwas über die Zeit er sagt, weil er eben sieht, dass es so und so genutzt wird, dann haben wir uns als sunnitische Muslime, was die Mehrheit im Islam darstellt, daran zu halten. Okay, das heißt, Abu Bakr ist in der Lage, Koran-Ferse zu abrogieren. Er ist nicht in der Lage, Koran-Ferse zu abrogieren. Ja, doch, macht er ja doch, weil Abu Bakr bzw. Umar hat ja dann diese Mutter eher die Zeit aufgehoben. Das heißt, ein Abu Bakr oder ein Umar, die überhaupt noch nicht mal ansatzweise Propheten waren, sind dazu in der Lage, Koran-Ferse zu abrogieren. Das heißt, sie dürfen Allah widersprechen. Das heißt, Allah bringt die... Ja, aber warte mal ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. Ich will nur den Satz beenden, dann darfst du sprechen. Ich kann ihn auch aussprechen lassen, kein Problem. Das heißt, in Versuche 4, Vers 24, wird definitiv gesagt, dass die Zeit ehegültig ist. Wir haben keinen Vers, der diesen Vers im Koran abrogiert. Jetzt kommt Abu Bakr bzw. Umar und sagt, nein, es wird nicht mehr praktiziert. So, das heißt, die zwei, einer von beiden hebt eben das auf, was Allah gebracht hat. Das heißt, ihr Wort ist mehr wie das von Allah. Ja, Faith, guck mal, das ist die Art und Weise, wie du es darstellst. Aber wenn du meine Argumentationsstruktur verfolgen würdest und wir davon ausgehen, dass wir einen Gott haben, der einen Gesandten auf diese Welt setzt, der im Koran sagt, dass wir nicht nur den Koran als Quelle haben, sondern eben auch die Überlieferungen. Dazu gibt es zumindest Geschichten, die darüber berichten, und aus denen nehmen wir die Erkenntnis, dass es Überlieferungen gibt vom Propheten, aus denen wir auch unsere Lehren ziehen. So, jetzt haben wir Gott, der hat Mohammed gesandt und dieser Gesandte Mohammed sagt, haltet euch an meine Sunna und an die, die nach mir kommen, an die Sunna meiner Gefährten. Dann kann ich jetzt ja sagen, wenn Abu Bakr oder eben Omar, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, die sind, der es abogiert, dann ist das zurückzuführen auf den Propheten und das ist zurückzuführen auf... Aber das steht ja nirgends, weil es steht ja dort in dem Hadith, steht nichts anderes drin, als wir schlossen Vereinbarungen über Zeitehen ab für eine Handvoll Datteln oder Getreide zu Zeiten des Propheten und zu Zeiten Abu Bakrs, bis Omar uns dieses verboten hat. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, das dreimal zu erklären, wenn du das... Nein, das heißt ganz einfach, das hat diese Koranverse abprobieren und das ist eine volle Katastrophe. Das wäre genau das Gleiche, wenn Aussagen von Kirchenvätern Bibelferse aufheben würden. Das findest du bei uns definitiv nirgends. Mensa? Mensa? Ja, ja, ja. Das ist ein Krimophobie. Omei Jimmy Bruta, Bruder. Was heißt das? Ich hätte noch mal eine Frage. Ab wann gibt es die ersten schriftlichen Belege der Hadithen? Flexa, eine Frage an dich. Was war das, was war das, was war das? Das hat vorher interessant geklungen, Dinger. Das ist Ghanesisch. Ghanesisch? Ja, Ghana. Ich und Mensa sind Ghanesen. Ghana. Ach so, alles klar. Aber wiederholen meine Frage nochmal. Ab wann gibt es erste schriftliche Belege der Hadithen? Ja, wie gesagt, ich bin kein Krimophobie. Ich bin kein Krimophobie. Ich bin kein Krimophobie. Auf die Frage hätte ich jetzt auf die Schnelle keine Antwort. Aber ich meine, Bukhari hat irgendwie 600 Euro oder so nach dem Ableben des Propheten. So 200 Jahre ungefähr, ne? Ja, 200 Jahre kann sein. Ich weiß es nicht. Das heißt, wenn die Hadithen so eine entscheidende Rolle spielen, wie du sie gerade beschrieben hast, dann dürftest du eigentlich nicht das Neue Testament kritisieren von den Manuskripten her, weil 200 Jahre danach ist halt schon wirklich lange, ne? Oder? Habe ich die Manuskripte hier vorhin kritisiert, oder? Nein, aber es ist einfach nur mal für mich, weil es überrascht mich gerade. Wenn du diese herausragende Stellung, den Hadithen gibst, und wir haben, also ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, die erste schriftliche Beleg ist irgendwie 183 Jahre oder 184 Jahre nach Mohammed. Das sind über 200 Jahre. Okay, kann sein. Ich habe eine Quelle gefunden, die hat das gesagt, aber bei den Hadithen gibt es ja wirklich viele Quellen. Aber bleiben wir mal in der Kategorie, um die 200 Jahre. Ich glaube, da machen jetzt 10 oder 20 Jahre auch nicht mehr aus. Dann ist es ja eine riesen Zeitspanne, in der eine Sache mündlich überliefert wurde, wo es keine schriftlichen Belege zu gibt. Ja, wie gesagt, Matt, also auf die Stelle könnte ich darauf nur antworten, dass der Prophet selber gesagt hat, dass man sich an seine Sunder, das heißt an seine Lebensweise, und an die Lebweise, die nach ihm kommen, halten soll. Ich habe jetzt gerade nebenbei Tic Tacs, deswegen kommen ab und zu Geräusche. Das heißt, wenn wir diese Ausführung des Propheten haben und die Gefährten nach ihm, haben dann eben 200 Jahre nachher, wie du sagst, das erste Mal das verschriftlich, weil man das vorher nur eben mündlich tradierte, dann ist das so, dann ist das der Glaube. Aber Dina Allahs, es ist doch, schau mal, ich würde es verstehen, also ich könnte es nachvollziehen, wenn in dem Hadith gesagt wird, also wir haben ja gerade eben gelesen, was im Hadith sagt, wenn jetzt da steht eben zu Zeiten Abu Bakrs und wenn dann eben da stehen würde, bis Umar es verboten hat, weil aufgrund so, 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 so und das zurückzuführen ist bis auf den Propheten, dann würde ich sagen, okay, jetzt müssen wir ruhig sein, weil es ist bis auf den Propheten zurückzuführen, aber das ist es ja nicht, sondern es war einfach so, dass die Suche für 4 Vers 24 herabgesandt wurde, es wurde praktiziert, bis zu Zeiten, sogar in den Zeiten Abu Bakrs wurde es noch praktiziert, dann kam Umar und sagt, nein, ab sofort zu werden. Ja, das kann man dann mit allem durchziehen, dann könnte sich jetzt genauso jemand hier hinstellen und sagen, wieso baut ihr auf einmal Moscheen mit Minaretten, weil zur Zeit des Propheten hat man noch keine Moscheen mit Minaretten gebaut. Äh, Dina, Dina. Verstehst du? Faith, das heißt, wenn man die Ausführung des Propheten hat, der uns darauf, der uns befiehlt, sich an seine Lebweise und an die Lebweise nach ihm noch zu halten, wenn wir eben diese Ausführung haben, dann verstehe ich deinen Kritikpunkt, um ehrlich zu sein, nicht und ich sehe auch keinen Sinn darin, dass nochmal fünfmal gilt. Ja, aber es geht einfach darum, dass ich dir klar machen will, dass, ähm, äh, 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 ich sag jetzt mal, die Sahaba, ähm, und wenn ich sag, darf ich noch mal kurz? Voranverser abprobiert haben und das geht's mir, dass die eben, ja, ich hab's geschafft, ich hab schon zweimal, dass das, äh, genau, dass eben das so ist, dass ein Mensch, Verse von Allah, ganz kurz, ähm, stop, stop, ganz kurz, ähm, Milena, kannst du diesen Landi, äh, stummen, oder block den mal hier weg, diesen Landi, der heißt irgendwas mit Landi, der labert irgend so im Müll, keine Ahnung, kann den Liner kurz blocken, äh, sperren, keine Ahnung, irgendwas, den mal ruhig stellen. Tate, ich verstehe, ich verstehe als, als Außenstehender deine Kritik vollkommen und ich gebe ehrlich zu, dass ich über diese Thematik nicht, nicht, noch nicht wirklich was nachgelesen habe, das ist, äh, mein Grund dessen, was ich aktuell habe, aus dem, aus dem ich heraus geantwortet habe, die Thematik werde ich sowieso nochmal nachlesen, äh, weil ich da, daraufhin dann später noch eine fundiertere Antwort geben kann, wäre ich mit mir selber noch zufriedener, äh, ich verstehe, ich verstehe vollkommen, dass es für dich als Außenstehender komisch ist, kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn du meine Erklärung nicht nachvollziehen möchtest, alles schön und gut, Ashley wollte, glaube ich, was sagen, damit wir auch, Ashley, also, ich wollte, ich wollte sowieso, ich wollte nur ganz kurz noch sagen, äh, ich gehe jetzt an Susi, ich habe eine Frage, wenn du noch ein bisschen, ganz kurz, lass mal nur die Ashley vielleicht mal reden, weil sie ist, ja, ich will mich nur verabschieden, deswegen, okay, vielen Dank, Bruder, Maranatha, wir sehen uns nachher noch, bis dann. Erzähl mal. Ja, weil ich, ich interessiere mich halt für das Christentum, aber ich kann halt nicht verstehen, wie Jesus Gott ist. Okay, du interessierst dich für den Christentum, aber dein Profil sagt was ganz anderes. Mein Profil? Ja, Gott auch. What? Ich habe dich nicht verstanden, auch mal. Du interessierst dich für das Christentum, aber dein Profil sagt was ganz anderes. Ja, ich bin jetzt noch Moslem. Okay. Ich werde jetzt deine Frage beantworten, willst du wirklich wissen oder willst du einfach nur diskutieren? Ich will es wissen und diskutieren. Nein, guck mal, wie wir... Äh, Mensa, Mensa, mein Kass, mach, 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 mach. Okay, okay. Guck mal, ich beantworte deine Frage, dann kannst du runtergehen, weil wir sind gerade in einer anderen Diskussion. Wir wollen nicht vom Thema abschweifen, ja? Okay. Okay, also, Jesus ist Gott, der steht in der Bibel und er wurde Mensch und, ja, hat für uns gelebt, hat sich gekreuzigt oder kreuzigen lassen und ist am dritten Tag von den Toten hoffestanden, ja. Aber ich habe in der Bibel was anderes gelesen, deshalb... Mal nimm Co, mal nimm Co, ich bin 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 Co. Passt, ciao. Quasi, ja, sorry. Ja. Darf ich kurz was zu Flex und Mensa, Bruder? Also, ich glaube, es ist auch für alle Zuschauer besser, wenn wir bei der deutschen Sprache bleiben. Ja, das stimmt. Man fühlt sich als Livestream-Teilnehmer, weil man weiß nicht, ich rede über mich, ich rede über jemand anderen, man weiß es halt nicht, weißt du? Das macht man normalerweise nicht, das ist von Adept bei uns im Namen. Ich weiß nicht, wie das... Ja, alles gut. Alles gut. Die Kommentarequests, ja. Ey, lass die doch. Ja, ich habe ja kein Thema, die können ja weiter aufhören. Ja, alles gut, alles gut, komm. Prinzess, wow, schön, dass du da bist. Du warst da vorhin drin, oder? Ja. Ich bin wieder da. Ja, korrekt, korrekt. Ich wollte eins bemerken. Ich wollte euch beide oder alle, die hier reden, bitten, wenn jemand zum Beispiel fragt nach Christentum, also über Christentum eine Frage stellt oder sowas, der nicht an Christentum glaubt, dann keine Quellen für den Beweis aus dem Bibel für diese Person zu nehmen. Und auch auf der anderen Seite, auch wenn jemand über Islam was fragt, bitte keine Quellen von Islam darüber, weil wenn diese Person nicht daran glaubt, dann ist das für die Person kein Beweis, also nicht Beweis genug, das ist Beweis für ihn gar nichts. Also, nur eine Anmerkung. Ja, Prinzess, wenn du eben nach dem anderen Glauben fragt, dann müssen wir aus ihrer Schrift antworten. Kann ich Diener jetzt, ob ich es fragen, Diener, oder willst du zuerst deine Frage stellen? Nee, ich wollte nur sagen, dass ich die Herangehensweise nicht so mag, wenn man sagt, ja, in meiner Vergangenheit hatte ich schon so und so, weil das ist weder geliebbar noch widerlegbar. Ich bin aber Muslim gewesen, das ist dann dein Problem, ob du das glaubst oder nicht. Also, zu meiner Frage, wenn ich, okay, ist gut, okay, zu meiner Frage jetzt an dir. Wenn ich sagen würde, dass der Prophet Mohammed Schistrak spricht oder, wie soll ich sagen, dass er Delirium und Delirium ist, dass er sich alles halluziniert, dass er alles, was er sagt, nicht stimmt, was würdest du dazu sagen? Ich will nicht respektlos sein, ich habe zwei Begriffe nicht verstanden. Wenn ich sagen würde, dass dein Prophet Delirium hat, in dem Sinne... Delirium, ja, Delirium, so, dass er einfach Schistrak spricht. Schistrak? Also, dass er, wie soll ich es erklären, ja, dass er einfach Sachen spricht, die nicht stimmt. Was würdest du sagen, wenn ich zu dir sage, wo das der Prophet Mohammed, er spricht Sachen, die gar nicht stimmt. Ah, Fieberwahn. Delirium heißt, glaube ich, Fieberwahn. Sorry, ich habe das... Ja, Delirium, so, er spricht einfach wirres Zeug, oder wie man es auf Deutsch sagen würde. Wie würdest du das finden? Moment, halluziniert, achso, halluzinieren. Ja, frag mal die Frage weiter, ich antworte dann am Ende doch. Eben, das ist meine Frage, was würdest du denken, wenn ich das zu dir sagen würde? Oh, das wäre fatal. Dann würde ich meinen Glauben sofort ablehnen und wählen direkt am nächsten Tag Christ. Das ist meine ernste Frage. Ja, das ist meine Frage an dich. Was würdest du denken darüber? Wenn es bewiesenermaßen ist, dass der Prophet halluziniert, dann würde ich fragen, woran das liegt. Das würde ich denken. Nein, ich möchte dazu was sagen, wenn ich darf, also... Eben, was würdest du denken, wenn ich das sagen würde? Also, ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen, dass du oder einige anderen auch denken oder glauben daran, dass der Prophet Mohammed halluziniert hat oder sowas, weil das ist nicht das erste Mal. Also, schon damals, ich habe es gehört von vielen, als der Prophet schon am Leben war, schon damals hat man gesagt, der halluziniert, der Storysse wurde oder sowas. Meine Frage hat einen Sinn, weil Omar hat gesagt, als der Prophet Mohammed gesagt hat, bring mich ein Blatt und ein Stift, hat Omar gesagt, er spricht nur, wie du zeigst. Siehst du, er hat Delirium. Aber ihr wollt euch, die Muslime, was geben, womit ihr nicht in die Irre geführt werdet. Also, es gibt eine Sache, wo ihr Muslime, die Sunniten, nicht haben, die euch ins Paradies schicken würdet. Der Koran langt nicht. Das nennt man Donnerstag Unglück. Also, wir können auch darüber sprechen, dass euer Koran nicht langt, damit ihr ins Paradies kommt. Und somit sind alle in der Hölle geführt worden. Meine Aussage, dass ich Aussage von Omar, der zu der Prophet sagt, er spricht nur, blablabla. Meine Frage, um die Diskussion weiterzuführen, ich habe einfach keinen Antwort darauf, ich verstehe die Frage nicht. Flex, ja bitte. Ja, also die Frage wurde mir bisher noch nie beantwortet. Oder ja, Dina hat mir vielleicht keine richtige Antwort gegeben. Also Gott ist ja allmächtig. Ja, also Gott ist groß und Gott ist ja allmächtig. Wer ist Allah? Hat Allah sich beschrieben, wer er ist? Ja, Flex. Weil zur Zeit des Propheten haben die Götzendiener sogar genau dieselbe Frage gestellt. Wer ist dieser Allah, den du da anbetest? Und dann wurde eine Sure hinabgesandt. Das ist die Sure, für die man die Belohnung bekommt, als hätte man ein Drittel des Korans vorgelesen. Weil ein Drittel des Korans hat das Thema inne, wer ist Gott? Und das wird zusammengefasst in einer Sure. Das ist die 114. Sure, die 112. Sure im Koran. Das ist Surah Al-Ikhlas und die geht sinngemäß wie folgt. Gott, also Allah, ist einer. Er wurde nicht gezeugt und erzeugt nicht. Nichts ist ihm gleich und er ähnelt nichts und niemandem. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja, Bruder, das ist jetzt nur wieder eine Auffassungssache. Ich erkläre dir, so wie Gott sich selber offenbart hat. Auf die Frage, wer ist Allah, offenbart Gott diese Sure. Das heißt, er beschreibt sich selber wie folgt. Also, er ist ein Niemand. Allah ist einer. Einer. Allah ist ein Einziger. Ein Einziger. Weißt du, was er hat? Es heißt, quul huallahu ahad. Ahad sagst du beispielsweise. Warte, warte, ich versuche jetzt zusammenzufassen. Er ist ein Einziger und weiter. Richtig. Wenn wir weiter fortführen, dann nimmst du am Ende den Islam an. Nein, 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 nein. Erklär es mir doch bitte. Also, Gott ist ein Einziger. Er kann nicht zeugen und wird gezeugt und weiter. Flex, ja, ja, warte. Ich gehe das nochmal durch. Aber hab bitte du auch die Intention, mich zu verstehen. Nicht deinen Punkt weiter fortführen zu wollen. Alles gut. Ich will doch nur wissen, wer Allah ist. Erklär es mir doch. Genau dieselbe Frage haben die Götzendiener zur Zeit des Propheten auch gestellt. Und Allah erklärt sich selber wie folgt. Allah ist ein Einziger. Einziger. Er wurde nicht gezeugt. Okay. Und er zeugt nicht. Ich nehme jetzt extra das arabische Wort, weil es hat mehrere Bedeutungen. Allah ist As-Samad. Man kann es aber übersetzen mit Allah. Was habe ich vorhin gesagt? Jetzt habe ich meine eigene Übersetzung vergessen. Ich habe die Übersetzung auswendig im Kopf, aber ich habe jetzt gerade ein Blackout. Kann ich zeugen? Er ist ein Einziger. Okay, und weiter? Er ist ein Einziger. Er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Er wurde nicht gezeugt. Ganz kurz nachschauen. Also Allah ist ein Niemand. Bruder, hör auf mit diesen Respektlosen. Nein, nein. Ich sage ja, weil er kann nicht gezeugt werden, wird nicht gezeugt. Okay. Aber wer ist er? Wenn du eine stupide Antwort haben willst, Allah ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ja, okay, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, aber hat er sich selber beschrieben, wer er ist? Ja, das habe ich dir vorhin vorgelesen. Jetzt habe ich die Übersetzung neben mir. Mensa, 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 bitte, bitte, erklär ihnen, erklär ihnen bitte, worauf ich hinaus möchte, Mensa, bitte. Wer ist Gott im Christentum? wenn ich dir die frage stelle und die ganze zeit weiter frage wer ist gott wer ist gott wer ist gott wer ist gott was war das für eine logik was ist das alpha und omega und somit wissen wir dass jesus gott ist der vater wer mich gesehen hat hat den vater gesehen das hat ja was gesagt somit wissen wir ganz genau ich habe eine kurze frage an die noch und die noch hörst du mich er kann man sagen du musst nicht antworten wenn du nicht kannst weil es ist ein es ist schon eine komische frage so aber nur wenn du willst kannst du antworten ja alles auf jeden fall im suche 6101 da heißt es ja wie soll aller kinder haben wenn er keine frau hat ja die suche das habe ich schon mal in einer christendebatte gehört ja genau die frage ist also warum braucht allah eine frau um einen sohn zu haben der als einer der punkte die ich noch nachlesen muss habe ich jetzt spontan keine antwort drauf aber die stelle und ich weiß dass es darauf auch eine antwort gibt aber die ist aber du bist wenigstens ehrlich du sagst ja wenigstens du hast auch keine antwort das ist schon mal gut wir sehen das schon mal und auch ein diener und prinzessin die muslime mit dem ich am liebsten rede wirklich also die mögliche richtig ehrlich und respektvoll auch weißt du ja das ist kein thema etwas nicht zu wissen wir sind alle geschöpfe oder wir sind alle leihen ihr seid leiden und christentum und ich bin ein leih im islam und jetzt noch mal flex auf deine antwort weil die göttenden die da haben genau dieselbe frage gestellt der mohammed predigt die ganze entlang der dina entschuldigung wenn ich dich unterbreche wir gehen jetzt aber nicht zurück zu diesen die komischen die da gefragt haben wer ist allah sondern ich frage dich jetzt weil du betest ja alle an du musst ja besser werden nur an die ich kann dir keine bessere antwort geben als wie gott sich selber beschreibt okay jetzt aus meiner sicht jetzt guck mal sagen wir mal im allerschlimmsten falle ich kommentiere jetzt zum islam okay und man sagt mir aber ja mir flex flex immer zu allah ist groß allah ist nur ein einziger allah kann man nicht zeugen allah ist nichts zeugfähig okay alles gut verstehe ich aber somit weiß ich immer noch nicht wenn ich da gerade anbiete wem bete ich denn da gerade an alles klar dann darf ich jetzt die frage beantworten ja natürlich auf sehr stupide gesagt gott ist der schöpfer von himmel und erde und ganz kurz allah ist der schöpfer von ihm und erde das heißt davon aus er ist gott wenn wir jetzt nur sagen oft auf deutscher sprache wenn wir ganz gerne gucken was was gott bedeutet wenn wir sagen wer ist gott dann sage ich gott ist allah und gott offenbart sich selber das heißt wir schauen in seinen in sein werk was er selber offenbart hat und wie gesagt diese die frage wurde dem propheten gestellt wer bin ich das ich kann ja die frage nicht besser beantworten als wie sie so und somit weiß ich immer noch nicht wer allah ist oder jetzt hör mir doch zu als wie es den propheten offenbart wurde das heißt auf die frage wer ist allah hat allah folgende surah offenbart sprich zu muhammad sagt er sprich er ist allah ein einziger gott der und durchdringliche er hat das hast du schon gesagt ich weiß aber gott hat sich immer noch nicht beschrieben wer ist der bruder auch auf persönlicher ebene hat gott sich auf persönliche ebene erklärt oder gesagt wer ist da persönlicher ebene ja dann beantworte ich die frage noch mal es gibt es gibt im islam 99 namen gottes man nennt sie es maus zu fahrt das heißt namen die alle keine namen wissen oder flex namen die eigenschaften innehaben das heißt im arabischen spricht man von es maus zu fahrt das heißt namen die eigenschaften in haben wenn davon gibt es 99 die er uns offenbart das heißt wenn du fragst wer ist gott sage ich dir der gnädige der begnadende decke ich werde ich jetzt wieder stoppen hier wer ich will nicht wissen dass er begnadigt ist oder ob er hochmütig ist oder der beste ist das ist nicht meine frage ich stelle dir diese frage noch mal guck mal bruderherz das ist doch nicht böse gemeint wenn du es wenn du diese antwort nicht kennst dann sagen einfach du weißt nicht wer aller ist dass ich bin auf persönlicher ebene erfahren bei uns ist und nämlich erschaffen warte warte bei uns im christentum wird gott beschrieben wer er ist so ich möchte wissen wenn ich jetzt ja den islam annehme wer ist aber ich weiß immer noch nicht wenig anbieten soll oder wenn ist dein verstand nicht gerade apparat oder ich sagte jetzt muss ich raus mensa er versteht meine antwort ja gar nicht digga eine frage an alle anderen leistung teilnehmer wer von euch hat ein problem mit meiner antwort dass allah derjenige ist der uns alle erschaffen hat der schöpfer von himmel und erde was ist da was ist an der antwort jetzt das ist daran nicht verstehen was verstehst unter persönliche ebene frage an alle leistungen abgesehen von flex vielleicht hilft es wenn flex etwas die richtung angibt was möchtest du genau darunter also persönliche ebene jeder mensch der deutsch versteht weiß was mit persönlicher ebene gemeint ist er selbst persönliche ebene körperteile hat der körper hat der arme hat der kopf was hat er selber erklärt sich ja wir haben ja keine möglichkeit zu sagen ach schau mal das ist gott hier schau mal der da ist gott was ist denn ein moment flicks oder er denkt wirklich oder er denkt wirklich das wird in der wohnung ich hatte eigentlich meine frage aber ich wollte ganz kurz dazu etwas sagen das habe ich gerade mitbekommen der unterschied zwischen islam und christentum ist ihr habt die dreifaltigkeit es gibt da gott als vater dann jesus wurde der heilige geist und der sohn ne das stimmt schon aber nicht das stimmt nicht die jesus wurde nicht der heilige geist der heilige geist ist eine andere person aber es ist im endeffekt dreifaltigkeit also das problem ist ihr könnt jesus ist ja gott bei euch ja ihr könnt ihr mehr zu ihm erzählen weil er tatsächlich als mensch auf der erde gelebt hat und das ist ja bei dem islam nicht der fall gott ist der unterschied ist bei uns hat sich gott offenbart bei euch nicht jedoch mit dem koran bruder das was ich sagen wollte ist ich konnte sich von der höhle redest du jetzt gerade von der höhle als der engel jibril kam richtig meint es mich ne 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 ich wollte eigentlich eine andere frage stelle aber ich meinte nur gerade ich verstehe ein bisschen wie heißt der diener weil ihr dürfte nicht so dass du sehr verglauben also nicht vergleichen mit dem islam weil wie gesagt bei euch hat jesus war als mensch auf der erde bei uns also im islam ist das ist nicht der fall deswegen kann man über 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 allah nicht so viel erzählen menschliches weil er als menschliche gestalt nicht genau das ist das ändert aber nichts an der tatsache dass jesus aktuell heute nicht mehr da ist das heißt wir haben wieder nur etwas was auf ihn zurückzuführen ist das heißt die bibel das heißt wir schauen was steht über jesus geschrieben und genauso wie sie die bibel haben wo jesus erklärt wird wo jesus sich selber erklärt genau so haben wir den koran wo sich allah selber erklärt ich verstehe gar nicht was flex für ein problem mit meiner antwort hat ich glaube also ich erkläre dir jetzt mal auf einer deutschen sprache nochmal wenn wir also glauben jesus hat gesagt er hat uns nach seinem ebenbild erschaffen das heißt also zwei hände ein kopf er hat zwei beine verstehst du worauf ich hinaus möchte ja er hat uns nach seinen ebenbild erschaffen er wurde mensch und ist für unsere ich muss es ich muss mich jetzt eigentlich nicht wiederholen so und ich frage dich jetzt die ich frage dich jetzt okay wer ist allah ich antworte noch darauf dann bin ich weg weil mit flex macht echt keinen spaß so wie es ist flex immer zu ich habe ja wirklich die weite die besten flex und erstens ich finde ich mega sympathisch ich habe schon andere leistungs von dir gesehen wo du die ganze zeit mit den fingern so zeigt dass man tippen muss und so ich finde dich sympathisch aber du bist sehr anstrengend also mit dir zu reden ist sehr anstrengend das gebe ich zu ich weiß ich habe noch ein schwieriger fall das schau mal flex ich habe dir vorhin erklärt es gibt eindeutige verse und mehrdeutige verse versuche ich bitte zu verstehen nicht auf den chat fokussieren versuche mich zu verstehen es gibt eindeutige ich höre dir zu den vers den du hat gesagt hast dass allah adam nach seinem ebenbild erschaffen hat ist ein mehrdeutiger vers jetzt haben wir aber auch einen eindeutigen vers wo allah sich selber erklärt als ihm ist nichts gleich er ähnelt niemandem und nichts nicht und niemand deswegen gibt es unter anderem islamische gelehrte die anerkannt sind die sagen dass dieser vers nicht so zu verstehen ist wie du ihn gerade versucht als zu belächeln im sinne von ja da hat er ein kopf und hat auch hände oder doch beine das ist das ist es eben nicht bruder moment die nach du du kannst gleich reden mami besucht da ja schönen guten abend als ich war fall was falsches gesagt habe korrigieren mich bitte ja es geht um den einen teil also ich habe das jetzt auch nicht böse gemeint aber um den einen teil wurde gesagt dass das gott sich so wie einen menschen beschreibt mit hände füße und ich meine er hat uns nach seinem ebenbild erschaffen sorry muss korrigieren genau nach seinem ebenbild aber da hat er sich nicht auf die menschliche natur eigentlich andere natur genau er ist eine andere ging eigentlich nur um das geistliche bei ihm also quasi dass wir wenn wir sagen wenn er sagt wir sind nach seinem ebenbild also von geistlichen ja aber nicht von der körperlichen ja das war jetzt nur das eine ich weiß nicht ich muss leider gleich wieder raus ich hatte eigentlich nur eine frage an die ich weiß nicht ob ich das kurz stellen darf oder ob ich sonst euren fluss unterbreche stell die frage stell die frage gut dass du mich antwortet aber ja stell gerne die frage super dina ich möchte gerne was wissen und zwar ich kenne mich mit dem islam nicht so aus ne ich bin christin selber geborene christin was mich halt interessiert ist also bei uns christen ist es ja so wir haben unsere bibel so quasi als ja als recht leitung wo wir uns quasi darin finden in fragen in problemen in sorgen in alles mögliche ja und bei uns christen ist es so dass der heilige geist quasi als jesus gestorben ist wieder in den himmelreich gegangen ist dass der heilige geist quasi hier ist auf der erde um uns zu helfen um uns weisheit zu geben und zu leiten und zu führen und 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 bei uns christen wird auch sehr viel über beziehungen gesprochen zwischen uns und gott also quasi ich als mamie als christin habe auch so eine eigene beziehung zu gott außerhalb der ganzen biblischen geschichten und alles was in der bibel steht habe ich selber eine gewisse beziehung zu ihm das heißt ich kann mit ihm auch reden und er antwortet mir meine frage ist wie ist es eigentlich bei euch im islam also ich höre halt immer sehr viel von gesetzen dass euer gott vieles verlangt oder gesetze gibt oder sagt ihr müsst dies ihr müsst das aber habt ihr auch dieses vater kind beziehung so wie bei uns im christentum wo es nicht nur nach gesetze geht sondern auch liebe also liebe zwischen eine beziehung von vater und kind wo ich dann auch mal zu gott kommen kann und sagen kann hey mir geht es gerade echt schlecht ich brauche gerade eine hilfe ich brauche deine weisheit ich brauche deine kraft und wo er mir auch antwortet und ich kann das bestätigen als zeugnis kann ich tatsächlich sagen ich habe das können alle christen sagen die gott wirklich kennen dass sie alle gott erleben also dass gott ihnen spricht danke mami du hast so eine gute feier gestellt ich bin dir so dankbar wie ist es denn bei euch eigentlich habt ihr auch diese beziehung oder geht ihr immer nur nach gesetz aller will dies von uns aller will dieses von uns alle wir müssen das machen wir müssen 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 oder gibt es bei euch auch aller liebt mich ich liebe ihn auch wir haben eine beziehung wenn ich ihn um etwas bitte kriege ich auch mal das und jenes und dieses das nur das möchte ich gerne wissen dann bin ich wieder raus dankeschön danke für deine danke für deine frage ich finde die frage 1a mit sahne wirklich weil tatsächlich so wie es auf den ersten blick scheint ist es so mich dann geht es nur um das ist erlaubt dass es nicht erlaubt immer so eine radikale ja guck nur so und nur so nur so das packt mich selber und nun mal ab weil der prophet selber sagt also wenn wir die fünf gebete die wir am tag haben es waren eins mal mehr aber es wurde runter damit auch fünf wir haben fünf gebete am tag und der prophet sagt selber dass wir während wir beten wir sind am nächsten sind wir mit gott wenn wir in der niederwerfung sind aber auch beim rezitieren der ersten zure beispielsweise die eröffnende da gibt es eine aus da gibt es eine ausführung des propheten dass er sagt dass gott uns darauf direkt antwortet das heißt auf jeden vers den wir rezitieren im gebet antwort und antwortet uns gott direkt und ich kann jetzt wahrscheinlich auch im namen aller muslime reden dieses gefühl was du im gebet hast und das haben wir fünfmal am tag als pflicht also selbst was heißt als pflicht natürlich das ist unsere pflicht zu beten aber diejenigen die wahrlich glauben die beten gerne ich freue mich auf jede gebetszeit die folgt doch hier eine frage wenn die mami vorhin ihre persönliche erhebnis so darstellen durfte dann will ich das auch kurz dürfen wenn es okay ist ich rede wahrscheinlich im namen jeden jedes jedes muslims das siehst du auch wenn du dir ich werde ich sagen das siehst du in videos und so aber wenn du im gebet bist du persönlich für dich alleine und du gehst in die niederwerfung und du spürst du spürst du ein gefühl das ist unbeschreiblich ich will ich will euch nicht sagen wie oft ich in tränen ausgefallen sind nur weil ich am beten bin das wird vielleicht für außenstehende so komisch aussehen hätte er betet dadurch nur wieso fängt er an zu heulen aber du hast ein gefühl allein wenn ich in der moschee bei uns bin wie oft ich sehe dass das da dass da menschen sind die anfangen zu heulen einfach in der niederwerfung schrieg ist er schreckt gänsehaut am ganzen körper ich würde sagen jeder gläubige mensch egal ob christ oder muslim hat diese bindung zu der eben zu der höhere macht die er die er verspürt verstehst du war mir sehr gute frage der islam ist tatsächlich keine religion die sagt nur das ist erlaubt das ist nicht erlaubt natürlich das hat das gehört zum islam es ist eine eine wegweisung für das leben dazu gehört natürlich auch dass es erlaubt dass es nicht erlaubt genauso wie es im grundgesetz alkohol ist ab 8 oder ab 16 erlaubt und davor halt nicht genauso haben wir diese regeln auch für die für die eine wegweisung für das rest des lebens aber wir haben auch eben diese persönliche bindung zu gott der welche auch sehr sehr wichtig ist der klar flex gerne ja du hast ja vom gebet gesprochen ich finde das auch sehr gut ich meine beten ist wirklich auch wichtig ja falls ich vorhin etwas ein bisschen zu hart gesprochen habe zu dir dina denn will ich mich noch mal entschuldigen denn tut es mir leid okay ich entschuldige mich direkt mit oder weil ich einmal zu geworden bin ich glaube schon einmal lauter geworden ich bin gar kein fan davon tut mir leid ja ja alles gut ich werde nur laut wenn mir gewisse dinge nicht gefallen da fange ich an immer ein bisschen laut sein deswegen will ich mich noch mal was ich sagen wollte es ist eine ernst zunehmende frage weil ich kenne das so nicht normalerweise wenn man betet den betet man zum vater heiliger und etc okay alles schön und gut ja und man sagt im namen jesus christus und 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 also bei euch ist ja so wenn ihr beten tut dann sagt der schäfer nicht warum tut ihr gleichzeitig satan im gebet verfluchen warum eigentlich du sagst ich suche zu flucht vor den vor den bau die übersetzung kann ich jetzt nicht ich kann das ich suche zu frei vor den einflüsterungen des teufels das heißt du bittest da gott darum dass er dich also du du äußerst dich zu gott und das ist wir haben eine wir haben eine anleitung quasi zum gebiet ja falls du das als kritik sich das eher sogar etwas positives wenn ich nicht wüsste wie ich beten okay ich will die themen nicht ändern die arte hat mich jetzt kurz gestoppt alles schön und gut tut mir leid ich will hier keine themen ändern wir bleiben bei dem thema wo wir sind aber ich glaube tc unser bruder wollte noch was sagen und dann bleiben wir bei dem thema tc man ja genau also erstmal hallo an allen ich hätte eine frage an dina und zwar eine logische frage aber ich bitte erstmal darum dass sich dass er die frage nicht falsch versteht weil ich bin fan von logik gerne stellt die frage aber die frage nicht falsch verstehen weil ich will weder sport noch sonst irgendwas vermitteln sondern einfach bitte sachlich bleiben also ich meine die frage wirklich ernst oder vollkommen zu haben eine frage ist ja meine frage ist ja im islam ist es ja so dass wenn du ihn im paradies kommst tut ja alle sozusagen jeden wunsch erfüllen denn du hast so habe ich es verstanden bis jetzt ja ja aber dass da ja auch mit ihm beschlossen dass man sich nichts schandhaftes wünscht also wenn man daran glaubt wenn du an das islamische verständnis vom paradies gut darin du sagst alles weil meine frage wäre jetzt zum beispiel was ist wenn ich mir von aller wünsche dass er zum beispiel zurück in der vergangenheit reist sich in eine ziege verwandeln und zwei suchen ist ja und das ist ja immer das was schon gesagt habe also bekannten du hast du kannst dir alles wünschen wenn du das verständnis des paradies ist nicht dann ist es ja nicht alles dann ist es ja nicht alles dann heißt es auch hast irgendwo grenzen an deinem wunschvorstellung ich merke schon dass also wenn du meine antwort verstehen willst dann gebe ich sie gerne das mal bitte ausreden danach kann so gehen dass man mit ausreden wir reden über das islamische verständnis vom paradies und ich antworte wieder nur aus meinem wissen stand ich kenne es so dass du dir alles wünschen kannst aber wenn man über das islamische verständnis vom paradies redet dann muss man da auch mit einbeziehen dass man sich eben nur sachen wünscht in dem wenn du wenn du im paradies bist dann denkst du an so abscheuliche sachen gar nicht verstehst du das ist das was ich dir erklären möchte das heißt gott verspricht uns wenn ihr im paradies seid man wird sich keine abscheulichen sachen wünschen das was du das was du da äußerst wenn ich mir da aber auch so meine gedanken wirst du in sondern in so einer schönen umgebung gar nicht erst kommen auf so eine auf so eine gedanken das sagt das verspricht uns gott auf so schand schand also ist schon ekel auf deutsche gedanken ich finde das nicht übel du hast es um die frage zu stellen geäußert aber auch sowas kommt man in so einer schönen umgebung nicht und warum dann diese jungfrau ja gut aber meine war ja nur eine logische frage darf ich kurz meine frage stellen wenn ich eigentlich reinkommen wollte ja mach mal mutig machen ich habe ein video gesehen aber konnte bis jetzt keine antwort finden deswegen dachte ich die kriege ich hier ich habe mal so ein video gesehen wo ein christi frage gestellt wurde sorry welchen namen falsch ausspreche jetzt als hat eine asia oder asia genau als der könig von jerusalem wurde sein bitte in der chronik oder in der chronik oder im zweiten könige und im chronik dass der heimatz und sonst ist sondern das einmal nicht fragen woran das liegt dass er zwei verschiedene alter angegeben werden in zwei verschiedenen kapiteln um was ging es da wo er 22 oder 24 war und zwei jahren regiert hat und damit 42 für ein jahr regiert hat man es diesen vers genau also in einem jahr wurde gesagt er wurde mit 22 könig und in dem anderen wurde gesagt mit 42 wurde er könig ich kenne ich kenne diesen vers das ist ganz einfach zu verstehen wenn einer mit 24 könig wird und mehrere jahre regiert und erst mit 42 wieder ein jahr regiert was verstehst du daran nicht die frage wurde so gestellt die exakt keine missverständnisse kommt ich hole jetzt meine bibel und dann lesen wir das ok bleiben wir kurz dran ich habe diesen vers sogar gleich offen genau für dich mein bruder herz ok ganz kurz ich habe es jetzt gleich ok so im fünften jahr im zwölften jahr jorams jetzt genau asia war 22 jahre als der könig wurde und er regierte ein jahr lang in jerusalem und der name seiner mutter war atelier ok jetzt gehen wir zurück auf das andere wo ist da wo er zwar versucht es war nach 42 jahren das asia könig wurde und er regierte ein jahr lang so was 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 habe ich jetzt vor vorgelesen was hast du jetzt verstanden ich habe sie genau das was ich gesagt habe 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 ich dir gerade vorgelesen also wurde er mit 22 einmal könig und mit 42 noch einmal klein bro bro moody 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 du kannst die deutsche sprache und du bist nicht von gestern ok ich habe sie gerade vorgelesen wenn damit ich gehe wieder zurück wenn damit 22 jahren könig wurde ja und sagen wir mal für ein jahr lang regiert hat ja und erst wieder mit 42 ein jahr regiert hat was verstehst du darunter das ist ein widerspruch gehen falls weil ich will ich will dir nur eine aufklärung das ist kein widerspruch nee das ist so will ich sagen ich habe so bis jetzt nicht verstanden aber wie gesagt ich verstehe dann erklärung sogar immer noch nicht er zwei jahren regiert und mit 42 einer regiert aber was war dazwischen moody moody noch mal also ich lese es dir vor so wo sind wir jetzt asia asia genau asia war 22 jahre alt als er könig wurde und er regierte ein jahr lang in jerusalem so jetzt gehen wir zurück so jetzt gehen wir vor so jetzt haben wir hier den einen vers wo er wo ist es war nach 42 jahren das asia könig wurde und er regierte ein jahr lang in jerusalem so was habe ich jetzt vorgelesen dass er aber mit 22 regiert hat und nach 42 jahren mit 42 jahren mit zwar es war nach 42 jahren als asia könig wurde wurde für ein jahr lang also das ist doch ganz einfach zu verstehen du musst dir jetzt vorstellen wenn damit 24 zum beispiel für ein jahr regiert hat und erst wieder mit 42 ein jahr regiert hat das ist doch ganz jeweils ein jahr das ist doch einfach zu verstehen da muss man doch kein aber er war ganz das ist doch ganz einfach jeweils ein jahr zum beispiel das ist doch ganz einfach zu verstehen aber für mich ist das so wenn jemand könig ist regiert er doch durchgehend modi modi nicht jeder regiert gleich modi hör auf bitte ich will keinen widerspruch finden aber ich sag dir ehrlich anscheinend musst du jetzt gerade einfacher erklären weil diener verstehst du das so wie die erklärung von flex ist dass er einmal mit 22 könig geworden ist und dann später mit 40 noch mal das ist logisch kein widerspruch wenn die wenn das ist dankeschön diener dankeschön das ist so ich suche nicht den widerspruch ich suche die verständnis das ist das ding oder das haben wir doch gerade eben erklärt oder flex flex nicht so flex stimme ein bisschen runter für modi ich versuche dir das so zu erklären stell dir vor bruder du wirst mit 22 zum bürgermeister gewählt ja bis dann regiert dann für für acht jahre in deiner stadt ja und dann später mit 40 wirst du wieder gewählt und über dich steht dann in ein und denselben werk geschrieben er wurde mich gefragt hat ja ich hab doch gesagt also wurde er mit 22 amel könig und mit 42 wurde er wieder könig da hast du gesagt nein zu mir vorhin oder so wie er das erklärt hat immer ist es glaube ich ein ja die antwort aus christlicher sich ja weil vorhin hat er das nicht so angenommen was ich es gesagt habe deswegen okay dann ist aber ich hab mir ich hab's dir ich hab's dir erklärt und es ist ja einfach überstehen es ist ja egal welches alter aber du musst dir vorstellen wenn du mit 22 ein jahre hier ist und mit 42 wieder ein jahre hier ist das ist ganz ihnen zu verstehen da muss man das problem was ich gemerkt habe ja bruder herz ist darfst du ja nicht böse nehmen viele muslime suchen nach widersprüchen aber das problem ist ihr werdet ihr werdet ihr werdet ihr keine widersprüche finden ich habe es aber alles aber ich habe noch mit der frage und direkt die intention genannt dass ich keinen widerspruch finde sondern weil ich an einem video erlöte aber das gesehen habe um es und ich bis jetzt noch keine antwort irgendwo gesehen habe weil ich das ganze zeit war das die ganze zeit in meinem kopf war die frage und deswegen ist es wichtig einander ausgehen zu lassen wo die du hast keine schlechte intention ich weiß und flex hat auch keine schlechte intention deswegen ist alles cool also das einfach ruhe bewahren und weiter uns unterhalten hier alles gut ja aber ansonsten ich hoffe ich habe es gar nicht schnell kann ich schnell wieder dass das zeigen was er vorher gesagt habe der bruder muslimische bruder hat gesagt er hat mich nicht verstanden also akzeptiert stu sachi den ralas ich habe ich habe ja gar nicht diesen diesen widerspruch eingeführt das war moody das war moody das war moody ich spreche ich weiß ich spreche nicht über den widerspruch ich habe gesagt vorher habe ich gesagt und er hat gesagt er hat nicht verstanden darum habe ich jetzt der hd ist also vorher habe ich was gebracht und du hast gesagt du hast gar nicht verstanden du verstehst meine frage nicht korrekte korrekt ach so ja 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 das genau und darum habe ich das jetzt da aufgemacht für dich immer wo wir gerade waren weitermachen dann können wir zu einem thema ja können wir gerne machen was soll jetzt sowieso runter also machen wir das schneiden nachher gehirten kann schon immer weiter machen es geht ja nicht lange das ist so aber ich frage die akzeptierte sachi damit es keine ausrede gibt nachher akzeptierst du ein hd ist die sache ist er ist eingestuft von al-albani und al-albani ist ein gelehrter den ich so nicht annehmen aber zeig mal bitte also du 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 akzeptierst dann der sache nicht die aus der steht von dem ist es denn als eingestuft wurden darum da steht al-albani ja al-albani ist ein gelehrter den ich nicht indem ich nicht folgen nein al-albani ist alles aber die mussten akzeptierst du nicht oder wenn al-albani ein hadith von abu dauer okay egal 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 welche welche rechtsschule du folgst das hier habe ich schon übersetzt okay oder warte mache es so besser darf ich vorlesen oder willst du vorlesen ja ich lese vor ich tue auf deutsch besetzen damit wir machen das hier noch und danach würde ich gerne über das evangelium reden über jesus reden ja weil er sehr gerne mit dem thema weggekommen wurde sehr gerne also es steht einfach hier geschrieben aus der zeit des todes des propheten heran hatte und einige männer im haus waren unter ihnen umar bin al-kattab sagte der prophet kommt dabei und lasst mich für euch eine schrift schreiben nach der ihr niemals in die ihre gehen werden also wir sehen schon hier dass der prophet sagt er will was schreiben mit dem die muslimen niemals in die ihre gehen werden also wir sehen schon dass der koran nicht gelangt hat damit du nicht in die ihre gehst weil sonst hätte hier der prophet das nicht gesagt wir erinnern dann noch einen tipp aufschreiben ja egal mach weiter umar sagte um also umar sagte der prophet ist schwer krank hier ist das wort delirium heißt er halluziniert nur er macht nur blabla jetzt wenn du muslim bist und du sagst und jemand sagt dass der arabische da hast du das original daran gebe ich dir direkt die übersetzung des wortes kann wenn du muslim bist und du sagst dass der prophet dass der prophet delirium hat dass er nur halluziniert bist du nur muslim oder ich bin mir als muslim nehmen auch an dass der prophet sachen er verzaubert wurde also da war von magie aber hier geht es darum dass der prophet was schreiben will womit du nicht in die ihre gehst und omar sagt nein nein er halluziniert nur und ihr habt den koran also ist allahs buch für uns ausreichend und warum bringe das wegen der abrogation was vorher der bruder gebracht hat omar hat mutter abrogiert gesagt dass der prophet delirium hat er ist krank er mag nur blabla und gehindert dass du nicht in die ihre gehst mit der loka soll ich antworten dafür schon ja bitteschön also für jede der wissen wie ja ja schon für jede der wissen wie das ist das hier ein moment das kommt kurz aufhören das ist das hier und ich wollte mich nur kurz verabschieden war schön mit euch zu sprechen danke mensa dass ich heute warte flex und dina an alle guten abend noch was wird den haben und 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 das ist die kühle gottes segen würde ich habe ich habe mir das was geschrieben oder warte habe falsche gezeigte warte ich nehme schau dergabe das falsche gezeigt als die dann ist wahrscheinlich das folgende oder 1 das ist das ist das vor der andere thema was ich gebracht habe aber dass ich werde das hier 7366 ja das habe ich aufgeschrieben genau genau ja soll ich antworten ja bitte schön antworten wenn du dich an meine argumentation von vorhin erinnerst dann müsstest du müsstest du dich daran erinnern dass ich angefangen habe mit dem koran dass der koran selber sagt dass wir den koran als offenbarung haben und eben das heißt wir haben die überlieferungen des propheten das heißt wenn der oma gesagt ihr habt den koran als rechtleitung und der koran sagt ihr habt den koran und den propheten als rechtleitung dann ist das kein logischer widerspruch aber das ist nicht die frage die frage ist der frage ich nicht von der frage weg warte ich komme zu deiner frage der prophet wollte was schreiben womit du nicht in die ihre gehst der koran ist nicht ausreichend die eine sonne auch nicht weil der prophet sagt ich will was schreiben womit du nicht in die ihre gehst und du mal sagt nein nein was nicht so dass sie irgendwie beschreibt der koran langt uns und dann kommt um und abrogiert surren das ist der punkt nicht wegen koran und sun und bla 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 hier sehen wir ganz klar der prophet wollte was schreiben womit du nicht in die ihren gehst ja alles klar darf ich jetzt wenn die eine antwortet dann möchte ich danach weiter über jesus reden bitte dann haben wir weiter mit flex thema er hat die bibel gerade hingehalten hat gesagt hier ist kein kein fehler dran alles klar flex darauf kommen wir gleich wieder locker der omar sagt in diesem hat dies selber dass der prophet aktuell krank ist das heißt ich nehme dann an in dieser situation wo er diese äußerung von sich gibt ist ja nicht bei vollem bewusstsein aufgrund der krankheit wie es auch mal selber sagt und wenn der prophet vorher in seinem gesunden zustand sagt folgt mir und meinen gefährten das heißt das ist mein bruder du flüchtig der ganze zeit verlieren weil ich wieder untergehen der prophet sagt er will was schreiben ich glaube er hat keine antwort oder vielleicht muss einfach diese stelle noch mal nachlesen ich habe eine antwort darauf aber alles gut wir können auch gerne weiter du antwortest ja und dein antwort ist ja nicht ausreichend für ihn weißt du deswegen das wird nur so ein kreislauf ja aber nämlich gar nicht ausreden ist wie dann wirklich wenn du mir von anfang mit und verstehen würden würdest dann würdest du verstehen okay guck mal wieder nur schön hier das ist meine meinung also mit respekt zu dir aber ich frage ich stelle dir eine frage und du laberst die inge du besonderes fischst du wieder locker und wieder locker und kann jetzt noch einmal die frage stellen bitte und danach die nach kann an einem antworten und dann machen wir zu bitte oder er zeigt einer er zeigt ein hadith wo der prophet etwas von sich geben möchte und omar hält ihn davon auf er hält ihn davon ab und sagt er ist aktuell krank das heißt wenn wir diesen hadith lesen dann gehen wir davon aus der profet ist in dieser situation wirklich krank und ich sage dir wieder locker als der profet in einem gesunden zustand sagt folgt mir und meinen gefährden das ist kein widerspruch ich werde nur noch das sagen nachher gehirn ist jeder der da drin ist jeder der da drin ist stellt euch vor jesus christus kommt und sagt ich will was schreiben und alle sagen nein 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 lassen wir nicht schreiben aber der profet hat gesagt die will ob ich schreibe womit ihr nicht in die ihren gehen könnt ja und dann kommt davon ein gefährt und sagt nein 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 lassen wir nicht zu dass er schreibt der koran langt uns nein der koran langt nicht weil der prophet sagte er will was schreiben womit du nicht in die ihre gehst und dann kannst du so viel erzählen was du willst wie siehst du du kannst so viel flüchten wie du willst alles klar dass er noch mal auf meine profette will was schreiben und soma sagt nein er ist krank den kopf wie der lobe delirium halluziniert mit der loka ich gehe jetzt intellektuell auf das niedrigste niveau wieder loka du bist krank okay im normalfall funktioniert dein hirn vollkommen okay okay wir schließen das thema weil das führt zu machen bitte das ist das bringt gar nichts wie der loka aber es geht du hättest unbedingt hochkommen erzähl mal ein bisschen beteiligend aber wenn das thema zu ist dann können wir auch über jesus sprechen ich habe eine frage an flex wenn das okay ist bestellt die frage menser menser stell die frage menser menser soll ich die frage stellen ja ja alles klar menser frage an dich und ist auch nicht stimmt wenn du keine antwort hast wie gesagt du kannst sagen ich schaue mir das normal jesus sagt in matthäus 22 31 wenn ihr wollt für die rocke ich schlag das nur gleich auf du liest aus der start der bibel oder liest aus der 2000 oder gottes segen vielleicht bis später gottes segen euch und deine familie würde deswegen wieder locker und next wenn du so lieb ist dann ist die stelle gerne auch laut vor weil hier ist was matthäus 22 31 ok kleinen moment ein moment müsste glaube ich matthäus sein ich war ja ich habe es gleich moment gibt mir eine sekunde bruder ernst also der kürzel mt ist matthäus oder nur zum verständnis wo ich weiß nicht als 22 mt ist matthäus 22 31 bevor wir das überhaupt lesen warte 22 31 ich glaube es gewinnt mit habt ihr denn nicht gelesen ok ich weiß nicht wie es eine frage hier geht es um das gleichnis vom königlichen hochzeits mal 22 vers 31 31 meine frage an dich erst mal und hier geht um das gleichnis vom königlichen hochzeits mal was hast du da verstanden in diesem text oder in in matthäus 22 weil hier geht es um das gleichnis vom königlichen hochzeits mal was hast du ließen was hast du in diesem vers verstanden ich liest erstmal den vers vor mir geht es nicht inhaltlich um um die stelle sondern mir geht es darum was jesus tatsächlich moment 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 ich mach das aber hast du verstanden um was ist dagegen und was ging es denn dort nein bruder weil das ja eben irrelevant ist weil jesus zitiert ja etwas anderes ich beziehe mich gleich auf das was er zitiert nicht auf die stelle da verstehst du da ist jetzt ein zitat jesus zitiert moses nein 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 dina dina nimm es mir nicht böse oder herz aber auf deine frage stellen bitte dieser stelle mal deine frage stellen ja alles klar flex also wie gesagt inhaltlich ist interessiert mich matthäus 0,0 mir geht es darum was jesus da zitiert ja erzähl mal gut der musst du es sagen ja menser kannst du da vorlesen welcher vers vers 31 ok habt ihr denn nicht gelesen von der auferstehung der toten was euch gesagt ist von gott der sprach ich bin der gott abraham und der gott isaac und der gott jakobs gott ist nicht der ein gott der toten sondern der lebendigen wüsstest du jetzt auf die stelle auf welche stelle von moses er sich da bezieht ja ich weiß das ist exodus exodus kapitel 3 2 3 2 mose kapitel 3 vers 6 richtig kann sein ich weiß nicht genau welcher vers aber ja kann sein müsste vers 6 sein weil hier hier heißt es ich bin der gott deines vaters der gott abrahams der gott isaacs und der gott jakobs mose verhüllte sein angesicht denn er fürchtete sich gott anzuschauen so das ist der vers den jesus da zitiert und meine frage ist also dieser vers existiert aber mit keinem wort geht es hier um die auferstehung der toten ja dann hast du die aussage von jesus einfach nicht verstanden möchte das erklären gerne wenn du mir das erklären kannst dann bin ich ja dann würde ich mich darüber freuen bruder ja weil das was jesus da macht ist wirklich also ich ist es wundert mich nicht dass du das nicht verstanden ist weil das verstehen viele nicht das ist wirklich sehr tief und das ist sehr krass von jesus gewesen jesus hat im kontext mit den sadduzern geredet ja dieser die sadduzern waren menschen die haben nicht an die auferstehung der toten geglaubt und jesus ist gerade mit denen er am debattieren ja und dann hat jesus eine stelle zitiert aus 2. mose kapitel 3 und dann hat jesus sein punkt war guck mal wie gott sich vorgestellt hat was hat gott genau gesagt er sagt ich bin der gott abrahams und der gott isaacs und der gott jakobs weiß was jesus damit sagen wollte jesus sein argument ist während diese leute tot dann hätte gott gesagt ich war deren gott aber weil jesus gesagt hat ich bin deren gott bedeutet dass die sie noch am leben verstehst du das deswegen hat jesus direkt danach gesagt er ist nicht ein gott der toten sondern ein gott der lebendigen deswegen hat gott sich so vorgestellt mit ich bin nicht ich war also bezieht sich die stelle also bezieht sich die stelle auf die lebendigkeit gottes nein es bezieht sich darauf die sadduzern glauben nicht dass ein mensch die 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 sadduzern denken wenn ein mensch stirbt dann ist es vorbei er steht nicht mehr auf ok und jesus hat eine stelle zitiert aus 2. mose wie gott sich mose vorgestellt hat und wir wissen ja dass abraham jakob und isaac sind ja gestorben ok aber als gott sich vorgestellt hat hat er nicht gesagt ich war deren gott als sie lebendig waren sondern er gesagt ich bin deren gott ich bin immer noch deren gott und wenn gott sagt ich bin deren gott dann heißt es die sind noch am leben also die existieren noch und damit hat jesus diesen sadduzern widerlegt weil die das weil die sadduzern denken ja wenn du stirbst dann existierst du nicht mehr aber jesus ein punkt ist nee gott hat gesagt er ist immer noch deren gott und das heißt die existieren noch und deswegen hat er gesagt er ist kein gott der toten sondern ein gott der lebendigen das heißt abraham jakob und isaac sind noch lebendig ich verstehe ich verstehe und deswegen dass du dankeschön menser du hast das so gut erklärt ich liebe menser kann man das gar nicht erklären menser du bist ein richtiger löwe man aber meine frage klärt sich immer noch nicht ganz bruder noch einen mini haken easy habt ihr denn nicht gelesen von der auferstehung es geht hier nicht direkt um lebendigkeit also das gott das der gott der vater quasi der gott der toten ist kann ja sein dass erklärt ja nicht die auferstehung verstehst du doch eben schon die menser die diejenigen die da genannt sind die sind ja noch nicht auferstanden aber es geht es geht darum dass die sadduzern die sind ein volk die denken wenn du stirbst dann das war's aber jesus ein argument ist nicht deine seele existierten die frage nach der auferstehung an jenem tag traten die sadduzern okay das ist dieser dass in dieser ok verstehe wenn ich sterbe stehe ich gleichzeitig direkt auch wieder auf also ist die auferstehung verbunden mit dem to also quasi wenn ich der bin steckt wieder auferstanden oder es geht auch wenn ich erst deutlich später es geht darum dass wenn deine seele noch existiert dann heißt es automatisch dass du später auferstehen wirst sonst wird es ja aufhören zu existieren dieser dozer glauben nicht an die auferstehung deswegen denken sie wenn du stirbst ist es vorbei und jesus ein punkt ist abraham jakob und isaac die sind zwar tot aber deren seelen existieren noch was wiederum bedeutet dass die auferstehen werden weil das ist ja der sinn daran dass die seelen noch existieren zum damit die irgendwann auferstehen ich nehme die erklärung an danke dir also hast du genau hast du das gut verstanden oder hast du es nicht verstanden ich hab deine erklärung vollkommen verstanden aber sie hat mich nicht zu also sie hat mich schon zufrieden gestellt mir danke dir auf jeden fall aber nicht zu 100 prozent das gebe ich also ich hoffe das hat ein bisschen nur wenn es ein prozent geholfen hat dann ist okay habe ich das hat mir zu ca 80 prozent geholfen wie gesagt immerhin 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 war die erklärung wie gesagt hat sie wenigstens geholfen aber ja das ist eine ich mag mensern wirklich ich mag ich mag ich mag wirklich ungelogen ich komme viele denken ich habe was gegen muslime ich habe nichts gegen muslime ja es geht hier einfach nur darum dass meiner meinung nach dass die muslime halt auf dem falschen weg sind und dass ich wieder umkehren weißt du genau bei mir zum beispiel ist es sehr sehr schlimm ich bin staatsfeind nummer eins hier obwohl ich jedes mal sage ich habe nichts gegen muslime aber es gibt gewisse sachen ja die sehr sehr kritisch sind die ich halt anspreche und dann sind sie gleich beleidigt aber bei dir zum beispiel ist mir aufgefallen du bist nicht angefressen du schreist nicht du bist normal du bist sehr sehr respektvoll das gefällt mir oder weißt du weißt du wenn ich laut werde ja wenn man mir dazwischen redet und wenn man meine antwort kann wenn man meine antwort gar nicht als verstehen möchte bei manchen habe ich das gefühl ich erklärt was die wollen wir gar nicht zuhören verstehst du die haben so ein punkt mehr die wollen nur ja kommen jetzt das hat sich gerade immer wieder loka hatte ich das gefühl gebe ich zu ich will jetzt nicht nachträglich über ihn reden wenn er draußen ist nur ich sage das was mir auf dem herzen liegt ja alles gut alles gut du bist sehr respektvoll das finde ich sehr gut du bist ja immer willkommen also oder der fabsch hat einfach genau döner verstehst du das ist das ding einfach genau döner ok herzlich korrigiert du hast ja antworten ja wenn ich kann wie gesagt ich bin genau wie du also wenn ich kann wenn ich antworten wenn nicht pass ich vielleicht kann ja der bruder flex oder die anderen antworten aber folgen jesus prophezeit ja dass er drei drei tage und drei nächte im grab liegen wird bis er wieder auferstehen wird ich habe darüber im video gemacht guck einfach auf mein profil aber dem stimmst du erst mal zu ja was hast du sagen was hast du also ich glaube das ist auch im matthäus kapitel 12 wenn ich mich nicht täusche da geht es glaube ich darum dass das jesus prophezeit dass er drei tage und drei nächte dass es so lange dauert bis er auferstehen wird nee das ist nicht das ist genau das was die meisten darunter verstehen aber das war ich was damit gemeint ist deswegen habe ein video darüber gemacht aber ich kann dir das jetzt gerne noch erklären ich bin gleich wieder da oder schauen wir das video später an alles gut dann machst du ja genau also der hat nicht von seiner hat nicht gesagt ich werde drei tage und drei nächte lang begraben sein das hat er nicht gesagt das ist was die meisten verstehen aber das ist nicht was er meinte nur drei tage und drei nächte im herzen der erde viele denken im herzen der erde bedeutet dass er begraben ist aber das stimmt nicht was was meint man was meint denn herz der erde im herzen der erde bedeutet dass gott ihn übergeben wird an die menschen oder er hat sich ja er hat sich mit jona verglichen in dem kontext er meinte ja so wie jona drei tage und drei nächte im herzen im bauch des fisches war so wird der sohn des menschen drei tage drei nächte im herzen der erde sein richtig aber da war ja auch drei tage im bauch im fisch quasi drin im delphin oder richtig und wenn du liest was jona gesagt hat jona meinte als er das gesagt hat er meinte gott hat mich überliefert im herzen des meeres und es war das worauf sich jesus bezogen hat dass gott ihn überliefern wird vielleicht ist aber der unterschied ist ja dass jona im wasser überliefert wurde jesus aber auf diese erde an die menschen und deswegen wenn du guckst als sie kurz bevor jesus von von seinen feinen gefangen genommen wurde hatte gesagt vater die stunde ist gekommen jetzt wird der sohn des menschen überliefert und ab da beginnst du dann diese drei tage und drei nächte zu zählen nicht erst wo er begraben ist sondern ab dem zeitpunkt wo er überliefert wurde wo er durch judas an die soldaten überliefert wurde ab da beginnt man sie drei tage drei nächte zu zählen weil das ist der moment wo gott ihn überliefert hat ja aber dann ist er nicht im herzen der erde die drei tage und drei nächte verstehst du deswegen meine ich ja du hast das wort im herzen der erde falsch interpretiert du denkst im herzen der erde bedeutet begraben zu sein aber das ist nicht im herzen der erde bedeutet dass er überliefert wird an die menschen auf diese erde aber wenn das gleichnis gezogen wird zu im herzen des namen dort sehen die tage dort vorhin gesagt das vergleiche wird gezogen zu drei tage im magen des fichs also das ist ja dann quasi in der erde drin zu sein also dieses gleichnis nicht ich habe dir gesagt ja ich habe dir gesagt du musst lieben was jona selber gesagt hat jesus hat ja jona sich auf jona bezogen richtig so und wenn jona kapitel 2 liest was sagst du ich schaue kurz nach einem moment richtig also dass er hat ja gesagt so wie jona da war da da der hat ja über jemand gesagt denn wie jona matthäus diener er sagt denn wie jona drei tage und drei nächte im bauch des fisches war richtig so ein drei tage und drei nächte im schoß der erde sein sehr gut und wenn du jetzt musst du gucken okay wie weiß bei jona jetzt muss jona kapitel 2 lesen und wenn die jona kapitel 2 liest dann siehst du was jona selber gesagt hat jona hat gesagt dass gott ihn überliefert hat im herzen der meere jesus hat genau das gleiche wort benutzt bloß ehrlich gesagt im herzen der meere sondern im herzen der erde und viele denken im herzen der erde bedeutet begraben zu sein aber seinem punkt war ganz kurz rechte das war wenn ich unterbreche ok erzähl mal hallo ja jetzt der flex hatte ich unterbrochen oder ja was los was erzähl mal gib mir gib mir kurz mal rechte oder ist ein admin hier oder so mensa in du sagst jona kapitel 2 jetzt habe ich aufgemacht der erste vers wirft schon fragen auf der herr aber schickte einen großen fisch der jona verschlang jona war drei tage und drei nächte im bauch des fisches wenn dieses gleichnis jetzt bei jesus gezogen wird mit der erde dann verstehe ich darunter dass er auch drei tage und drei nächte in der erde sein muss diesmal bitte weiter und er betete im bauch des fisches zum herrn weiter zu seinem zum herrn seinem gott in meiner not rief ich zum herrn und er hörte mich aus der tiefe der unterwelt schrie ich um hilfe und du hörst es mein rufen und du hast mich in die tiefe geworfen in das herz der meere dankeschön ab da hast du gesehen was er gesagt hat du hast mich in die tiefe geworfen im herzen der meere und das war das was jesus meinte dass er im herzen der erde ist damit mich umschloss mit kurz ausreden wenn jesus sich auf jona bezieht ok und du liest jona und jona benutzt den gleichen begriff den jesus benutzt hat im herzen der meere im herzen der erde jona sagt gott hat ihn überliefert im herzen der meere das heißt jesus was er damit sagen wollte ist ist dass gott ihn auch überliefern wird im herzen der erde anstatt im herzen der meere verstehst du und diese überlieferung hat stattgefunden als 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 judas die soldaten zu jesus gebracht hat weil wenn du ab da beginnst zu zählen dann sind es genau drei tage und drei nächte das problem ist einfach nur dass die meisten nicht verstehen was das problem ist einfach dass die meisten nicht verstehen was im herzen der erde bedeutet die denken im herzen der erde bedeutet begraben zu sein aber das stimmt nicht das ist das ist eine erklärung ist natürlich aus christlicher sicht musst du es so erklären weil ich sonst widersprüche geben würde ich habe die doch gerade ich habe gerade die menschen eine frage wenn ich habe dir gerade aus dem buch jona ja ich habe dich lesen lassen du hast selber gelesen dass jona klipp und klar gesagt hat er zu gott gesprochen und er hat gesagt du hast mich überliefert im herzen der meere und der jesus hat sich auf jona bezogen und hat er hat den gleichen begriff benutzt bloß hat er nicht mehr gesagt sondern erde gesagt das heißt er bezieht sich nicht darauf dass er irgendwie begraben sein wird drei tage drei nächte sondern dass er überliefert sein wird von gott und wenn du guckst wie lange jesus überliefert worden war an seinen feinden dann waren es genau drei tage drei nächte jesus wurde an die soldaten überliefert die haben ihn ausgepeitscht ja das war alles genau die zeit wo er überliefert wurde also du kannst du kannst du nicht denken dass die wenn seine seine leidenszeit sich nur auf oder sagt das zeichen jesus nur auf seine seine begräbnis bezieht sondern das zeichen jesus bezieht sich auf seine kreuzigung als auch auf seine leiden als auch auf seine überlieferung du musst alles mit zählen du kannst einfach nur sein sein begräbnis mit zählen verstehst und wenn du guckst wann wurde jesus überliefert er wurde am donnerstag abend überliefert wann ist aufwärts dann am sonntagmorgen wie viele wie viele tage sind es sind genau drei tage drei nächte wurde also das was ich lese matthäus 12 40 hier ist kein gleichnis mit wie du sagst im herzen des meeres und im herzen der erde sondern hier wird gesagt die wird das gleichnis gemacht mit folgender tatsache denn wie jona drei tage und drei nächte im bauch des fisches war und wenn wir jetzt wie du gesagt dass johann diesmal weiter diesmal weiter also erstmal den ersten teil das gleichnis habe ich jetzt gerade eben gelesen denn wie jona drei tage und drei nächte im bauch des fisches war so wird der menschensohn drei tage und drei nächte im schuss der erde sein das heißt das buch jona kapitel 2 aufmachen dann ist der erste vers schon der herr aber schickte jona einen großen fisch der jona verschlang und hier ist auch die tatsache dass jona wirklich drei tage und drei nächte im bauch des fisches war und ich verstehe dass du das du musst ja darum herum erklären weil wenn du das nicht machen würdest dann gäbe es einen widerspruch und ich behaupte dass du mit einer erklärung eventuell eine mögliche eine mögliche erklärung lieferst aber nicht die nahe die möglichst naheliegendste die naheliegendste ist dass er drei tage und drei nächte im herzen der erde quasi also in der erde drin sein muss okay bist fertig ja klar oder gerne weil jetzt kannst du anfangen doch erstens wie gesagt wenn du liest was jesus gesagt hat er meinte so wie jona drei tage drei nächte im bauch des fisches war so wird der sohn des menschen drei tage drei nächte im herzen der erde sein so jetzt hast du jona gelesen jona keiner hat verleugnet dass jona drei tage drei nächte im bauch des fisches war du liest jona und jona erklärt wie er dahin gekommen ist ja und er spricht zu gott ich glaube im versieben das hast du selber vorgelesen er meinte zu gott du hast mich überliefert im herzen der meere und gleichzeitig war er aber auch im bauch des fisches er hat gesagt gott hat ihn überliefert und jesus hat bewusst den gleichen begriff benutzt wie ist jona im bauch des fisches gelangt gott hat ihn überliefert wie es jesus gekreuzigt worden gott hat ihn überliefert und es war genau diese vergleich die jesus geben wollte indem er zu den jonen gesagt hat ich werde euch ein zeichen geben das zeichen von jesus bezieht sich doch nicht nur auf sein begräbnis sondern das zeichen von jesus bezieht sich sowohl auf sein begräbnis als auch auf die kreuzigung als auch auf sein gesamtes leiden dankeschön die ganzen anderen sachen einfach ignorieren du kannst die kreuzigung ignorieren verstehst du das heißt wenn jesus überliefert wird und wenn er sogar selber sagt jetzt ist die stunde gekommen er hat mehrmals gesagt jetzt ist die stunde gekommen jetzt wird der sohn des menschen überliefert dann fängst du an ab da zu zählen nicht erst wo er begraben wurde verstehst und das ist der fehler den die meisten leute machen die gucken nur wo er begraben wurde und sagen guck er wurde begraben erst am freitag und deswegen waren es keine drei tage drei nächte das problem ist einfach nur ihr habt die stelle falsch verstanden weil ihr denkt im herz bedeutet dass er drei tage drei nächte begraben sein wird aber das ist nicht so sondern jesus hat sich auf jona bezogen er wusste ganz genau was im jona steht und wir müssen einfach nur die begriffe vergleichen und dann siehst du so wie jona im bauch des fisches war jona wurde überliefert genauso wurde auch jesus überliefert und es waren drei tage drei nächte lang darf ich die noch kurz was sagen ja klar aber wie gesagt menschen deine erklärung wäre vollkommen sinnvoll also vollkommen verständlich für mich persönlich wenn das wenn das vergleich wenn das gleich ist was jesus hier machen würde sich auch auf diese stelle von jona beziehen würde weil was jesus gleich ist hier ist ganz klar wie jona drei tage und drei nächte im bauch ist nicht wann es ihm offenbart wurden ist die radina wo steht im ganzen bibel noch etwas über jona wenn man das wenn man jona natürlich die kapitel ist richtig und wenn jesus wenn jesus über jona spricht wo muss gucken also erst mal ich sehe ich sehe das gleichnis von jesus und er nimmt das gleichnis nicht das gleichnis was ihm offenbart worden ist sondern er nimmt das gleichnis dass jona drei tage und drei nächte im bauch des fisches ist richtig und wenn du verstehen willst du musst doch wissen okay wie ist du musst du wissen erst mal wer jona überhaupt ist verstehst weil die pharisäer wussten ja wer jona ist die wussten was mit jona passiert ist deswegen wenn du verstehen willst was jesus sagt was muss machen du musst gucken okay was ist mit jona passiert und das erklärt dir dann das was jesus gemeint hat aber wenn du einfach jona ignoriert und sagt er zwar über jona geredet aber man sollte es nicht vergleichen bruder dann klar dann hast du einen widerspruch menschen dann eine frage an dich du sagst jona wurde ist offenbart als er im bauch des fisches schon war oder was er wurde was du sagst ja als er im herzen des meeres war also da ist er schon im fisch wo es ihm offenbart wird oder wie wo was ihm offenbart wird wir haben ja bis versieben gelesen und da hieß genau dass er im bauch ist also das wort steht jetzt noch mal kurz mit einem moment nicht das verspricht sein ein moment hier das lieben war das du sagtest das wasser reichte die kehle entweder für sechs für sieben oder also einfach nur hast mich in die tiefe geworfen in das herz der meere mich auch genau und wogen schlugen über mir zusammen richtig und jetzt frage ich dich wer hat jona überliefert also wo genau ist das mit der überlieferung was du sagst das verstehe ich noch mal was du gerade gelesen muss du hast mich in die tiefe geworfen genau zu wenig mit jona gerade natürlich zu gotten richtig so wer hat jesus geopfert ja gott auch richtig und das war der vergleich jona wurde von gott überliefert drei tage drei nächte im bauch des fisches genauso wurde der sohn des menschen ganz kurz bitte genauso wurde der sohn des menschen ebenfalls von gott ausgeliefert und wenn du das zielst dann waren es genau drei tage drei nächte ja meine frage ist wenn man jetzt ab dem moment zählt wo ist diesen jona überliefert wird sind es dann auch im magen des fisches drei tage drei nächte wenn man da anfängt zu zählen weil es wird ja nicht überliefert genau wo er anfängt im magen zu sein also entweder es wird ihm überliefert und dann geschieht ist mit einer zeitlichen abfolge also etwas später oder aber er ist schon im magen und dann wird es ihm über die fahrt was natürlich es wird ihm quasi dargelegt dass er dass er das gott ihnen in die tiefe des meeres schmeißen wird ich bin überzeugter muslim wirklich sehr ich bin krass überzeugter muslim wirklich sehr ja semen kauf um meinen kopf gotteswegen und frieden euch ein ein gottes segen gottes segen gottes segen so die man genau ich ich war noch mal an also jona jona war auf dem schiff um gott selber hat dafür gesorgt dass es das ist ich weiß nicht gewitter oder was auch immer gab und somit musste jona ins wasser geschmissen werden ok wurde ins wasser geschmissen und damit die anderen überleben genauso wurde jesus geopfert damit die anderen überleben so jona war im wasser und natürlich wissen wir alle es gibt keinen mensch der tagelang unter wasser überlebt also kann man davon ausgehen dass jona am gleichen tag von diesem fisch gefangen worden ist und am gleichen tag von seiner über überlieferung von dem fisch gefangen wurde offensichtlich weil er sonst tot wäre ja und er sagt ich war drei tage drei nächte da drin dann braucht man nicht zu philosophieren dann weiß man okay jona wurde drei tage drei nächte lang überliefert was ist daran nicht so schwer zu verstehen oder jetzt habe ich es erwischt hat oder gut dass du es erklärt hast also es wird ihm an ein und demselben tag offen gelegt dass er in das wasser reingeschmissen wird und an einem und demselben tag wird er auch vom fisch gefangen richtig und das ist das entnimmst du der bibel aber ich verstehe das will ich ja wissen wo entnimmst du das der bibel es steht doch da er wurde doch aus dem aus dem aus dem schiff runter geschmissen ja ja aber das kann ja es kann es nicht theoretisch sein dass ihnen das offen gelegt wird dass er in das wasser geschmissen wird es aber am nächsten tag geschieht beispielsweise okay das heißt du glaubst du glaubst er hat er hat einen tag lang unter wasser überlebt unter wasser überlebt genauso wie es bei jesus ja offenbart wurde und es danach aber zwei tage gedauert hat bis er am kreuz war also du glaubst dass jona wahrscheinlich drei dinge ein tag lang unter wasser überlebt hat ja du verstehst den punkt worauf ich hinaus will ich meine jesus jona ist hier auf einem schiff ja ihm wird es dann offenbar dass er ins wasser geschmissen wird ne ihm wurde das ist offenbar er wurde einfach ins wasser geschmissen er wurde einfach ins wasser geschmissen richtig das heißt es beginnt es beginnt in der sekunde wo dieses wort quasi auf ihn herab fällt in der sekunde ist er schon im wasser ich weiß was du mit wort das was mit wort war das wird wort ist auf ihn gefallen du sagst du sagst ja wie hast du es gerade eben genannt was was kommt von von gott auf den auf den sohn und auf jona na guck mal guck mal guck mal du sagst ja jona und du ziehst jona und jesus gleich und sagst man muss ab dem zeitpunkt an zählen wo es den beiden offenbart wird quasi wo jesus jetzt sagt die stunde ist jetzt und wo bei jona gesagt wird du wirst ins wasser geschmissen nein eben nicht das mein ich ja was ich glaube du hast falsch verstanden du hast das wort überliefern falsch verstanden mit überliefern meine ich nicht dass er ein wort empfangen hat sondern mit überliefern meinte ich dass gott ihn hingegeben hat also gott hat jona ins wasser geschmissen und genau so hat gott jesus überliefert entspricht die gott hat jesus geopfert so ja aber wieso zählen wir bei jesus nicht ab dem moment wo er auch tatsächlich geopfert wurde sondern ab dem moment wo es ihm gesagt wird verstehst du und bei jona zu ab dem moment wo er tatsächlich geopfert wurde naja das meine ich ja jona wurde ich zähle ja bei jona ab dem zeitpunkt wo er überliefert wurde sprich wo er abgegeben wurde genauso zähle ich bei jesus auch ab dem zeitpunkt wo er abgegeben wurde genau das mache ich aber du machst es ja nicht ich habe jedoch gesagt dass jesus genau am donnerstagabend abgegeben wurde donnerstagabend wurde jesus gefangen das heißt die kreuzigung ist tatsächlich gar nicht mal so relevant weil theoretisch war ist die jesus schon am donnerstag für diese mal gestorben nein habe ich nicht gesagt ich meine aber so wie es da steht ist es ja tatsächlich so nie ich meine das zeichen von jona bezieht sich nicht auf sein begräbnis das ist ja das was nur die ganze zeit sagt ich habe die ganze zeit gesagt das zeichen von jona was jesus meinte bezieht sich sowohl auf sein begräbnis als auch auf die kreuzigung als auch auf seine leidenszeit also du musst alles zusammenfassen nicht nur seine kreuzigung oder nicht nur seine sein begräbnis sondern die gesamte dauer wo er überliefert wurde er wurde ja gefangen er hat ja klipp und klar gesagt der sohn des menschen wird überliefert an die bösen menschen und die werden entschlagen die werden mit dem machen was die wollen dann werden sie ihn töten und am drittstag wird auf verstehen und das ist die zeitspanne nicht nur sein begräbnis ja wir haben dich also ich habe nur eine frage ich habe nur eine frage ich habe es verstanden wenn so danke dir ich habe nur eine frage man wurde denn jesus gekreuzigt also an welchem tag der gute frage nächste frage weiß ich nicht ich halte mich jetzt erst mal wieder raus also ihr könnt freie runde machen einfach stellt mich aus jena fragt gott wer die wahrheit ist ja wurde wo die wenn ich jetzt frage das hatten wir nicht gestern mit menser tatsächlich ich antworte auf eine nachricht im chat wenn wir sagen gott zeigt zeigt mich die oder so dann kann ja auch der satan dir etwas quasi zeigen und dann hat es also die erscheinung dass die wahrheit ist deswegen ist es ist eine gute frage tatsächlich weißt du was machen muss wenn die wo die und auch jesus ist kein wisst ihr was ihr machen müsst weil darauf sind menser und ich gestern oder ich bin zumindest zu der erkenntnis gekommen man muss alles emotionale beiseite lassen und das nehmen was von gott da ist wenn wir von wenn wir aus christlicher sich die bibel da haben da start die bibel ganz objektiv auf ganz rational auf und dann sagt den koran auf ganz objektiv ganz rational gehe an beide werke ran und entscheid dann was die wahrheit ist gehen nicht auf emotionale ebene und sagt ja bitte mal einfach zu dem allmächtigen gott und versucht dann oder versucht dann so die wahrheit zu finden nein schalt deine scheitern oder scheitern verstanden schon mal diener wenn du sagst rational die rationalität hört auf ab dem zeitpunkt in dem du diese beiden bücher als ein werk siehst weil du kannst nicht objektiv an den koran gehen weil du musst davon ausgehen dass die torah und das evangelium spricht die bibel ihr vom selben schöpfer sind so also müsstest du theoretisch nach deinem gedanken eigentlich genau das tun und zwar den schöpfer selbst fragen was nun das absolute ist weil der absolut anspruch ist denn jesus jesus hat ein absolut anspruch er sagt ich bin der weg die weit und das leben ich alleine nicht links nicht rechts nicht später nicht vorher ich alleine und wenn du dann im koran schaust musst du daran glauben dass mohammed mit dem letzten vollkommen mit den links und darum natürlich so gut es geht die emotionalität zurückhalten ja gar keine frage aber zu fragen herr geoffenbare du mich also geoffenbare dich mir ja ist ein ist ein muss ist ein muss das kannst du nur indem du am ende des tages wirklich schriften kennst und dann auf diesen schriften heraus die emotionalität weil gott ist emotion gott ist liebe gott ist etwas was du spürst und das kann dir eben nur gott geben dann diese letztendliche antwort also musst du schon fragen alles gab oder darf ich jetzt ja klar schau mal das ist ja genau das was ich gesagt habe dieses emotionale musst du wenn du auf der suche nach der wahrheit bist rauslassen weil wenn ich dir jetzt beispielsweise erzähle dass ich beide werke durchgelesen habe und dann noch ein bid gebet gesprochen habe und gesagt habe gott offenbar dich mir und ich kriege jetzt ein anzeichen dafür dass der islam die wahrheit ist und kriegst ein anzeichen dafür dass das christentum die wahrheit ist dann wirst du mir vorwerfen der satan zeigt dir das so und so und ich werde dir vorwerfen der satan zeigt dir das so und so verstehst du und du sagst selber denken du kannst ja den koran und die bibel nicht objektiv lesen doch kannst du weil der koran sagt selber wenn du dir und wenn du dir wenn du dir nicht sicher bist über dein glauben dann schau eben in die alten werke also gott sagt ja sogar schau in die alten werke und dann wirst du ja noch überzeugter und das ist ja bei mir der fall oder je mehr ich über das lesen und je mehr ich mich darüber beschäftige natürlich viele sachen werden aufgeklärt aber das eine theologische grundprinzip die trinität das wird mir nicht aufgeklärt also das ist das womit ich ein problem habe also dein problem ist dein problem ist quasi dass du die trinität in der bibel nicht findest mein problem ist mein problem ist wenn wir das so fassen erstens glaube ich nicht daran dass die bibel so erhalten geblieben ist wie sie zurzeit von jesus war das ist mein erster punkt zweitens weil zweitens lass mich kurz meine erste annahme also natürlich der grund wieso ich diese annahme überhaupt treffe ist der koran aber die erste annahme ich gebe das hier offen zu die erste annahme ist allein durch den koran weil ich würde ja von von nichts würde ich ja nicht darauf kommen zu sagen die bibel ist gefälscht aber wenn man dann ja eben noch recherchen und et cetera an anfängt zu über dieses thema dann kann man diese erste annahme entweder bestätigen oder falls sie also entweder falsifizieren egal du weißt ja manchmal entweder bestätigen oder widerlegen dina 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 gibt es eine suche im koran ja ich meine da gibt es ja suchen die explizit über christen und juden reden und so weiter und so fort gibt es eine einzige suche im koran die explizit sagt dass die bibel verfälscht wurde dass der torah oder das evangelium verfälscht wurde ein ganzes kapitel darüber ein ein eiert ja dann habe ich jetzt nicht parat aber den kann ich raussuchen natürlich wurde wurde warte mal wenn ich das richtig verstehe entschuldigung wenn ich jetzt unterbreche du willst jetzt sagen in der im koran gibt es ein vers wo es sagt dass die bibel verfälscht worden ist richtig oder falsch richtig die alten schriften ja ja richtig okay dann kannst du mir bitte sagen welche suche oder irgendwas kannst du mir das bitte vor kannst du mir sagen flex wenn du zuhörst ich genau das ist gerade das thema und ich habe gesagt ich habe den nicht parat aber ich würde den natürlich raussuchen gar kein thema also okay dann suche ihn mir raus und gebe mir dann auf jeden fall dina lass mich dir helfen dina ist mich helfen ich kenne mich ein bisschen an und der mensa ist ja auch nicht irgendwie gar ganz blöde bewusst diese frage gestellt weil es nirgends versteht okay der koran gibt oder damals so dass das die du kannst suchen wie du kannst gerne suchen kannst auch gleich wieder reinkommen alles gut was was mich viel interessanter finde ist was ich viel interessanter finde ist du hast den zweiten punkt gesagt du hast gesagt unabhängig vom koran es ist viel interessanter du es gesagt textkritik oder halt außer dem koran gibt es hat noch indizien es tut mir leid wenn ich unterbreche ganz kurz leute es tut mir mega leid wenn ich unterbreche diener das herabgesandte buch thora und die anderen müssen akzeptiert werden und es wurde darin nichts verfälscht so jetzt sagst du aber der koran sagt dass das verfälscht ist das heißt also es gibt ein ein widerspruch wie bitte flex ich hatte gerade nicht so weit den fernstuhren also ich habe gar keinen zu euch den fernstuhren egal egal alles gut vergiss es alles gut redet weiter alles gut glaubst du glaubst dina glaubst du könnt ihr kurz weiter fortführen ich bin gleich für dich da ja ich suche gerade den vers raus dass ich gucke ich ich schreibe mal die community selbst also kummer leute alle die uns hier gerade zuhören wenn ihr an cäsar glaubt wenn ihr an ging es kann wenn ihr an den an kleopatra und wie sie alle in der geschichte heißen alexander der großen und sowas ja und xerxes und wie heißt andere mathematik also alle menschen in antike alle menschen in antike haben nicht ansatzweise in zahlen ausgedrückt her verzeihe wenn ich jetzt falsch aufrunde aber ungefähr zum beispiel caesar hat knapp 800 werke die auf ihn zugeschrieben werden knapp 800 ja also eine sehr 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 große anzahl von menschen die caesar beschrieben haben und caesar sich selbst in tagenbüchen etc so 800 jetzt schätzt mal circa schreibt man eine zahl rein wie viel belege ist für die existenz von jesus christus und seine kreuzung gab schreibt einfach mal rein schreibt mal rein also wenn caesar 800 hatte knapp übertreibt nicht 999 millionen bleib ernst bleib ernst ich denke du willst darauf hinaus dass es für jesus mehr beweise gibt als für jeden anderen historischen richtig richtig das ist jetzt kannst du mal kurz das evangelium teilen weil wir haben wirklich lange nicht über das evangelium geredet sehr gerne sehr gerne solange so lange die nach alas sehr sehr gerne sehr sehr gerne und zwar genau das sind ungefähr bis zu 6000 also 5000 aufwärts belegen und es ist einfach eine wundervolle wundervolle möglichkeit die uns der herr gegeben hat hier und und zwar die zu menschen zu erreichen die eben jesus vielleicht noch nicht kennen und möge der herr mir dabei helfen euch ihn jetzt mehr zu erklären und zwar liebe menschen da draußen wir sind leider sünder ja wir sind sündhaft vor gott ist eine sünde schlechte gedanken haben lügen zu erzählen zu klauen zu stehlen zu beleidigen zu fluchen kroll im herzen zu haben von diesen sachen sind wir alle nicht frei wir sind also alle sünder das ist erstmal von grund auf de facto so und keiner kann es widerlegen und keiner wird so widersprechen in dem ausmaße hat eben gott in seiner herrlichkeit in seiner allmacht und aller in seiner heiligkeit kann er mit dieser sünde nicht sein ja die natur gottes beinhaltet dass er nicht mit sünde sein kann es ist so als ob du sagen würdest warum kann man das nicht ihr dann fragt dich mal warum ein elefant kein fleisch essen kann das heißt in die natur gottes kann einfach nicht mit der sünde sein so wie gott nicht lügen kann gott kann auch nicht lügen gott kann auch nicht ungerecht sein und da kommt wird zum punkt diese gerechtigkeit gott ist gerecht und heilig und aus diesen zwei naturen heraus muss er gericht walten lassen weil die welt in sünde gefallen ist und gegen ihn rebelliert schon immer und immer und immer und immer da gott jetzt diese gerechtigkeit nicht aussetzen kann da seine heiligkeit nicht aussetzen kann da muss ja irgendetwas geben jetzt wurde wenn er barmherzig ist irgendwie uns erreichen kann und da kommt die große liebe jesus beziehungsweise gottes ins spiel gott weiß lieber mensch du bist getrennt von mir ich muss gericht walten lassen und du kannst nicht zu mir du bist also geistig tot du bist geistig tot und wir haben keine verknüpfung diesen nicht connected dort jesus ein masterplan entwickelt jesus in der herrlichkeit bei gott selbst hat sich geoffenbart in einem menschen hat das getan was du nicht tun kannst und zwar ein sündloses leben geführt hat alles erfüllt was wir nicht können weil wir das nicht können musste jemand dafür zahlen und das hat jesus getan warum hat er es getan wie wir herausgefunden haben die natur gottes erlaubt es uns nicht ins himmelreich zu kommen es geht nicht es geht einfach nicht also hat jesus gesagt weißt du was ich zahle für dich mein lieber ich gehe ans kreuz und zahle für dich die schuld die du nicht ok ich glaube er hat einen anrufen kommen deswegen mache ich weiter für ihn jesus hat den preis für dich bezahlt er ist für dich ans kreuz gegangen wurde gekreuzigt getötet er war tot und ist am dritten tag wieder auferstanden am kreuz hat er für dich bezahlt für deine sünden und seine auferstehung soll dir sicherheit geben dass auch du später auferstehen wirst wenn du an jesus christus glaubst ok wenn du jesus christus ablehnst dann musst du selber für deine sünden bezahlen du musst in die hölle gehen weil du kannst ja nicht für deine sünden bezahlen du kannst entweder so machen ja wie die muslime machen und sagen hey ich meine taten werden irgendwie für mich schon sprechen ja oder du kannst sagen nee gott komme ich sie haben ich erkenne dass ich einen sünder bin ich brauche deine gnade und nimmst jesus an und dann wird dir die gerechtigkeit jesus zugesprochen und all den ungerechtigkeit wird auf jesus zugesprochen weil er schon dafür bezahlt hat aber dann musst du selber halt für deine sünden bezahlen und das ist aber ich habe anruf bekommen darf ich in dem diener helfen weil ich hab mir fährst hier vor mir hatte und ja klar und wird wird wartet 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 es muss es muss verstanden werden oder danke dass du es weiter geführt hast danke aber genau das ist es wir sind dort in der lage jetzt heute die entscheidung zu fällen will ich mit meinen sünden die ich habe vor diesem gerechten gott stehen mit einem anwalt der für sich gezahlt hat also jesus oder willst du dich für gerecht genug halten und sagen nein ich kriege das schon hin ich schaffe das schon wisse eins die gerechtigkeit gottes wird nicht weiten die wird nicht für dich anders sein als wie für mich das ist wahre gerechtigkeit leute barmherzigkeit bedeutet nicht ich nehme dich auf steck dich in knass rein und irgendwann setze ich dich aus das ist nicht barmherzig barmherzig ist wenn jemand sein eigenes leben für dich investiert hat jesus hat sein leben nicht verschont für dein leben er hat nichts getan was irgendetwas an sünde getan werden kann oder gemacht worden ist besser gesagt und dieses zeugnis dieses zeugnis jemand hat das leben für seine freunde gegeben und zwar unser herr jesus christus durch liebe hinaus weil die gerechtigkeit uns verklagt hat okay die gerechtigkeit sagt du musst in die hölle jesus sagt ich möchte dich retten vor der hölle indem du an mein werk glaubt in dem daran glaubt dass ich für dich gezahlt habe und jede sünde kann nur durch blut opfer gesühlt werden darum hat doch jesus geblutet am kreuz für dich ist am dritten tag auferstanden und für diesen glauben den du im herzen hast und mit dem mund bekennst so ist der herr treuung gerecht und vergibt die all deine schuld und du wirst in eine neue schöpfung geboren und in dieser neuen schöpfung wirst du den guten hirten jesus christus hören und im nachfolgen in diesem namen armen schoffe um euch ein wenig mitzugeben dass ihr wisst ja ungefähr und danke bruder mensch die möglichkeit hatte eben auch werkzeug zu sein hier wieder danke euch alle wirklich danke mit den herren dann mit den herren und deswegen halleluja arme genau der chat nimmt diese nachricht menschen verstehen oft nicht ich habe oft gehört ja gott ist doch barmherzig warum die natur gottes erlaubt nicht mit sünde zu sein das ist konsequenz das ist wahrhaftige wahrheit das ist bereit wenn du konsequent bist dann hast du entweder oder und darum ich bitte euch nimmt den herren als anwalt und nicht als richter auf ja das ist es als anwalt und nicht als richter und wer ist größer als der der sein leben gibt für seine freunde keiner würde sein leben geben für keinen von uns keiner kein einziger vielleicht für deine familie ja das wird man vielleicht noch verstehen aber würdest du dich selbst hergeben für fremde sehr schön sehr schön bruder gott segne dich für die worte das ist die wahrheit des evangeliums das ist das evangelium die frohe burschaft das bedeutet das wort evangelium bedeutet frohe burschaft und das war diese frohe burschaft dass wir durch gottes gnade ewiges leben erlangen können und entweder könnt ihr das annehmen oder ihr könnt das annehmen ablehnen wenn wir hier sind und mit muslimen reden oder mit athlisten reden ja dann ist es keine unterhaltung das ist keine entertainment wir wollen euch nicht entertainen es geht darum dass auch die leute mit denen wir sprechen dass auch sie diese wahrheit erkennen und das annehmen darum geht es hier weil wir menschen lassen oder weil wir menschen provozieren wollen sondern weil wir diese dieses wort an die menschen weiterbringen wollen weil der herr meinte geht in die welt hinaus und proklamiert das evangelium ja und das mit deswegen sind wir hier oder ein letzter wichtiger satz noch genau das was so schön gesagt dass es geht hier um leben und tod nimmt es ernst das ist nicht einfach wir haben um 22 und nichts anderes zu tun ja oder oder wie wir generieren hier was weiß ich geld fein was auch immer es geht hier genau um den auftrag gottes der sah geht hinaus und macht zu jüngern okay es geht hier um leben und tod jeder der hier oben ist christus hat ja hat diesen wunderbaren gott erlebt kennt diesen wunderbaren gott hört seine stimme jetzt nicht auf charismat schadenweise versteht mich nicht falsch aber wir hören sein rufen wir wissen dass wir nicht alleine sind okay und darum fragt ihn am besten selber deswegen kann ich diener nicht mitgehen ja es ist natürlich nicht auf emotionale ebene dass man sagt sogar nun dass man besser kumpel und der red dient hat mir so was das das ist vorsichtig zu genießen aber wenn du den herren kennst wenn du dein gott kennst dann folgst du ihm richtig beten fünfmal aus pflicht wir beten freiwillig zum herren weil wir wissen er hört uns zu und das auch wieder ein großer unterschied immer wir machen es aus liebe ihr macht es aus pflicht wir machen es aus wollen und das ist der große unterschied weil die unseren herren lieben und keine angst in machen denn im ersten johannesbrief sagt auch die liebe ist ohne furcht die liebe ist ohne furcht ihr haft fürchtet euren gott oder wir fürchten ihn nicht wir haben keine angst vor ihm also unterstellt uns dass wir unsere religionen irgendwie verteidigen müssen oder so nein das macht man nicht ich bin die noch etwas schönes sagen ich bin kann du sagst du sagst du sagst ihr macht das mit herz und wir machen das weil wir das machen müssen aber doch bitte auf mit so was ich war das auch mit herz zu 80 90 definitiv natürlich die noch ja ich würde einfach nur empfehlen kein mensch zwingt dich irgendwas zu machen was du nicht möchtest aber ich empfehle dir einfach nur such einfach bitte nach der wahrheit ist es egal was aber so bitte nach der wahrheit und fragt den herren oder fragt gott oder fragt wie gesagt allah oder gott dass er dir die wahrheit offenbaren soll überzeugt dass gott dir die wahrheit zeigen wird flex oder du bist nicht verpflichtet mir zu glauben aber vertrauen wir das habe ich schon gemacht hast du selbst gefragt hast du jesus angerufen jesus nicht gott jesus oder dieses dieses ist kind der der flex sagt bitte den gott also bitte eine 1 und 6 weil wenn du mein bruder zu regieren sagt oder dieses 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 jesus direkt wenn du dann schließlich alle anderen gottheiten automatisch ausbieten oder hört doch zu dieses wenn ich aber wirklich auf der suche nach der wahrheit bin dann nehme ich nicht nur ein glauben sondern lasse diesen glauben offen für alle religion für und dieses ist wenn ich wenn ich dir mit von meiner persönlichen sicht erzähle dann ist dann heiße ich nicht umsonst diener allahs aber wenn ich nicht umsonst an diese religion oder sind aber deswegen sage ich auch auf persönlicher ebene macht es keinen sinn ganz kurz ganz kurz also das ist ein gutes thema wir können da gerne bleiben bevor wir dahingehen lass uns mal diese das mit koran und bibel als brücke nehmen also hast du die stellen gefunden oder nicht ja ich habe jetzt drei stellen gefunden habe mir zu allen drei stellen den tefzil durchgelesen und nur bei einer stelle bin ich fündig geworden das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu bei den anderen beiden hat sich das auf etwas anderes bezogen aber hierbei ganz sicher nicht okay woran wir schon suchen 44 46 was steht da wenn ihr wollt die sich vor und hat den jungen hatte wartet bitte ja klar hatte ich auf dich flex kannst du einfach zuhören ich das ganz langsam und deutlich ich möchte selber mitlesen deswegen so selber fragen 446 wie gesagt wenn du alle anderen religionen ausschließt dann bist du nicht auf der suche nach der wahrheit dann bist du auf der suche nach jesus ja das ist ja nicht der sinn und zweck nach der wahrheit zu suchen wurde das heißt dieses bei dir merke ich schon du bist voreingenommen das heißt bei dir sehe ich gar kein was das ding ist bei dir sehe ich kein potenzial dass du mal alles weglässt weiß was du guck mal ich kann aus der erfahrung sprechen weil ich aus dem islamischen komme dass der punkt ist doch der ab dem zeitpunkt ab dem ich in jesu namen gott angerufen habe ja du rufst ja gott an durch den herrn ist mir der herr offenbar worden deswegen sage ich du musst ihn selbst fragen ob dieses und ich habe immer noch die ansicht dass selbst wenn ich das christentum nicht annehme dass jesus auch für meine auch für diese sünde gestorben ist wenn wir davon ausgehen jesus ist für die sünden aller gestorben was das dogma ist was oft verbreitet wird natürlich nur für diejenigen die an ihn glauben aber dass ich ja eben nicht an ihn glaube ist auch stellt auch eine sünde da und wenn er wirklich für die sünden von allen gestorben ist und wenn er der allliebende ist dann ist auch an die moderatoren bitte sperrt mal diesen didi ja ich glaube ja nicht daran aber eben ja dieser umgabe ist ja eben auch hier leute leute machen wir wieder von thema abgekommen lass mal bitte jetzt das klären schnell bitte dann können wir weiter reden also suche 4 was suche 4 vers 46 46 bruder und liebe man dies war vor alles klar unter denjenigen die dem judentum angehören verdrehen manche den sinn der worte und sagen wir hören doch wir widersetzen uns und höre als ob du nicht hört ist das wird jetzt nicht übersetzt wobei sie mit ihren zungen verdrehen und die religionen schmähen wenn sie gesagt hätten wir hören und gehorchen und höre und unsere das wird wieder nicht übersetzt wäre es wahrlich besser und richtiger für sie aber allah hat sie für ihren unglauben verflucht darum glauben sie nur wenig ein moment das ist nicht der fest den ich gesucht habe wieso wird das hier anders zitiert das ist aber auf die juden bezogen nein die haben die worte mit ihren zungen verdreht da steht nichts kommen dass da steht nichts mit dem tor oder mit dem evangelium deswegen meinte ich vorhin explizit und hier hier der meint die juden der meint direkt die juden und nicht die torah oder so ja da steht nichts dass die bibel verfälscht ist das ist einfach fast ein anderes moment 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 okay bin ich mal gespannt also hier steht nichts mit torah hier ist explizit hier geht es nur um die juden das lese ich hier raus und so verstehe ich das richtig und wenn die 444 hast du nicht jene gesehen denen ein teil der schrift gegeben wurde sie ich habe etwas gelesen gehabt ich finde das kann man einen vers wo es heißt die torah oder deko dass die familie wurde verfälscht gibt es nicht es gibt aber verse es gibt aber verse dass daraus interpretiert wurde es gibt aber verse wo es wirklich wortwörtlich heißt der koran bestätigt was zwischen ihren händen ist oder ich würde auch gleich was dazu sagen oder es gibt verse oder mehrere wo es heißt der koran bestätigt und was bereits vorliegt richtig 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 dem widerspreche ich ja gar nicht zum beispiel noch dazu noch dazu wir haben fünf säulen des islams und sechs säulen des imams und eine der säulen des imams ist dass wir an andere glauben nein darum geht es nicht dort stehen wir glauben wir glauben an das in gil wir glauben an die traur geht es nicht dort steht die ganze leute 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 bitte bitte kummer dina dina ja wie kannst du an etwas glauben was deiner meinung nach verfälscht wurde das erklärt ja gerne wir glauben daran dass das in gil und das ich weiß gar nicht heißt es der die oder das zu sagen wir glauben an das evangelium und an die die tor in ihrer ursprungsform nicht aber nicht wie kannst du an etwas glauben was verfälscht wurde dass diese offenbart wurden da steht ja nicht da steht ja auch glauben wie kann man etwas glauben was nicht vorhanden ist richtig genau so kannst du mich jetzt auch fragen wie kannst du an gott glauben den du noch nie gesehen hast ja aber es geht doch hauptsächlich um die torah die wurde herabgesandt aber es ist ja verfälscht also wie kannst du an etwas glauben was ja verfälscht ist ja wo du verstehst das war so meine gegenfrage zieht auf dasselbe hinaus genauso kann ich dich fragen wie kommt mir glaubst du an gott den du noch nie mit eigenen augen gesehen wenn ich jetzt die chance bekomme noch mal diener im koran im koran fordert an die bibel zu glauben nun die frage ist oder er sagt mehrmals befolgt an das evangelium befolgt das evangelium oder glaube daran oder richtet an damit die frage ist wie sollen sie das tun wenn es deiner meinung nach nicht mehr existiert richtig das wollte ich auch schon fragen aber genau wie soll sie es tun wenn es eh nicht existiert ja wie er selber schon sagt der glaube an die torah ist pflicht nein guck mal dort und gehen kann es doch warte mal abu tanga warte es ist sehr gut dass er diese frage stellt wie kannst du besser weg nee du bist da okay aber wie kannst du trotzdem daran glauben wenn es nicht existiert es gibt es ja nicht mehr also man soll an die torah glauben aber wie sollst du an die torah glauben wenn sie nicht existiert ja flex wo worin lege denn der sinn wenn die torah noch so existieren wie sie damals existiert hat worin lege der sinn eine neue offen offenbarung zu senden verstehst du mal kummer 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 lina allah ist allwissend oder richtig oder falsch ja richtig so und wenn allah sagt du sollst an die torah glauben warum ist dieser plötzlich verfälscht an alter testament nicht die neuen wurde die torah ist unter das testament ich meine ich hatte versprochen ja alles gut alles gut ist ja nicht böse gemeint alles ich meine du sollst immer an anderen religionen glauben gott hat immer gesagt also unser profi oder nicht gott hat gesagt du musst wenn dann schon bringe prüft du kannst dich etwas einfach so schön sagen und der ist nur prüft in der diener dollar moment aber ich glaube noch eine reine da rum wie kannst du an die torah glauben wenn die torah ja angeblich verfälscht ist weil das sagen ja die muslime die torah ist also die bibel ist verfälscht also wie kannst du diese lehre annehmen wenn es nicht mehr existiert bibel bibel ist nicht verfälscht sondern es ist nicht verfälscht nein nein warte mal ich sag dir weil das mal was ich lass mich ausreden lassen bitte wohl lass mich ausreden wo der bibel es gibt wo die trend nicht also es gibt wirklich christen die richtig so radikal sind und die die regeln richtig krass verfolgen und die sachen die gefährlich für die gesellschaft sind für heute sind heutzutage die wurden immer geändert damit die leute die so krass wo steht dass das geändert und ich glaube ich so das wurde geändert weiß ich mal wo steht dass das geändert wurden ist alles ich habe wirklich ich habe wirklich ein kollege der ist wirklich nein 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 wo steht dass ich brauche bring mir prüft da der wort auf dem biblis change okay okay warte kurz gibt mir zwei minuten guten abend durch ist und gottes segen im namen von jesus gleich gleich christian und geht man bitte alle aufsuche zwei vers 85 sowie zwei vers 85 wenn dort spricht allah über die juden und beschwert sich wie könnt ihr einen teil der schrift annehmen und den anderen teilen verwerfen dafür werdet ihr bestraft ja ja ich kenne ich kenne diese suche das ist ein klarer knockout eigentlich aber okay das werden wir jetzt auch gleich klären ja du wirst sogar bestraft wenn du teilen der torah ablehnst und dann gibt es noch eine andere stelle ich lese es auf arabisch weil vielleicht berührt das den ein oder anderen sein herz ist milder redet in german please nicht auf arabisch einmal redet in german direkt auf deutsch straight german straight german ja alles gut dann lese ich direkt auf deutsch da vertauschten die tyrannen unter ihnen das wort mit einem anderen wort als was ihnen gesagt wurde darum sandten wir eine strafe vom himmel über sie herab wegen ihrer grausamkeit okay das könnte aber es könnte aber auch guck mal da steht schon wieder nicht ob es die torah ist okay okay das könnte auch auf die hadithe bezogen sein weil es gibt ja auch diese die unauthentisch sind also noch mal komm mal leute ich will mal eine frage stellen 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 frage stellen bitte ja wenn doch allah gesagt hat er hat alle schriften herab gesandt und im koran erwähnt hat das in surah 3 vers 20 glaube ich dass der dass die religion mit allah der islam ist warum hat er das in der torah vergessen warum hat er das in danach vergessen warum hat er das in dem menjil vergessen dass die religion mit allah oder beziehungsweise mit gott der islam ist nein die sagen ja das wurde ja verfälscht in der gesamten schrift taucht in den gesamten schriften einmal das wort islam oder muslim auf das wurde ja verfälscht aber es ist angeblich verfälscht wie klären das jetzt wir klären das jetzt wir gucken was der koran eigentlich wirklich über den tor oder das feindelium sagt das menschliche mensch eine frage stellen oder flex zu dem schau das ist natürlich den erlaubt laut koran was prophezeit sich momentan was passiert auf dieser welt laut koran wenn du willst schickte gerne viele prophezeiungen wenn das für dich ein grund ist zu sagen aber diese prophezeiungen eingetroffen sind nehme ich den leuchten wir reden jetzt nicht über mit dem bitte lassen aber damit sich dann wird die morgen noch gläubig latina ich folge dir wenn du probierst lass uns wieder zurück zum thema kommen weil wir springen vom thema weg dünne alles was fragen vielleicht haben wir dann nicht von topik zu topik so lass mich mal bitte jetzt meine frage stellen bitte dankeschön also die nalas jedes mal wenn im koran wenn der koran über die bibel spricht er benutzt immer das wort entweder torah oder evangelium torah evangelium mehrmals okay nun da steht zum beispiel mehrmals dass allah sagt glaubt an das evangelium oder richtet mit dem evangelium oder am richtet mit dem torah nun gibt mir bitte ein vers wo allah sagt torah oder evangelium ist nicht wo er sagt irgendwelche menschen haben irgendwas verdreht oder irgendwelche menschen haben irgendwas gesagt was nicht war oder so nie sondern wo er explizit sagt torah oder evangelium wurde verfälscht so ein vers bitte ich will jetzt nicht aus sprechen was ich vorhin im kopf hatte aber ich versuche das mal so zu erklären der glaube an die torah ist pflicht und wenn wir nach dem urteilen wenn wenn du selber sagst urteilt mit also urteilt mit der torah quasi oder was hast du gesagt genau also die christen sollen nach dem richten was allah im evangelium und die juden sollen nach dem richten was allah im torah offenbart hat wie sollen sie das machen wenn es verfälscht ist das erkläre ich dir jetzt wenn man wenn man davon ausgeht alles aus einer quelle aus der quelle von allah dann glauben wir an die ursprüngliche form der torah und das was darin stand ist dann ja wiederum die gesetz die gesetze ändern sich natürlich aber das was im islam jetzt gerade ist der der glaube an allah der monotheismus im islam das ist das was vorher im inje und auch in der torah vorhanden deswegen möchte ich diese aussage nicht verstehen wir haben keinen bisher nur kein fest gefunden die sagt das torah und evangelium nicht mehr in der ursprünglichen form ist zweitens wenn wir diesen fest gehorchen suche fünf 47 ihr könnt alle nachprüfen da steht richtet nach dem was allah darin offenbart hat wenn ich als christ das evangelium nehme dann sagt mir das evangelium zum ich bin galatas 1 vers 8 dass ich den islam ablehnen soll verstehe so und wenn ein jude torah torah liest dann sagt ihnen der torah dass gott ein vater ist alles was den islam widerspricht deswegen also mensa mensa was wir machen ich bin ja okay ich lese es vor ich lese es vor ich warte nicht diejenigen die sich über religion lustig machen und sie zum gegenstand des spiels nehmen und diejenigen nicht die suche 5 vers 47 47 ok alles gab es schon das rausflux flex mensa ich habe ja vorhin erst angefangen darüber und so sollen ich lese vor und so sollen die leute des evangeliums nach dem walten was allah darin herab gesandt hat wer nicht nach dem verwaltet was allah als offenbarung herab gesandt hat das sind die fremler das ist doch ganz klar beschrieben ihr müsst die torah ihr müsst sogar die bibel akzeptieren alles klar ich habe es jetzt machen ich habe ja vorhin erst angefangen über dieses thema die ferse rauszusuchen deswegen ist ja normal dass ich gerade keinen also zumindest wissen darüber habe ich bin oft in einem live stream ich werde darüber mich noch genauer informieren und dann mehr wissen darüber habe kann ich fundierten antwort darüber geben oder mein wissen aktuell ist ist also liegt bei 5 prozent oder so wie sie sich kein problem ein bruder flex bruder flex möchtest du stream bei dir machen weil mein akku ist leer soll ich kommst du bei mir rein oder wie ja genau ich schlage mein handy auf dann komme ich bei dir rein und dann schicke ich jetzt alle zu dir einfach alles klar ja gut dann mache ich bei mir den stream kurz auf dann ist eine frage bist du was bin ich bist du ein guter gastgeber ja ist ja klar ich kann das ich kann nicht bezeugen okay leute geht mal alle bei flex rein in zwei minuten ungefähr ich weiß dann kommt alle rein das ist aber leute merkt euch eine sache das ist nicht mein main account das ist mein backup account weil mein anderer account wurde gesperrt deswegen leute nicht vergessen wie gesagt auf mein main account wenn ihr folgen wollt lieber auf dem main account der hier ist wie gesagt nur mein backup account könnt ihr auch folgen ich folge euch wie gesagt wieder zurück das ist gar kein problem also dann gehen wir zu mir rüber deswegen okay also gehen wir zu mir rüber okay also bis gleich okay bis gleich ja ich vermisse ich vermisse flex orange im bad ich höre das war so heilig und leute bis gleich d agg ab ich